Wie schnell fährst du? Ich? Ja. Elf, zwölf. Jo. Muss ich dich leider auch entfernen aus dem Spiel. Okay. Wie schnell fährt so ein Häcksler? Keine Ahnung, was ein Kartoffelrohrer fährt. 5, 6. Okay. Hallo höchstens. Wegen das Bild, ne? Tag liebe Lu. Geh mal 2000. Moin Brandox. Hallo Daniel. Moin. Alle die durchgerauschen. Hallo Stefan Hahn. Moin. Hallo Mario Müller. Moin. Bayern. Moin. Timo. Moin. Mike. Moin. Nico Rüdebusch. Moin. Bianca. Moin. Nico. Moin. Yondere. Moin. Fabia. Moin. Sascha Beukhaus. Moin. Springer Urvater. Moin Butcher. Schade leider nicht Ostsee. Kommt noch. Können wir ja machen daher. Ich hatte mir gedacht, hier ist auch noch so viel zu tun. Und Thorald von Jens spielen jetzt auch mit. Und da habe ich mir gedacht, der nutzt das doch gleich aus. Ne? Wie Opa so ist. Der nutzt ja alle aus. Ne? Warum soll ich immer alles alleine machen? Dann können wir die Kartoffeln nochmal eben aus der Erde kriegen. Hier ist auch noch genug zu tun. Ne? Kunlos. Moin. Rossi läuft uns nicht weg. Jojo. Moin. Miko Rüdebusch. Alles klar. Jo. Luca. Moin. Also ich kriege nicht alle mit jetzt. Ne? Leute. Das rattelt hier so durch, dass die Heide wackelt. Philippic Piconte. Moin. Günther. Moin. Äh. 100% Moin. Two Crits. Moin. Nigos. Gibt's Neues. Jo. Kartoffeln rohen. Siehst doch. Raus den Kram. Nachher Schweine hin. Ein paar. Und Verscheuern und was nicht alles. Ne? Blumel HD. Moin. Springer Urvater. Alles okay? Jo. Soweit gut. Burschi. Moin. Alles Gesamt. Butcher Team. Moin Burschi. Äh. Hallo Leute von heute. Town Out. Mike Brüning. Moin. Angie. Tag. Groß Farmer. Hallo Butcher. Hallo Jungs. Hallo Mädels. Groß Farmer. Moin. Lukas Hekele. Hekele. Genau. Moin. Domi King. Wo hast du den GPS Mode her? Aus dem Internet. Wo weiß ich auch nicht mehr. LS 17. GPS. Hassen. Ganz einfach. Alles was du suchst. Google. LS 17. Eintragen was du suchst. Und ne Hass hat. Ivan HD. Moin. K-Stip. Guten. Äh. Ne geht's auch beim Dreschen ne? Jo. Auch so. Sechs. Das ist schlecht. Mehr nicht. Genau. Und da genau so. Mit 11 Uhr meist für Kartoffeln bleiben. Äh. Jim Jason. Was machst du auch noch so? Erst mal Kartoffeln auskriegen. Den lasse ich hier erstmal stehen. Den Macker. Süße. Jens Rodet. Wir haben da hinten noch letztes Mal Heuballen gemacht. Da kann man nochmal striegeln. Den kann man da den... ist morgens früh. Thoralf fährt die Ballen ab. Da hinten haben wir Gülle gefahren. Muss ich lange mal eben gucken. Da können wir anfangen zu flügen nachher. Und so weiter. Dreschen. Habe ich so vermisst. Jens. Dichtor. Ralf. Budi. Angie. Jo. KB. Moin. Elis 17. Moin. Marcel Widi. Hi. Patrick Stark. Moin. Lube Sam. Schorsch. Der Schorsch ist da. Sei gegrüßt. Firma Butcher. Moin. Schorschi. He. Ne. Kiken. Alles gut. Jo. So zu. Ne. Alex Moss. Moin. Hallo. Säcke. So. Da waren wir nochmal ein bisschen ganz voll. Wie hast du da drin? 16.000. Also Hälfte. Ja. Ja. Mal eben gucken schon mal. Kann man gleich, wenn du wieder zurückfährst, können wir da mal eben abpumpeln. Dann ist der Hänger voll. Äh. Lelelelelelele. Was gibt dem? Bring den Kedüffel. Nix. Da gehen sie nach oben. Dann holen wir uns doch gleich nochmal 10.000 ab und dann passt er gleich. Mike. Was hast du heute gemacht? Einen halben Tag im Krankenhaus verbracht. Urenuhr. Fabi. Servus. Moin. Eishalle Sande. Achso. Moin. Jo. Kommt Tepfer. Kommt Oister noch. Ich glaub nicht. Moment. Streamt er selber, ne? Lad ich mir gerade einen Magnum wohl runter. Jo, Mike. Siehste. Ist doch toll. Willst du auch mit den großen Dinger da rauf, wa? Packerfan 2. Moin. WikiMap. Das ist die. Oh. Northbarbahn. Siehst du. Kann ich mal eben reinschreiben. Ne. Vergessen. Mach ich mal eben. Für uns alle. Das hab ich vergessen eben. Aber na gut. Das sieht gut aus. Ne. Siehst du. So sieht halt gut aus. Klammer aus. Wenn wir uns den Rass nochmal imholen. Dann können wir das schon mal in den Weg bringen. Hä? 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 Moin olo Opa san Nico. Tag olo Nico. Rheinländer. Moin. Geht's heute noch an die Ostsee. Andromo gegen. Na gerade angefangen, ne? Wollen wir eigentlich erst noch Silo von der Coldburg machen, aber das dritte Mal heute? Na, haben wir irgendwie keine Lust zu gehabt. Das ist ja auch nicht mehr viel. Moment. Nein. Dann eine Futtertülle. Alleine nochmal rein zwischendurch und dann kann man da was anderes machen, ne? Geht's? Ne? Rheinländer. Moin. Moin. Der Suchti. Moin. 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 BMW. Moin. 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 gemacht alles nein das video und hallo aber die dinger das mit zu großer sollte mit ich hab's auch schon getestet auf konsole aber weil ich ja den sieben noch nicht weiß ich noch nicht mal gucken jetzt unsere logo binden das war ein logo und hier bin wieder dabei max hat schön nicky moin tobias moin alle die ich noch nicht erwischt habe ich durch grauschen moin moin ne ne moin ist besser nicht leck mich an der arsch machen sympathische stimme im hintergrund oder ist es mein gewissen mal könnte auch dein gewissen sein weiß ich nicht hier ist jens ja hallo woher denn weil ich so lange nicht hier weiß ich selber nicht mehr wo ich bin hier kaufen wollte ich die nicht gröning bis wann geht der stream bis ende ist dominik der schlimme karl heim zockt im knast und butcher müller hänzchen reißen sich den arsch auf nikon ja genau sieht das aus aber das im echten leben auch so ne seh ich mo du haste den logo somit werden dann logo Hallo Jens, wie geht's dir, sagt Burschi. Gut, Burschi. Tschüssi. Max Struber, Burschi, machst du morgen einen Stream? Weiß ich noch nicht, Max. Wenn, denn spontan. Donnerstag ist fest, wie jetzt auch, ne? Morgen will ich noch nicht. Muss ich kicken. Wenn, dann sag ich bescheiden und dann. Geht los und fertig ist. Aber ich muss auch via Windows nochmal neu updaten. Oder upgraden. Das ist doch ein Upgrade gekommen. Nein, weil wir gestern abgeschmiert sind. Das kann nämlich auf Windows sein. Wir kippen den Scheiß einfach mal hier hin. Und dann schieben wir die einfach rein, die Dinger. Die Tüffeln. Hält er hier rein oder da rein oder da rein. Aber hier so ein Tüffel-Lager von. Mal drehen wir um, links rum. Ja, genau so tun wir das. Ich schiebe noch so gleich mit der Radladerin. Genau so machen wir das. Ich muss doch gar nicht die Opa nennen, Max. Ja, weiß nicht, ob du kannst. Kannst du mal ausprobieren. Roland Schäfer, hab heute Geburtstag. Roland, dann wünsche ich dir alles Gute zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Genau. Ne, du nicht. Ne, wie wärst du eigentlich für das G27 bezahlen, wenn ich mal fragen darf? Fabio, weiß ich nicht mehr. Hab ich auch von Ebay. Ich hab Glück gehabt. Ich hab ein Nagelneues gekriegt. Irgendwie sei bei 200 Euro rum. 210, 20, irgendwie sowas. Und ein Gebrauchtes, das war zwei Monate alt und dreimal gebraucht oder so. Da war, weiß ich, 190. Finn Kruse, spiel 15. Ja, wenn ich das mache, dann mach ich das mal irgendwann. Bis sehen. Elias Schmidt, surf. Knuddel, da ist er. Moin an alle, Knuddel. 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 Ja, kann nicht Opa, siehste. Oh, das rennt schon wieder durch. Roland, alles gut. Gute, siehste, das ist schön. Nico Schmidt, moin. Moinsen Opa, lass dich grüßen. René, grüß zurück und so. Fenn 04, Fenn 2000. Moin Butcher, moin. Inji, Knuddel. Achso, die Knuddel wieder. Heavy Burst, die Roland. Oh, guck dir da mal an, wie schön ein Burschi das gemacht hat, ne? Was? Burschi kann da, du. Klasse, sieh gut aus, fähig toll. Haha, echt. Wie macht man Zapf, wenn du manuell anbauen? Mit einem manuellen Anbaumotor. Gibt's auf den Mod hart. Leute, guckt euch mal um ein bisschen. Findet ihr alles. Das meiste, was hier alles drin ist, alles vom Mod hat. Woher kennst du Basti? So, wie man sich so kennenlernt, ne? Auf der Straße. Sag, Mensch. Tag, wer bist du denn? Sag, ich bin Basti. Sag, ich bin Butcher. Und die Guide, go. So, schön. Äh, Schwesterchen, was du, achso, das sind die Knubbel, alles gut bei dir, das macht die Butcher, wie geht, wie geht das dir? Tim, wie geht das ganz gut? Bin matschig, ne? Morgen früh hoch, dann Krankenhaus, ich hab, Mist, da weißt du, warten ist das Schlimmste, wenn man da umsitzt, ne? Wirst bestellt, du musst warten. Begreif ich nicht, krieg, kriegen Hals. Furchtbar. Ja. Wie heißt du mit Vornamen, Butcher, Nico? Steh da doch. Geh nur noch über, über Handy, Laptop kaputt. Nur so ein Scheiß, Mensch. Mach doch wieder heile. Mach doch, moin. Gucke jeden Stream von dir, auf dem zweiten Bildschirm. Das ist eine feine Sache, so weit. Was ist das für eine Anzeige, bei dem Drive-Control ganz unten rechts, zwei grünen Striche. Äh, die sind dazu da, mein Junge. Äh, warte mal, war das Fan-Fan, ne? Jo, die sind dazu da, pass auf. So wie eben, wenn ich neben einem Fahrzeug herfahre, einen Thrasher oder den Rübenroder, dann mach ich da den Tempomaten an, brauch aber gar nicht die Geschwindigkeit einstellen von dem Ding. Dann sucht er sich die Geschwindigkeit selber, wenn er abtankt, zum Beispiel. Oder beim Häcksler, oder so, ne? Kannst du durchschalten. Man musste nur eben eine Taste belegen vom Drive-Control. Und der fährt er genauso schnell wie der Häcksler oder der Drescher oder sonst irgendwann. Da brauchst du nicht erst lange da hin und her zu zubeln, aber der ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer. Der fährt genauso schnell. Fährt der Drescher schneller, der da drin sitzt, fährt er auch schneller. Also verstanden, gut. Aus Riesen-Gamer, moin. So, Serano, moin. Flo-Fire, moin. 100 Prozent, hallo. Achso, der sagt, hallo, Burschi. Opa, was macht ihr gerade? Tracker fahren. Spiel wieder mit Janni. Nico, wat? Ich soll mit Janni spielen. Das ist gut nicht du. Und jetzt sind wir voll. Das langt das. Wollen wir mal ein bisschen spielen, ne? Wollen wir mal ein bisschen was verdienen. Janni kostet Geld. Wisst ihr ja. Äh, also, okay, danke. Jo, kein Problem, du. Ich denke, da gibt es noch mehr Sachen. Ein weiterer Schalt ist hier das gelbe da unten. Warte mal, da, 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 der. Dann fährst du, guck, fährst vorwärts. 5, was unten, was ich eingestellt habe. Stech 10, 1,4, 10, 4, rückwärts und vorwärts genauso schnell. Egal, kannst rauf petten, wie lustig das. Die anderen sind fürs, äh, auf dem Acker, für die Hände, für 100%, kannst du dann runtergehen, dann, äh, für, fürs, na, Differenzial. Äh, wie viel hat das neue DLC gekostet? Keine Ahnung, ich hab's gar nicht, Tanja. Will ich nicht. 1499, wie jedes DLC. Ja, du bist es. Seitdem du spielst auf Konsole und hast den Season Pass, dann war es sozusagen umsonst. Guck, das ist alles. Was ist alles umsonst denn? Mach dir dann Mais häckseln. Hier? Nö, weiß ich noch nicht. Erstmal mag ich jetzt das hier. Die tüppeln runterkommen, komm, jaucho rauf, ne? Pflügen, brechen, striegeln muss ich da hinten noch. Ich glaube, ich stelle jetzt erstmal, äh, Jens, den Apparat hier hin. Dann kann er wieder abtanken. Kannst du auch dahin kippen, haben wir eine Miete oder was? Wie du möchtest, Chef. Nö. Nö, ist mega, musst du selber wissen. Wie lange da was stehen hast, hau ich's da rein. Ich lass den hier stehen jetzt. Thoralf ist an Ballen jubeln, ne? Ja. Mal ein bisschen üben. Hast du den, ach, du hast den, den... Ich hab den Case. Also, dann kann ich da lange versuchen anzusteigen. Und die Spike. Ja, ich mach den Pop mal voll, jetzt frühmorgens hier. Alles Arbeiten, die so gemacht werden müssen, um den Hof. Ne, machen wir jetzt hier. Jo. Oh, Mais kann auch mal wieder rein. Steht doch in der Halle. Oh, das wäre der Mais-Massaker hier. Ups. Na. Denne, lieber Enne. Äh, Caddy, bin wieder am Start. Grins. Nun wieder auf der Losberg-Mais gelegt. Na, guck mal, du bist schon weiter wie ich, aber das war eh Tante Elsie das Scheiße. Kann selber machen. Opa, Mann, warte, heute helfe ich dir wieder mit. Sag BMW. Butcher, das ist klasse. Achso, Thoralf, moin. Äh, Butcher, holst du dir das Big Bud DLC? Ne, das war ich noch nicht. Ich muss auch noch mal rumgucken. Ich kann da eigentlich nichts von gebrauchen. Für diese Sachen hier. Ich will das noch nicht. Gifter, Fief Dusen. Das ist auch nicht viel, du. Ich habe meinen PC neu aufgesetzt und habe die Mods gespeichert. Ich habe den Mods auch noch geschoben, aber die zeigen nur ein paar im Spiel an. Warum? Vielleicht sind die grünen Haken nicht gesetzt. Muss mal gucken. Äh, 100% Abo hast du von mir. Danke, Bursche, ich habe schon lange. Oder was? Oder meinst du mich, oder was? Ich mag euch alle drei, Max. Und wir alle drei mögen dich. Dich einen. Sascha, moin. Britta, moin. Petra, Namen, zusammen. Das ist Petra wieder, guck mal. Das ist schon wieder fleißig dabei. Die war gestern auch dabei. Klasse, ne? Wenn dir so gefällt, dann würde uns ja überall... Na, 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 na. Angie, Bianca. Ja, ich vermisse ihn wirklich, aber danke, dass du ihn mal gefragt hast. Wie vermisst du, Angie? Unser lieben Banki-Mann, der kommt wieder. Das war auch kein Hack bei Banki, das glaube ich nicht. Und dann hätten sie uns gestern auch gehackt. Aber genau, das habe ich schon ein paar Mal gehabt. Einfach wieder anmachen und dann geht an. Selbst wenn sie dich hacken. Anmachen, weitermachen. Zu den Arschlöchern die Zähne zeigen, ne? Ja, wie geht's dann Dillton Losberg, Max? Wollte ich nicht. Ketti, ich war auch dabei. Ketti, wo war ich gestern? Hier oder was? Opa, Mann, Ruh, Gu, wa? Mann, gut, die anderen zwei sind leise. Ja, die haben zu tun jetzt, die anderen zwei. Die sind am rödeln. Wollt ihr an der Lehnbogen? Das ist nicht beim Ballen stapeln. Ja. Äh, Petra. Ich muss mit dem Zug fahren heute. Aber Baustelle ging nur Bus, lol. Oh, Hauptsache, du bist vernünftig hin und her gekommen, Petra, ne? Findest du die Presse für die Felder übertrieben? Welche Presse? Bigback oder was? Ist da eine drin? Keine Ahnung. Ha? Oder was meint er? Hey, Butcher, ich bin krank, aber deine Streams heiter mich auf, Julian. Guck, und da haben wir doch schon mal das meiste. Mit diesen Streams erreicht. Dann freust du dich. Und du wirst auch schneller gesund. Das ist so. Ne? Wenn man gut drauf ist, wird man schneller gesund. Oder geil, noch was hier. Komm, zack, der Rest wir auch noch haben. Alles oder nix hier. Servus, Butcher. Komm, der ist jetzt. Kommen, haben wir noch die Küche für der Luis. Das ist so. Die haben Hunger. Dann muss das vollkommen richtig. Hätte ich auch gemacht. Soll ich Mundart schreiben? Nico, mach doch. Wenn du Bock drauf hast, kannst du es machen. Na klar, kannst du alles machen. Weißt du doch. Wenn ich das verstehe. Da ist der nie schlafende junge knackige Mann. Grüß dich, Butcher. Tobias. Ne, ich schlaf nicht. Niemals. Was ist mit dem Kanal von Benki? Ich weiß es nicht. Das soll alles soweit alles okay sein. Warum der nicht, weiß ich, Pause macht oder keine Ahnung. Kriegt auch keinen dran. Irgendwie. Hab ich versucht. Der taucht schon wieder auf. Benki. Der ist heute 8. Im 8. Der 9. Der hat gestern doch Termin wegen seinem Lohnärder. Alles. Ach, war er da hin oder was? Ja, er sagte doch, am 8. Hat er doch Termin gehabt. Also der wird bestimmt sich freuen. Ja, wenn das alles klar ist. Ich meine, dann ist er ja noch wieder eine ganze Ecke gereist. Die Tage, dann ist er auch gar nicht zu Hause. Und er hat ja auch Platten aufgelegt, hat er mir geschrieben. Genau, das macht er auch noch. Wenn er noch DJ macht am Abend und so, dann hast du keinen Bock mehr zum Streamen. Da kommt es gar nicht mehr zu. Das kann man vergessen. Ich habe jetzt nicht wie am 8. Termin, ich weiß nicht, aber nicht beim Lohnärder direkt, sondern irgendwie da wegen der Umschulung, wegen Finanzierung. Ach, ja, dann musst du auch wieder her. Dann wird er auch voll, wenn er nebenbei noch auflegt. Fabian, magst du die Markt mit Zermidis? Warum nicht? Ist nicht mehr das, was früher mal war, ne? Ich komme gleich wieder, Max, ja. Bis denn, Moin, das Butcher-Team und alle im Chart. Reinhard, irgendwie, Niklas, Lagnos, Servus, Nikloseppo, wie geht's da? Gut, Sandy B, wäre cool. Mario Sachs, können wir alles noch machen. So viel T-Tüte noch. Können hier düdeln und wo düdeln. Jimbo's mit der Ruhe und dann mit dem Rock. Überall mal ein bisschen was schaffen wieder, ne? Wie haben wir denn gekriegt? 4, 7. Ja, nun langt er drüber. Wer meist Beten-Moger hier? Zwischendurch mal mal ein Beten-Watt-Rent vom Bürgermeister hier, ne? Wo soll man, ach so, da waren wir. Gleich bis gleich, Opa. Re, Re, Zie, Moin. Martin Müller, findest du die Preise für die Felder? Übertrieben. Für welche Felder? Für hier? Wieder hin, die Reihe, jetzt mit dem letzten Update da? Für Milliarden? Ja, das finde ich ein bisschen übertrieben. Oh, geht so, ne? Mein Butcher, mein Hasi, bin jetzt auch da. Daniel Stuckiputschi, ein wunderschönen guten Tag. Muss essen. Bis gleich, Fynn. Guten Appetit, ne? Ich muss es heute allein machen, weil mein Vater mit dem 15-Wennenschwanen ist. Morgen geht's los mit Häckseln für unseren Nachbarn. Der ist gerade noch Armeen, Luis. Das finde ich ganz toll. Im Sommer fahre ich mit einem IAC-Radlader. Mais im Silo-Fest. Fabian, das ist... Honor Pro. Servus, bin wieder da, Melvin. Das ist schön, kannst mich Nico nennen. Kannst mich Nico nennen, okay? Ja, Nico mach ich doch die ganze Zeit schon, Nico. Dann nenne ich dich halt Nico. Kann auch Fritz nennen, Nico. Wäre auch cool. Arrk. Wieder eine Runde Butcher schauen. Jan, das ist scheiße, ne? Ich könnte das auch nicht ab jeden Tag, du. Den allen Blödsack, du. Ne. Christoph, das ist doch wieder. Moin, moin ihr Matrosen. Ne? Hallo Christoph. Christoph, du alte Sack, gerade du. Ha? Das ist aber schein, dass ich die mal wollen auch sehen, du. Du alte Decksmart. Ja. Benki, Benki, stream vielleicht am Mittwoch. Hab mit ihm geschrieben heute. Oh, siehste, Bianca, das ist doch eine tolle Sache. Das ist doch schon mal wahr. Dann weiß sie wieder mehr wie ich. Mit Mittwoch, morgen, ne? Oh, das ist cool. Das ist viel cool. Den muss ich nochmal reingucken, wenn ich Zeit habe. Doch, will ich bestimmt irgendwie. Moin an alle, Kai, Tag. Bin wieder da, Max. So schnell? Schön mit dem 3,10er festfahren morgen. Mit dem 3,10er, der wiegt doch nix. Wie lange willst du noch festjockeln? Oh, was sag ich? Nur noch die Granate da hinten. Mit dem Ding soll ich striegeln? Gürtel, 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 gürtel. So nix mehr. Das steht da noch irgendwas vor. Äh, wir haben den. Da war rüben. Wo ist mein Striegler? Wir haben hier doch ein Striegler, oder nicht? Ja, doch, als Striegelt. So, so, doch. Wo ist die Hügel, die Mann? Fahre ich da mit Striegeln. Ich hab dich gleich wieder voll. Jetzt fahr doch ab. So, Mann. Ja, klar, gerne. Wohin denn? In Lager. Ach, da muss ich auch noch hin. Ich hab gar kein Chip, oder? Habe überhaupt ein Chip. Wo ist denn das tolle Lager? Da, wo du, das bist, nee. Nee. Ich fahr da hin jetzt. Ich muss die Kartoffeln dann auch eben in den Dings reinhauner. Ich hab's vergessen. Das kann ich dir auch nicht sagen, Jens. Ich hab mir erst mal ein Chip holen. Lecker Chip. Wurde Tüffels. Die wird wie in Logan, weil die Punktwerke nachher vor der Schwiegen und also was. Die wohl die Freden. Schön dick und fett war. So. Mein Radloder da, kein Chip für, also das führt wie nur eben. Mein Hürlimander, ne? Ich hab' noch Sprit in New York noch. Kick an. Alles nach und nach. Und dann, geiler. Den Gang hier. Muss gucken, wo mein Punkt lag. Gestern weiß, wo das ist. Muss ich die mal eben schnell mit dem Hürlimander reinschieben. Dann wird's nix. So ein schönes Land hier, du. Na, ein Boccher, du Limmel. Tom. Du alter Bengel. Geil die dat. Go. Opa, komm morgen ein Stream wieder, Maxi. Wird wie ein Museum, ne? Ich sag, ich wollte morgen mal gucken, da gibt's ein Upgrade für Windows. Und gestern dieser Up-Kack war da und die anderen Dinger. Das ist höchstwahrscheinlich Windows 10 gewesen. Diese 16er Version. Neu. Hab' ich mal gelesen. Fiel mir nämlich dann wieder ein. Ich denk, scheiße, was war denn das? Irgendwas war da. Ich hab' ja auch mal ne Dings mit der Grafikkarte, aber ich hab' ja jetzt ne andere. Und die macht das eigentlich nicht. Das ist einiges sie lieb. Ne? So, wo du jetzt bist, ist das Kartoffellager. Die ist die Kartoffellager. Ne, also alles. Das ganze Lager. Unser. Ah, eins vor. Das gibt's auch den, äh, Korn und also was. Dribbelkorn. Helge Olalo, hi. Spielt Jens auch mit? Ja, Alex. Der kommt hier gleich am Ende gejagt hier. Pass mal ab. Ah, du jetzt noch ein Beten. Ja, mit. Erstmal noch ein Beten. Hier Tüffeln in Logan hier. Hätt' ich auch rückwärts reinfahren können, aber der Ex den Hänger kann Jens gleich mal machen. Kann uns mal zeigen, was er kann. Mhm. Rückwärts reinsetzen und dann abkippen, ne? Mit zwei Drehschemeln, ne? Ne, ein zur Zeit. Wie man das so macht, denn echt, ne? Das geht. Geht, ah, ist, ne? Ist Tor Ralf auch da, Indi? Ja, sicher. Ja, ich bin auch da. Ja, der redet ja nicht viel, der weiß wer. Ne, ich bin grad hier hochkonzentriert beim Dreierballen stapeln. Ja, das ist nicht so mein Ding. Ja, das ist nicht so mein Ding. Da übe ich grad ein bisschen. Ja, aber ich hab auch alles geübt. Ja. Die sagen, das kannst du gut, da konnte ich zu Anfang auch nicht. Du musst alles üben. Bist du auch mit dem Big Bud arbeiten, so wie Oster eben. Äh, weiß ich noch nicht. Da zeige ich mir so eine Riesenklamotten mit 1000 PS hier auf diese Ack aus hier. Keine Ahnung. Mal sehen. Erstmal noch nicht. Erstmal will ich mal gucken, was da so passiert und kommt und geht und, ne? Oh, das hab ich ja vorher schon gesagt. Moor in Alpha Moor. Geh mir hier nicht um Moots, sondern um die Map, um die Sache, um uns, alle, ne? Wie wir schnacken und Tüte nur machen. Nur weil da irgendwo was Neues rausgekommen ist, da bräuchte ich ja nicht. Ja, ich hab's mir auch mal angeguckt, macht keinen Sinn auf diesen Karten oder auf anderen auch nicht. Immer sehen, weil mir so ein Kopf kommt. Und ja, auch noch nicht. Der Tübe sowieso ein Geil, aber da muss er gleich alles neu haben. Ich hab's umsonst, ich hab den Ziegenfass. Na gut, umsonst ist es ja auch nicht, ja. Ja, kostengünstig, als wenn das Einzelnen kaufst. Nee, darum nicht. Scheiß 14 Euro, da muss ich mir nix. Nee, aber das musst du nicht machen. Also, ich sag's, wie es ist, auf PC werde ich's mir nicht holen extra. Ich will mir nichts Unnütz in die Rechner reinklappen hier. Habe ich früher immer gemacht, um 15 Euro, da war ich am Rödeln immer, den wieder hinzukriegen, dass er vernünftig läuft. Ich will einfach spielen, Spaß haben. Ne? Das ist auch gut. Jochen Schweizer, siehst du, ach, guck mal. Ja, Christoph, deine Patsche, ne? Die ist geil, ne? Funktioniert 1a, ne Christoph? Haha, zack, einen auf den Dazzel, du, und weg ist er, du. Junge, Junge, schön. Ist ja schön. Jetzt Christoph entwickelt. Spacken Patsche 2000. Die ist gut. Machstrupel, bitte, danke. Penn, falls du mir eine E-Mail zukommen hast. Achso, mir inwiefern, das macht ihr Butcher und Team. Ich finde eure Streams wirklich toll. Tobias. Und das ist der Sinn der Sache. Man kann nicht alles, jedem alles recht machen. Aber wenn sie dir gefallen, dann ist das doch schon zupisch. Ne, so quali, alles gut bei euch? Heute wieder? Und Stimme und Ton und all sowas, ja? Hab dich abonniert, Max. Dankeschön. Und herzlich willkommen. War es aber auch vorher, ne? Ohne Abo. Bis trotzdem herzlich willkommen. Weil das ist nicht, ois. Freut man sich zweimal drüber, ne? Aber, das ist nicht alles. Spaß wollen wir haben. Zusammenhalten wollen wir. Läuft bei der Opa, alles, tut die. Einfach mal, ja. Geil, eins, go. Ja, dann schuf wir ihn hier mal rückwärts rennen, wa? Dann hast du was to do. So kannst du mal üben. Muss einen abklinken, holst einen nach dem anderen. Ja. Ich hab's den da rückwärts rennen, darfst du denn nicht ganz so weit zurücklaufen, weiß nicht, ob wir bei Malky-Line, ob hier waren schon die Collies da irgendwie raus, rein oder was, keine Ahnung. Kann die doch reinschieben, wenn ich willst. Natürlich nicht, will. Siehste, guck mal, Ehrgeiz kommt durch. Jetzt bin ich bockig. Das ist schön, guck mal an. Wir gucken mal alle zu jetzt, ne? Wie ihm das macht er. Wie, wie ist ein BNN, so von A4, wie wie die Bundeswehr, ja, 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 so, wer gut, nur anderen wie ich, so, ja, ja, wer da gut, so, ja, so, hm, kann auch noch, guck dir das an. Laubert der Dummerung, kann auch rein. Geht doch. Kommt ein BNN, schei. Da macht doch nichts. Das ist doch Platz genug, so. Ich kippe ab, den Schienen nach hinten, welch der Kipp noch zur Seite, jetzt muss man eben auf Dings mehr auf hinten stellen. Mungo Gaming, moin. Haste, ja, ne? Warte, ab, kippseite, wo ist denn das jetzt, die ab, die Seite hinten, ja. Sonst kann ich das jetzt auch gleich, kriege ich das wieder aufschippen, da. Geht ja, du mich, nee, 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 muss ich noch abpassen. Ja, kippen hin, ich komme mal eben um zu, ob da welche durchrauschen, dann weiß ich, ob hier oder nicht, oder doch. Wenn nicht, dann kannst du einfach da hinten ran kippen. Nö, muss ich jetzt nicht. Oder man stramm ran, wenn du durchgucken, ja auch egal, dann probieren wir das aus. Weil ich Silos fahre dazu. Äh, nordische Bauvideos, moin. Guten Abend, Opa Boccia. Moin, äh, Thomas Müller. Ich freue mich, dass ich in deinem Team bin, Max. Ja, grüßte. Bis sowieso. So, kipp an, so muck wieder. Komm her, ich picke die den eben an, so. Zack. Danke. Ade. Mein Lensübung macht dann Mais, so hier, siehst du. Mike, ganz einfach, weil das Lenkrad scheiße ist. Ja, warum hast du, so. Die sind doch nicht. Nö. Ich will keinen LS Lenkrad haben. Oh, ich habe hier nichts von LS irgendwie, nö. Ich habe immer alles anders hier. Exotik. Ups. So. Hör mal noch ein bisschen drück, ja, komm mal noch, komm mal noch ein bisschen bie, ja, 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 gib mal noch ein bisschen, dann fährst du noch ein bisschen am Bach ab, da, ja, fähr mal hin, da, ja, zack, zack. Gib mal noch ein bisschen, ja, ja, zack. Ja, 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 mach nix, so, nun kipp mal ein Haft, von der Boa. Süße, kann ja von der Boa, ne? Und so, mit wem spielst du denn? Mit Jens? Guck, da ist Jens drin. Hallo. Wenn du mal genau hinguckst, da guck, der sieht genauso aus wie ich, ne? Wenn wir nach Torralf fahren, der sieht auch so aus wie ich. Ja. Oder ich sehe so aus wie Jens und Torralf. Ach. Oder Torralf sieht so aus wie Jens und ich. Kann auch sein. Jens, du hast hier wechselt, letztes Mal warst du auch noch eine Frau. Ja. Hier, Max schreibt, Jens, kann ich dich auch abonnieren, sicher, der hat auch einen Kanal. Hat auch einen Kanal, siehst du, der muss da, komm mal, ja, langsam drück, du. Ja, der muss jetzt ziemlich genau ran an den Scheiß, ne? Ja. Passt doch. Goat. Ich mag das Goat. Geh gern. So, ja, sieh mal, drück, 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 drück. Ja. Komm, ich muss noch mal vor. Nee, das hat fast gepasst. Probier mal aus. Ist ein bisschen weit eingeschaut. Muss man eben mal gucken. So, gar ernst genau. Ich drück die alle drei. Na, komm her, weiter. So, goat, stop. Stop, stopping, stopping in meinem Sehen. Ja, hast du ihn? Oh, ah. Hörst du an? Ja. Vorne bin kommst du, da magst du ja nix. Heiß ja mal. Ja, das heißt im Tor hochschoben. Wunderbar. Jo. MaxTV. Hi, Butchi. Tag, Maxi. Moin zusammen. Gruß von CT4 in BH. Da bin ich im Hafen, Andreas. CT4. Ach, vom CT4? Was? Du guckst es von der Containerbrücke oder was? Was? Fürs Muffin oder Van Carrier? Andreas. He. Nur so, was? Das liegt so im Eck hier. Wo ich war ich damals immer. Da hab ich aber hier. Ihr habt hier einen CT4. Da habt ihr hier den Tankwagen da. Der blau-weiße. Mit dem Dings oben aufgebaut. Das war unser mal. Den hat der alte euch verscheuert. Ja, um die Van Carrier voll zu machen. Hm? Warum? Scheiße. Ich find's cool. Warte, Scheiße. Ging um das LS Lenkrad. Achso. Ja, dann spielt er doch mit. Ja. Ich hab eins. Ich weiß auch nicht. Kann ich dir eh nicht sagen, ob gut oder nicht. Ich hab noch nie gehabt das Ding. Ich komm nachher noch einmal. Bis dann. Max. Mugdat. Die Mauern halten wohl, wa? Dann können wir hier erstmal die tüppeln. Nee, da kommen sie durch. Schweinerei. Egal. Erstmal rein. Wenn der voll ist, der Schlag da oder der Dingste musst du den Rechten nehmen. Da guckt das ein bisschen durch. Dann darf es links nicht so ganz so weit rüber. Dann können wir da nachher rüben reinhauen. Süß ja. Ja, dann muss ich mir den schnappen mal im Stiegeln. Wenn man da nicht ganz so über den Kopf wächst da hinten wieder. Naja, Dreschen bringt noch nichts. Das ist noch zu früh. Das ist noch zu feucht alles. Jens wird noch Meister im Drehschimmel fahren. Siehst du, Alphamor, ne? Alles voll Daumens hoch hier. Das klappt ja super. Ja, Reinhard. Ich tue mal das wehen. Man lernt noch, ne? Nö. Kannst du doch. Ein bisschen Übung noch wieder. Hast lange nicht gemacht. Nö. Hast du ein echt auch schon gemacht, oder nicht? Ich habe es schon gemacht, ja. Mit HW 80. Schwerhäckselaufbau. Ja, siehste. Wichtig ist, dass man ruhig bleibt und nicht mit 10 kmh fehlt. Ganz langsam. Ja. Obwohl die jetzt im 17er, finde ich, die Dinger, die reagieren eigentlich schon recht gut, finde ich. Und mit dem LKW damals bin ich auch Drehschirme. Ja. Musste ich das auch machen. Ja. Ein 15er, das war scheiße. Da sind die ratzfatz eingeknickt und all sowas, ne? Das war doof immer. Mhm. Rutscher, ich hole Tobi jetzt ans Handy. Gratulierst du ihm gleich. Er wird heute 31. Tobi, hier die Bengel, ne? Also merken, Leute. Ja, Jojo, mach mal. Tobi. Soll er so mal im Tag sagen. Ich weiß, dass er da ist, Jojo, ne? Die Map heißen aus Baumarten. Mitspielen gehen nicht mehr in den Privatmutter. Tobi, 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 Tobi. Äh, spielt bis Open End, jo. Bis er tot umfällt. Den G27-Metrag gibt's bei Verbindungs- und Privat. Jojo. Cool. Ja. Für Jojo müssen wir mal 500 Zeichen im Jet einführen. Ja. Aber nur für Jojo. Jojo. So, siehst du. Dann holen wir uns hoch. Wir füllen mal eben schnell Striegel. Den werden dann auch fertig, du. Ach, dann den einen haben der HWB. Und dann können wir nicht plögen und alles entschieden, ne? Ja. Offensichtlich haben wir auch noch den teuren hier, du mal lieber Mann, du. Und dann können wir noch mal heraue. Uh, hier. Muss ja mal zu laufen, hier. Mensch, 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 Mensch. Ich weiß gar nicht, ob wir dann auch noch düngen müssen. Müssen wir mal gucken nachher. den mais noch mal auf der neuen und kopf auch aus soweit gut 26 waren die da man sollen drin da haben wir nicht geflücht da haben wir da haben wir da fehlt ein stück sieht eigentlich ganz nett aus so noch eine ordnung hülymann hier bankus müller märk tommy moin märk steht auch noch welche das ist hier hallo jesse vater wenn ich aber gar nicht aber wenn du noch meinst ist das gut denkt an butcher nicht kunstdünger sondern mineral dünner hier ach du war nicht springer urfahrt aber mineral dünner für mich ist das und blüfter sowieso kunstdünger und muck nix jasko moin obi tastatur heng zabi das aber scheiße sorry happy birthday toi bist du da tobi dann wünsche ich dir einen herzlichen glückwunsch zum geburtstag machen wir doch alle ne jens und tobi ist alles gute zum geburtstag von allem an hier vor mir auch alles gute joh immerhin habt doch noch zum glück zeit dich anzusehen alex jorden ist doch gut muck tat wie hier denn hier rüben mit wir auch noch mal biechen den deich die können wir nämlich auch noch mal abmähnen da hinten wie wir das hier auch machen ne ja steilt auch noch mal auf bares war nee wie jojo ist nicht da war er ist nicht da jojo sie ist der pferde will mal und das auch nicht da so war ich kann dir auch gleich mal ein bisschen mit helfen gehen wir sehen mal eben gucken was wir noch so zu tun haben wird auch trocken ist im modif dreschen hin raps auch noch schön sind nicht weg du guck das torreif sind die die drei eigenzwillinge oder wenig nur ein ei drei männer aus einem ei wasser jonas schon ja burschi happy birthday tobi guck mal an wie sie alle ne nun ist sie nicht durch die ulle bengel ich habe nicht gesagt dass er da dass er da ist ach so jojo muck doch nix er kommt gleich jo also leute alles noch mal ab waren dass er sich denn soll tobi sich hier melde guten tag sagen denn da wir mitspielen marius dürfen schon kann es aber nicht opa wie lange strebst du heute wie immer richtung fall könnt ihr dreschen ja kann ich schon mal gemacht geht wenn die adres auch so die adreschen ja pferdreschen kann ja auch gut ja auch schon mal gemacht so hier zieh auch einen rüber da man die bäume wer hier was tun nee aber du ne köpferdreschen nicht blöw wirklich gar der tor oder gar nicht wie grüß mo kicken geben wir haben durch striegelen können ob er jetzt gefällt ist dir bei butcher und dann video schon das war was auch immer das bedeutete norsparaband grins noch boxtel hinschreiben geht auch so wenn wir hier mal ins triegel mal kicken mal sehen wenn das schwatt war dann war das was war das nix hier dann sieht mir so komisch auch so anders als wenn er nicht gehen tut hier oder nee das ist ein satz mit x was ich euch schon mal gesagt habe mit striegeln oder düngen eine weide diese weide die war fest im spiel drin die müsste ich jetzt erst umflügen damit ich die düngen kann also hier ne seht ihr da passiert gar nichts weil ich damit striegel rüber gehe kann ja ruhig anmachen weil dieser striegel der würde auch noch krass mit zwischen sehen aber ich fahre darüber und es wird nicht du es auch passiert nichts blödsinn und nichts machen bringt mir nix und die anderen habe ich alle gestriegel also kann ich wieder weg bringen fertig versuch was wert wusste ich nicht mehr könnte man mit quatschen du bist mit quatsch wollen sie alle mit quatschen und wenn sie alle quatschen wir machen wir einen quatschkanal von und opa geht auf dem sofa und guckt fernsehen das könnt ihr euch auch suchen das ist mal knallhart denn das wird mir zu viel stress kann ich nirgends wo man mich darauf konzentrieren und zuhören und machen und tun das ist nicht tut mir leid tim hoffmann hey wer findet ihr am besten weiß das finde ich cool hier schon alles 15 gut doch nochmal da werden wir die tage auch noch mal zurückkommen und opa hier abgededelt hat und alles so mit 15 noch mal rumgedödelt hat dann gehen wir mal auf die auf die schöne back oder so das ding ist nur wenn ich da denn meine die mods fahrer schieben will weil die sind fast mehr diesen alle die ich hab da das sind die sind alle nur mods und alle privat wie alle verändert ja und weiß ich nicht so locker zehn gigabyte oder lp leider nicht irgendwie ok wenn das nicht böse gemein der pine und das ist ein karl 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 von überall da 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 und dann wirklich wirklich echt wahnsinnig das klangte mir schon teilweise bei 35 jahre tanzmusik und 15 600 mann stehen bei der hochzeit und laber laber und konnte dich hier an du sollst noch singen und noten lesen und mann nicht alles für scheiße du ja das mitbekommen hat doch geklappt er siehst du wo ist tobi rutscher kann ich mitspielen max hagenau du hast doch die privaten mods gar nicht wenn ich die gleichen hast du kannst du nicht mitspielen oder weiter ls daddeln sie ist der bursche haben wir schon ersten ne nix quatschen sagt kuddel wir quatschen doch alle ne guckt doch mal hin hier und dann quatschen wir doch zusammen ihr schreibt doch und dann quatschen wir doch das geht doch alles wunderbar machen wir doch immer so ne quatschen weil auch mal natürlich mal weiter es geht nur darum wenn das dann zu viel wird und überhaupt nichts mehr das geht ja gar nicht mehr ist am spiel dieses ganze gedödel das hatte ich ja schon mal naja dann sitzen hier dann irgendwelche leute drin ich will es keine namen nennen die erzählen denn hier fangen dann an ihre lebensgeschichte zu erzählen das ist alles wunderbar und schön und gut aber dann müssen wir so einen klönschnack abend machen oder was das gehört hier nicht hin dann finde ich will ich mich denn mal mit euch unterhalten die denn dann noch lieb schreiben und einem und das geht dann gar nicht mehr weil er nur noch dünner gesammelt wird und kein nervt auf dann höre ich auf damit gas service morgen wie kann man mods verändern xml und hast du nicht das ist eine wissenschaft für sich du bist auf meinen boter morgen kommt darauf an was du verändern möchtest einfach mal das stimmt schon richtig wollen wir wieder da henno hennio das schön hier wird nicht gequatscht hier wird gearbeitet brandock ist oder war im satz mit x nix und er gut die anderen hatten wir ja alles schon wenn wir sind weit weg und so das hatten wir mal überall bei da naja gut noch mal striege ganz schön grünflächen hier fossil um können aber da hätten wir noch genug in aber können wir denn zwischendurch auch mal mit mischen dann können wir neues machen wieder nicht alles heute immer mal hier mal da gucken dass er das interessante wenn morgen eventuell wieder ein machen gehen wir mal so fast von aus aber nicht dass nicht wie heute da im let's play einer schrieb dann ich hätte das versprochen dass er dann einer mit düdel da und er kann mitspielen und alle mann und irgendwie so das stimmt überhaupt nicht nicht nie gesagt so was wenn wir einen surfer haben dann können wir denn mal ohne mods dann brauchen wir nicht lange noch die moose hin und her schieben und was können wir denn mal denn mal machen denn so ich hab den wir haben m kantore firma im lütbeet mit hölben noch und jens kommt ja klar jetzt ne das ist noch zu früh zum dreschen und wenn man nix motor als mithelfen im bein piek ein bisschen ja und mein dir um mein herz oma ist da diese knubbel da kann er los hier bis pläschi das pläschi ist auch neu das fickt gut morgens pläschi war wenn iroland marvin moin auch neu thomas müller hallo mal klar oder alles für claudia gott guck mal kann man kaum ist oma nahe kann opa wieder ab im besenschrank ja ja ich weiß was soll ja nicht mehr so gut seitdem oma da ist aber egal moritz fischer mein butcher hier bringt mir immer auf die dls zu zocken moritz die kann das angene war das ist doch eine schöne sache oder nicht das meint ihr der motor ein bisschen helfen oder warte johne macht man noch eine kollegos besitzt ein abend ja genau bmw genau amd alles an die halle traurin sich dorf gaming moin hat ja eine nachricht über skype hinterlassen max das gut ich guck da nachher mal an tobi hallo fcb max making max max king moin butcher tach elias matthias und alles neue emblemi ich kenne gar nicht den namen schön sie mal reingucken servus tito hesse moin alex helft vorreif siehst du guck na na du frecher ja laulia ist gut ja aber nachher hunger noch ein bisschen ja was für eine frage udo august ja was für ein pc hast du die waren nicht papier wie oben schon beantwortet wird dann fahren wir mal jetzt immer im frühen morgens und meinem augen geben torreifel dass sich schieter von acker kommt nicht nur das spezialpike da haben wir zwei von gehabt da stehen eine kehrfarbe spezialpike ist so dreckig du machst die ganzen ball mit dreckig ich glaube wir mal eben sauber mal eben schnell ne habe es gerade mit einem aufsatzmäher gemäht nico guck an das wetter ist auch gut ne also hier geht das ist gut ne claudia ein bisschen kalt aber die sind schienen hüten um wir da nicht so siehst du erscheint später noch mal geh essen bianca guten appetit wünsche ich dir soll ich auch von der arbeit kommen ne mag strubbel und schnacken noch hier wichtig burschi moin claudia helft euch gegenseitig machen wir guck so wie wir uns alle gegenseitig helfen hier der farmer moin lukas eberhard heide und der zocker hei mf35 moin siehst du guck zack fertig damit unsere zauber gabel mal eben dahin ein paar bein zusammen packen für davor mit wie bestimmt auch noch auch da kommt noch genug hier die mf35 oa opi das gibt wieder auf den sack wenn die kamera ausgeht also lieber auf ich sag nichts mehr wmw wir schon ruhig da muss man auch nicht aufklappen gehen die falten aus kühl aber trotzdem herrlich siehst du sagt claudia in die schü danke für deine herzen was für pc hast du michi macho ein amd system ich packe dir auf den haufen händen schon mal bei uns in sechs grad ja das ist gerade warm ist doch nicht aber schöne klare luft lässig gut abend gefällt dann würden wir dann also was ist das siehst du krieg an der kumpe toral 4 hier haben wir schon mal gegült letzte mal wo wir hier waren das auch noch gar nicht mal so lange her da kann man nämlich dann wieder flügen wo wir mit flügen dreimal düngen eingestellt ich glaube da haben auch abgekühlt hier ja im opflügen ach so da hatte ich auch eben was gesehen habe ich ja mal gucken diese diese lemkin dinger die blauen diese haken auf den zirkonos ja ist doch nichts du hast ja schon alles gepackt hier ja das ist feld nummer 8 auf der sieben die ich noch hier noch ach so ok das war eben ein übungsfeld ja ich hatte da die mal irgendwann die beim mdings gesehen hatte einer mitgearbeitet so blue eyes aber was glaube ich das schloss mir das heute durch den kopf ich sage mensch für das auch gar nicht nur unübel damit eine große flächen zu machen hast oder war nicht mit flügen oder so es ist nun nicht in echt die reißen ja eigentlich auch nur die erde auf das noch mehr oder was man die haken die lämpten dolomit sind das ja du machst du nicht wie die dinger hier du kannst ja denn die räteträger zwei heran machen auf vier meter kommst auf acht meter einfach mal eine guckung machen links rechts mittel d2 ja mal sehen wie diese so die erde bearbeiten wir haben ja unsere marschboden hier ja nie das ist hier box will das ist nicht ganz so arg hier weil wir wollen karte gucken box still das liegt in der nähe von eindhoven und das nicht ganz so dicht dran an der kühle stelle das ist nicht ganz so lehmig hier weil wir haben sie nämlich gestern wieder die ecke vorm drehen waren wir der holländer war hier drauf mit vorne dicken fetten von von packer dran habe die schon erst kaputt gedrückt und damit die kreiselecke nachher sonst hätte sich hätten sie dinger verbogen hier das ist sie gemeinsam geiler 1 also zur erinnerung ich bin der tobi finja kröger mit der 31 das ist eine klasse sache du bist jetzt tobi mit 31 finja kröger bist du jetzt der tobi der geburtstags bist du geburtstags tobi ja dann wünschen wir dir jetzt noch mal alles alles gute und herzlichen glückwunsch zum geburtstag lieber tobi zu deinem 31 wenn ich das richtig gesehen haben so jetzt allemann mal eben hier ne tobi mal herzlichen glückwunsch tobi ist jetzt da finja kröger tobi so super sache dat dann die watra moin dominik moin christian henkel moin hänkel einfach moin wie bürste tobi siehst du guck da geht das schon los so wie guck dir das an klasse ne las elf moin das ist eine community hier du zusammen wie peck und schwebel du ja finja ist meine frau so ach so gut finden dass seine frau hier den tag fehlen ja auch noch mal heavy burst ich guck da kann er nach unten da und schön ich bin stolz auf euch klasse moin belcher grüße aus tirol michael fritz zurück und so nominic hat grad die dd 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 d dd dd ds minister ihr seid herzerreißend das ist ganz normal die tobi das einfach ganz normal das hat sich einfach so entwickelt und das finde ich ganz toll und das ist das tollste überhaupt an den ganzen kanal hier finde ich ja ne leute das stellt doch alles andere in schatten mehr unser zusammenhalt hier sind alle leute die lieb und nett sind alle herzlich eingeladen hier mitzumachen du auch tobi wenn du möchtest das e bitte langziehen vielen feen ja okay muss ich mir merken vielen vielen jahren wie eine katastrophe ja nie ist alles okay aber kann man das mal zwischendurch mal aus muss ich mir immer ein paar mal hin und er kommt da soll ich einschreiben das macht nichts opa hat alzheimer so ein bisschen die jüngste das post am rande hier nicht sowieso guck dir dann an klasse marcus genie schei butscher marcus ober schreibt mir mal vor 20 uhr mal eine nachricht mag ich muss ich aus dem spiel raus hier muss ich dann anhalten und dann ran und dann kann ich da irgendwo hinschreiben und ich glaube nicht dass die anderen damit einverstanden sind und muss ich ganz ehrlich sagen habe ich auch gar keine lust zu jetzt bin ich echt jetzt im moment nicht ansonsten ja weißt du ja alles gute tobi sagt thomas ist das nicht toll hier für das finde ich gut bin ganz ganz stolz auch echt toll gut man in meinem alter muss ich auf die psyche psyche und so achten damit ich als renner dann auch mal was im live stream simulieren kann was gut bauern schafft feen ja 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 man denkt nun dorio könnte ich mich so ein wenig jetzt heute kann es auch opa tobi sagen da passt so schön ist das heute auch ein stream ohne big back gibt adrian jahme sicherheit weil da liegt das eigentlich das kennt ihr mich ja mittlerweile also die die mich kennen oder so da das kommt oder kommt nicht oder oder wir schnacken das mal ab oder wie auch immer nicht wie in den paar markt aber auch kein ding es geht mir um uns alle um das was wir hier machen um die landschaft tut mir gut wenn wir hier gucken schönes wetter holland ist doch herrlich und alles und das muss das muss passen aber jetzt nicht mit den olden dinger da über den acker knabbern hier oder so das ist nicht drastgebend für mich jedenfalls nicht und wenn das so kommen sollte mal irgendwann oder was ich im halben jahr oder so dann kann man doch immer noch machen durfte so nicht weg claudia hast du meine lange nachgewiesen gelesen also mein butcher und co und alles gut tue ich auch so klasse moin aus stocklitz elias teil haben ja danke das ist alles wirklich spannend leider holt mich gerade dass wir alle leben ein bei finia finia völkern dann lasse ich die aufhalten und lasse ich vor allem die ärgerung vom realen leben aber das geht man nicht immer weiß ich also mobilen rausgekommen hier meine fresse doch kommen noch pulburg park farm sucht die vorgesehen von sehen ansonsten sind wir noch höchstwahrscheinlich wisst ihr doch jetzt schon dann irgendwie vielleicht morgen wieder unterwegs muss man gucken ich muss erstmal abbeten morgen abwartet das weiß ich auch nicht muss ja man lesen update macht wie gesagt das 16er das soll da morgen gemacht haben mit abstürzen teilweise kann man kommen kann man nicht kommen bei uns ist gekommen gestern schätze mal zu 90 prozent war das das weil das stand in dem moment wird mit sieg microsoft da unten wenn sonst mal was ist dann steht das da nicht nur fehlerberichte nochmal angucken ich heute auch nicht zu gekommen denn mache ich das das dauert ein paar stunden war ein zwei das soll ja komplett neu rüber und dann die grafikkarte noch mal und immer sehen wieder was dann zeit ist eine ilse basteln wo wir jetzt habe ich sie anschalten steht da umschalten rechts wie meinen die das umschalten rechts ich musste mal gucken was die damit machen wollen mit mit umschalt rechts die taste umschalt rechts irgendwas bewirkt die dann da irgendwas macht die ich schreibe dir morgen nachmittag um drei mal ein ahoi und einen schönen stream noch opa max wollen am bett oder wann ja mach das schreibe mal hin falls ihr solche leute habt die probleme mit ls haben verweist an mich ist nur ein angebot hier habt ihr andere sachen zu tun ja ich habe schon verstanden wenn man einer hier fragt hat irgendwelche probleme mit mit links wollen wir einfach sagen das soll mal alpha mohr fragen nach soja habe ich schon habe ich schon mitgekriegt dass er vielen im chat hier bei uns hilft ja das haben wir auch schon mit sagt ja klar darum ja ja also spielst mit muss ja heute nicht nur viele sind jetzt hier im 17 auch gar nicht verändert diese einfach aus mord hat oder so die kennen die eigentlich alle und so ein paar trecker tüdel über die passend verändert und dies und jenes so ein was mir nicht gefallen habe bei den john derner und kam und dadurch werden das privatmords ne guckst du jetzt noch mal deine lock ich freu jetzt das wetter mal durch die scheune alles gut alles gut wichtig wichtig ist das vorher sozusagen auf die abgeladen sind und wenn die spanngurte stehen machst du spanngurte los und kannst durchfahren da passiert nichts muss spanngurte also immer losen naja nee der auf der url das ist doch hier so ein autolot auf lier wenn die im autolot verfahren drauf liegen brauchst du ja auch keine gotte sind sehr fest jetzt die auf dem auf lier ab machst du spanngurte fest fest vor die scheune löste spanngurte fährst rein gibt es keine lockfehler kannst du die ballen direkt vom auf lier verkaufen dann der scheune genau wie mit der kehrfahrt ballen gabel wenn du da rein fährst und der zieht dir die wenn du die attach das und zieht dir die von der ballen gabel runter und dann hast du die lokeinträge für jede balle das machen sie macht dann dreimal und dann kannst du starten da könnte ich irgendwie mitspielen teufel die du hast die mut ja nicht oder dann kannst du nicht mitspielen einfach wo hast du skype und die gibt es auch nicht teufel nicht weil du da bist nicht aber nichts mehr zu tun aber ich habe die mal vergeben außer an meinen jens und ralf und und kai die sind schon ewig dabei und da wurde dann schon nur damit getrieben und seitdem vergebe ich die irgendwie mehr da war ich gutmütig habe gedacht mensch auch den lütten bengel der fragte so nett und ein johnny und so ich sag komm hier hast du ihn egal da aber nur für deinen pc zu hause nein kämmerlein ja prompt nächsten tag wurde das gleich breitgetreten hier im chat und dann war hier die hölle los hier kriegt die wir nicht und hast du nicht gesehen und da habe ich gesagt alles klar gut ich nicht mehr dass ich mich auch absolut keine diskussion mehr ein ist auch nur der gleiche name wie hier im chat wieso kommen von dem feld so viele ballen runter ja das ist in einer einer map nicht so und zwar weil ich das schon das zweite mal eingesehen hatte dieses jahr seitdem ich die maps spielen oder dritte mal und jetzt haben wir hier ja mit mit pflügen und dreimal düngeln also 100 was weiß ich wie viel prozent ist hier runter gekommen nicht richtig ein bisschen gepflegt den ganzen kram und das natürlich auch mehr stroh runter gekommen weil bei anderen maps ist nicht oder bei anderen feldern wo wir das noch nicht gemacht haben da ist und auch weniger ballen das heißt mehr ertrag mehr stroh mehr ballen logisch ich habe da nichts an der ballen presse oder irgendwo rum gestellt ich habe so schon genug ballen hier kann mich auch erst gewundert das mal nachgeguckt er ist an dem wobei ich hab dir bei facebook geschrieben mister ist peck das ist klasse als boy hallo meine ja die ural macht bei verschiedenen triggern probleme kann auch die ball paletten am scharfste blockieren ja richtig da muss man immer ein bisschen darauf achten das war im 15 auch schon so ne wenn sie das wieder klasse du gedacht wo du geblieben bist mensch hast du auch ahnung von cp hat gesagt ich darf mir einen eigenen e mail account machen kevin kevin eckhardt labs so das war gestern war es jetzt labs der name sagt mir was kevin ja du hast sie einen eigenen e mail account machen ja klasse und es ist nicht der frauen name sabine ja genau das war ja kevin ist dann von seinem mutti auf dem links gewesen jetzt musst du dir ja hast du doch jetzt gemacht kevin eckhardt labs jetzt hast mehr e mail nicht dass er hier youtube kanal erst so klasse guck das hast du einen eigenen youtube kanal klasse sache musste mir ein bisschen anständig mit umgehen mit der ganzen geschichte weil da geht mir dann gewissermaßen auch ein vertrag mit youtube ein also kein schilder treiben damit das geht wieder so schnell kevin eckhardt sandra sandra war das genau so war das auch diese paar mal noch hin und her eine pass hat alles kaufst du das big pack dlc blumen noch nicht weiß ich nicht das warst du brauchst vom big pack brauchst du auch nur warten das ziehen sie bestimmt bald irgendwann raus und christi als moz oder was keine ahnung nur geduld haben in hesse treibt sich auch schon mal im chat rum sag mal ja der ist ja wie die pest ne der alte hesse ne war moin opa hatte was hast gehabt fünf hatte bis fünf schule und jetzt bis 17 uhr komfort alter schwede geschieht ja recht was wissen was gelernt junge kaum hast den pc an hast den hessen auf halt hier du machst ja gar nicht mehr den knopf an machen da wenn nur noch hessen hier summierte summierte hessen beziegen in die schäfte also anfrage ist raus viel was gegen hessen gar nichts überhaupt nichts ja nie verkleinbar mal hier viel ab und zu gibt es ja auch mal einen witz gell aber naja und das war jetzt nicht speziell auf alle hessen gemünzt überhaupt nicht ein schenk zum beispiel ist mein bruder bei der apple war auf diesen hessen hessen gaming gemünzt und wer weiß wie ich das mein ich habe gar nichts gegen hessen überhaupt nicht gegen die mann da kannst du sehen ist das sind für ein ober arsch wir machen uns hessen nicht natürlich alles gut viel siehst du ja nie wie geil die da denn so heißt auch nicht mal lernen ja weiß siehst du hessen nein das ist spaß und was für einer genau für schönstes bundesland deutschland naja da lässt sich überstreiten nicht viel ja naja da ist ein magere boden der worte ist dann ne wachsen nur rüben und mir gar nicht aufgabe ich wieder und nente naja gut ja weiß sie ist brandox hessen siehst du kommst aber hessen du siehst du ist doch schön war ich oft genug eine edertalsperre hier im waldeck dahinter für viel man früher eine freundin von mir die großeltern haben wir gewohnt haben dann hof gehabt ja auch ganz oft so deck waren wir sud eck und durch das was sagt bei chorbach mit führung getrieben viel motorrad gefahren haben schöne ecke ja ja bei uns ist sehr guter boden sagt louis ja das sagen sie alle umsonst sind die marschbauer nicht alle dick und fette aber ne lo mann überall was überall plus und minus oder bei uns so und dort kommt das ja auch gar nicht drauf an alle vertragen wollen wir selbst haben österreich ist auch schön ja eine feine sache wechsel aufwart edelweiß nicht aber war noch da gibt es doch was anderes nehmen wir wollen das ist dann denken wir ja meist immer gleich hier berge alpens und so waren wir haben auch anders weil sich enzian gibt ja könnt schön hier knuff und brennen junge 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 die du dann doch wo wohnst du sich die andere über die ocken ich bin wieder nach gamer 2000 schön hallo wasser wie heißt deine ballen gabel erna erna die heiße pike ist das hier ballenpike hier guck auf die der farbe ausgesehen muss man schon den kopf so in eine süße tag da ich einmal im auskommen kann man das noch besser so wird sie geschrieben zu finden auf ls portal müsste ein bisschen weiter hinten kommen das war eine ballen gabel die ziemlich zu anfang das alles 17 rausgekommen ist also nicht gleich die ersten drei und die gibt's ja gar nicht von laner tools aufmachen gucken und dann zurück seitenweise zurück wo genau weil sie nicht müsste gucken gibt's da aber weiß ich ganz am anfang ja also zurück ja zeigte google spike kerfab ist ls 17 bei kerfab enter kommt fast als erstes ls portal der link oder noch andere das ist ein paket oder nicht paket ihr könnt da eine rein machen kann man sich dann beim kauf aussuchen die gibt es für klein die passt gut denn an den nicht so eine zwei pikige und dass die große zwei pikig die passt gut hier an den kramer um hoch so um zu bütteln nein das gibt es zwei mal in sachsen war zweimal sachsen anhalt und einmal in hessen war torsten ist auch da koks morgen mal in 123 danke bitte warum geht das weiß ich nicht und ich wohne in dem hessischen ich will auch nicht warum das gar nicht alles wissen denn es gibt den zocker moin eis tlp so moin butscher so endlich fertig mit dem ersten schnitt ballen resultat ist 32 silage malen 32 und 26 rassballen heißt die guck an da hat auch so was geschafft ich komme selbst aus fritzlar und stationiert in frankenberg warum gerade allein die stationiert bis zur west wie bundetwehr oder das bundeswehr frankenberg also bewahren jäger oder sowas frankenberg ja richtig im wasser kuppe oder irgendwie dass sie doch noch mit segelflieger sowie damals drachen nach den bergern heraus oder so war ja so selbst gebaute sperrholz flieger wie damals war so zu einer zeiter wurde doch geübter nach elok guter motor wie geht es dir folge war geil so mann und wieder zu hause beide sind mit ihrem zu mir war zu mir gefahren mein sohn hat heute bein gepresst mit ihren a4 christa mit ihren deutsch fetischisten da naja ich muss mal kurz nach unten ich bin noch fünf minuten auf er ist ein sohn auch deutsch jahre richtig 80 guck ja schon lange her wo ich beim bund war da war immer einer wo ich beim bund war da war oder war das bundeswehr glaube ich und der radio gehört hatten da war auch immer einer und sagte dann auch immer abschalt von 40 war zurückgeschossen weiß ich wie lange her ist keine ahnung lassen sich doch tibis haben ja genau den lassen sich dann nicht da haben die aber wasser kuppel da haben die und das hitler jugend sage ich jetzt mal nicht da ihr wisst schon wenn ich meine waren da viel und da haben die zur flugzeugausbildung haben die so einfach nur so und da saßt du nur so drin denn so ein gestell da haben die segel fliegen haben dort fliegen erst mal gelernt aber da abgeht und also kamen lehrgänge gemacht oder entschieden kannst du nachgucken doko kann man lesen und also war ein gabel schon geladen super siehst du mal den mein busser gefällt dir das big bett und ich habe es noch nicht gehabt oder lukas ich habe es nicht ich weiß nicht ob ich es haben werde kann ich nichts zu sagen und das was ich gesehen habe die sahen gut aus das kann man nicht sagen grafen die sahen alle lecker aus nur zu groß wird schalten wir damit können wir nehmen denn hier einmal die breite zieht einmal an lang hier zack und dann hast fertig was du schreib so bin zwei stunden weg bei laura krankenpflege machen bis bis nachher opa krankenpflege bei laura was da denn los sie auch krank oder war echt ja nie da so was schiebt du krankenpflege machen bei laura so heißt das jetzt krankenpflege na ja kommt auch auf bolzen jungen nur einmal pionier immer pionier jung pionier talmann pionier schwerer pionier spezial pionier sag doch gleich bauern spezialpionier ist feldlager betrieb die song von bini brandox jetzt grauscht hier durch kann ich mal alles lesen morgen wie fern geht es geht es vielleicht einmal mitzuspielen ls 17 zocker wenn wir mal ein surfer haben ja habe ich aber nicht muss ich alles noch mal einrichten irgendwann hier auf diesen dinger nicht dieser konstellation hier das geht nicht da sind privatmords bayern also macht und die gebe ich einfach nicht mehr außer haus hier wie gesagt das hat nicht nichts mit jedem einzelnen zu tun warum oder wie oder rat muss ich habe mir einfach gesagt was mache ich nicht mehr und fertig weil ich komme dabei in deubels küche nein weil auch so mord nämlich ein copyright drauf ist und wenn er dann verändert irgendwo anders auftaucht außer bei mir im stream oder let's play dann kann mich derjenige morrow an kandhagen kriegen und das kann nicht gerade unbillig werden und hat sich einfach nicht ein das ist gut bei euch wie immer schöne grüße aus dittmarschen wenn ich meine moin tag das kann pflege heute heißt dann habe ich in jungen jahren jede menge krankenpflege gemacht frag mich mal ich bin bloß nicht mit der ziege moped gefahren das brauchte ich nicht oder auf nur ziege naja gut ist vielleicht frauenmangel da hinten in hessen was macht sein oder nicht in hessen allgemein ich wieder eine angepisst fühlt nicht viel hier brannte was haltet ihr eigentlich vom kettel und raps keine ahnung sondern jetzt vielleicht in diesen dörflein dahinter und berge da wo wo janni wohnen mara sein und irgendwann kommt dann immer so ein playboy magazin über den berg geweht ja nie findet das und dann geht es natürlich rund guckt ja da rein mensch die sieht ja aus wie mutti wie mache ich das denn jetzt zuerst entdeckt davon ein faust die genügend denn nicht mehr ja und ja das könnt euch selber denken so opa du bist der beste max danke ja muss jetzt weg freundin helfen bei denen hat es gestern gebrannt kommt später wieder so heißt das jetzt bei denen hat es gebrannt bekommen auch nennen in hessen ist echt frauenmangel stimmen potter siehst du an nox habe ich mir gedacht wer geht das sonst auf die ziege oder eine melkmaschine ran vollzeit krankenpflege nach der schule oder lehre früher ja 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 tipps vollzeit krankenpflege das wäre dann so die sogenannte prostitution ewig diese hessenwitze nehmt doch mal rheinland-pfalz da gibt es nichts außer flüsse und wein film du bist doch gar nicht lange genug hier war meinst du mir sonst alles auf die schippe nehmen ja nämlich ja sogar selber auf die schippe habe ich auch kein problem mit wenn das spaß macht ne so wieder da ja das ist schön ist der guck und schon mal wieder einen live stream auf losberg ja let's play meinst du kam doch heute gerade ja ne live stream sollte man ach so ne aber mal wieder ja da mal sehen was war da noch zustande kriegen wenn wir gucken dass sie da mal irgendwo so ein stimmen generator her kriegen vernünftigen nicht diesen software mister und die pflege immer mit brandschutz ja ist richtig ich bin froh dass es dich gibt als youtuber max ja ich freue mich auch manchmal immer hilfsbereit netto helfen mir schön und ich alles alleine abpiken da wird ja wahnsinnig wenn er fertig hat hier acht stunden stream und dann hier nur rumpiken oder war nicht das war jetzt der dritte fuhre noch welche an der bga stellen oder alle verkaufen weiß ich auch noch nicht hier liegt ja noch genug zwei fuhr habe ich ja zusammengepackt da noch dahinten haben auch noch ein fuder da waren noch genug drin wir dreschen da hinten auch noch dort kommen auch noch wieder was zusammen aufrecht er hat verscherblich sehr erstmal genau so teuer die in die bga schmeißen oder die gehen an pferdestall hier in häuschen pferdestall jo 3 weisen sich dann ab nach bedarf und dann verklappen die weiter wenn sie machen das immerhin wenn dann alles so zusammenrechnen ist es hat mir was ist euer lohn denn wir können den schümmeln um schützen fest müssen zucker warte abfüllen und ein bisschen ketten karussell fahren ja mit 40 jahre woher kommt denn da ja winkt euch den verein bei jungs macht die gut ich jetzt erst mal neun rolle ja ja ein holzroller melicht 38 guck mal botscher wie schön roller fahren kann ein mein kind macht weiter so so jetzt sag mal bitte 123 test test 123 test test 100 prozent sicher und du meinst aus tante hilse die kuhensaat kombi kauft der flug aus wird sie müssen mit die alte kröcke da waren doch schon zinken abgebrochen und also mister habe ich weiß nicht was er kommt ich habe gesagt also mit fritz schnacken kuhensaat kombi und dann gleichzeitig zum mais legen das ding auch noch dazu werden wir sehen was kommt nicht aber ich weiß nicht wie geld darüber bleibt wenn sie dann auch hier karl heinz freikaufen will oder jemand da wundervon kommen sozialstunden bei ilse oder was mal gucken abends wieder rein in knass was soll er machen bei ilse ohne führerschein wo für liegt und dass ich noch her kann denn so happy denn jens sag mal 124 nicht test test bw fan weil du kannst das ja nicht lesen sehr gut opa ich auch mein mutter und team renne deppel moin danke freund butcher erst im ist der beste ja die mehr preis also jojo natürlich so eine geile wird der neid bot jojo ist heute aber aktiv ist immer aktiv war ein deutsch das fiel gut ehrlich ja auch mal besser wie der neid bot das jojo so so wie das deutsch johannis moinsen säcke moin der mottenmann also wieder der motto danke hallo wir nehmen wir mal im stream meine jungs haben ihre beiden deutsch geputzt und mit wachs poliert mein sohn muss morgen früh wieder zur schule mit seinem deutsch und ist dein butcher diesel auch wieder am start ja ja ist gefällt mir ein deutsch zur schule aber sonst ist alles gut oder kann sein den deutsch mit wachs poliert nicht schlecht gut aber das war jetzt nicht so richtig ernst gemeint oder man macht ja seine ausstellungsstücke ist okay aber vorher fährt er irgendwie mit mienen und einkam und dann wird er mit wachs poliert naja gut okay dann kann das ja nicht viel sein das land nehmen wir so viel zeit hast und polieren noch zeigt ist noch ein massel heidrich moin sum sum sagen man mann der modde sumpt doch nicht immer so und frisst locker eine klamotten schade ist mit motten sind im kleiderschrank über jenny etwas anderes ja wirklich so gummi morgen die frage so lange rein den dinger ich mache erst mal schluss bis morgen nachmittag opa schönen abend noch euch allen max wenn sie tun bis morgen gleich das gibt gleich pizza wie wäre ein stück brandoktor sicher sicher lecker pizza ist immer gut das gibt es bestimmt auch noch irgendwann nochmals was denn los ist ha ha dann sitzen wir hier zwischen hunderten von pizza kartons allgemein so hin und her schicken und so ne sachen dann auch irgendwas werden wir uns da auch noch mal ausdenken wir mal ab irgendwie so mitte deutschland mal was finden denn oder so bist du denn zu farms kommen jens oder was würde ich aber gerne aber klappt dies ja nicht ja dann geht das halt nicht und du tor reif nicht immer noch arbeiten habe ich mir noch nicht überlegt gerade genauso bis beim überlegen ja ich auch da muss noch ein bisschen zeitlich passen noch nicht zu eng ist ihr seid ja noch wir sind nicht der antage bohren doch das geht weil da ist wohl noch bei uns jetzt fängt der urlaubszeit im juni an ja da wird es dann auch wieder enger darum mache ich jetzt meine zwei wochen schon im mai und dann naja die anderen zwei wochen im september morden jetzt hat sich das alles ein bisschen ja noch sagte zum big bad dlc tobias nix keine zu sagen habe ich nicht ist er denn beim big bad ccc da ist auch so weit bei zum ballenpiken hier ein sammeln irgendwann also wie gesagt ich habe es auf konsole es ist schön animiert wie das ja das ist klar sind auch die schläuche wenn du die großen sehmaschinen hast die schläuche hinten sind verbunden und alles das ist toll gemacht aber braucht man nicht ganz ehrlich auch mal nicht was ist denn die kleinste sehmaschine wie breit ist das ding oder so 18 die macht die kann alles sehen außer kartoffeln wie meine brille die weizsichtbrille die kann auch alles sehen so ein ding habe ich ja schon braucht die ja nicht nur 18 meter weiß ich nicht jetzt so weiß ich nicht hier so eine texas map oder irgendwie sowas passt eigentlich auch nicht texas map haben wir denn noch da hinten machen wir noch bulten hin ich weiß weiß ich gar nicht haben die in texas sowie ackerlande das meist missouri dakota da oben die ecke das ist fruchtbauern ach nee quatsch da muss ich auch noch einen hinpacken bro haben den fetten riss im bildschirm max alter send mal screenshot von nicht dein ernst auch so pizza pizza taube ist fertig zum los fliegen ist übermorgen da ja auch macht nix werden wir wieder auf in die leckeres ok nix solange da noch keine haare aufgewachsen sind grüne kannst du eine gute bein gabel empfehlen ja massel kann ich hier die hier ist cool ich kann da gut mit ich will ruhig sagen ich kann da gut mit ich habe einige schon ausprobiert und so und ich komme immer wieder auf die zurück weil das ist eine eine kleine eine große und lang wir haben hier sogar die dings im spiel wieder die sonst immer im 15er genommen habe diese eigenbau ich finde ich auch gut muss irgendwie macht die ein bisschen mocken bei dem brand und dann rutscht mir die ballen dauernd habe ich dann ding im spiel haben also war teilweise die nicht die macht alles gut die die gaming mollen cooles potcher 100 prozent also wenn er mokt hat ding und sich brandox richtig die habe ich auch alle filmen brandox 21er snüffelstück und so war ne der ballon mit günsel sind die beiden ränder oben noch um ja hüben bg mit dem kleinen pin mit ein paar haare an der hat die karrikatur und geile legt man am bett die rassen kommen sie mich selber immer wieder ich bin am bett so wird ja da habe ja die neuen volk von handel so und jetzt geht es hier weiter sascha siehste klasse kutcher cool ist 100 prozent wie heißt die noch habe ich akustisch nicht verstanden marcelo ich tue aufsteigen jetzt gehe ich hier an die geförter dann zu gucken keifer bei gabe guckst du her fahrt ich trinke derweil schluck butter die aber auch damit oder noch besser liest ich tue so und mal so und brauchst den kopf sich zum stich halten nicht ganz so leute macht sonst auch ein nacken nacken was meinst du sagt bier werner und seine popan flöte ja gut hat not moped so laut ist wenn der kleine vergaser geile echt jetzt geht es bis zur baustelle nummer bergabbeln ja oh kohle nimmst du ein draht und tüttelsteen da hinten so ran ne die alte milchkarre da hinten da hinten und die beiden 40 liter botteln da hinten da hinten was macht rudy was darf ich nicht den ganzen tag du weißt du in holland hier voll an die spritze wie geht's dir kevin nie geiler kohlen putzer was macht rudy ja dann macht er christoph grede moin kerfab ls 17 bei monastra siehst du guck da mal schön rauf erst auf stieren müsst ihr da dann brennt das im gehirn ein jungen so eine ganze gehirnwindung das nur für kehrfab denn vergesst ihr nie wieder sie warst ja moin putscher ohne dich ist es wie in nordpol richtig heiß kalt mit mobbing moin ich hab schon sieben mal geschrieben wer ist da das ist echt doch moin eben so wird wie bitte mucken ne so er verteilt sich meine bremse alfa ja wenn er wird willst willst du meine die schrottige schrottige moped kaufen kaufte ich mein vorrat stimmt schrottige moped konne ich mir so nicht erlauben ist ja und auch gar nicht und somit ne und kürzen somit und hinter dir der lichtenste kohle das kannst du zu den anderen im keller bringen eine fasche sind ein rohrig nehmen wir die kohle im gesicht die beiden die geben einen aus hast die russen schon gefunden immer wieder gut so nu oma wollte hey jo naja m hey tobias siehste eckard äh kevin das ist schön wenn es dir gut geht doch und dir doch auch ne kevin oh nicht das ist nicht dass sie noch rinder kauft ist aber eben jeden tag gebraucht ob fördern melken ja ja sogar die wird man noch rinder kaufen schätze ich mal am munkeln war sie ja irgendwas aber die werden nicht so richtig mit der sprache raus wo wir dazu blöde wird hau ich ab dann was lieben wir wir lieben 100 prozent mit wo es blinke ist genau mensch heute das in die neuen wo es blinke ist nie du schieb klug an der seite raus salufried moin ja klar die sitzen wir uns im keller aha alles klar zocker von dem bono moin kann ich mal mitspielen noa da muss ich jetzt eine arche bauen dann können wir zusammen spielen hier geht ja nicht funktionieren gar nicht und du hast nämlich die mut nicht die ektor hahn oder ich das von mir nicht leider das sind die worte maut zum pauch und dort ihr alle mode so haben muss wie ich ja dann blüfter gut damit spiel nicht so sehr gut zack jo 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 ja klar geht mir das gut der kevin das ist die hauptsache das freut mich und deine mutter auch sandra war da ne alles im lot bei euch das schön denn sechmo ne petra so ihr lieben erst mal auf werden werden gehen bsp mal wifi was ist hat bitte gucken so in bülden lechtung achten noch es empfohlen moktor oder und für da nur nicht ganz herrn oder künste sind zwei kohlen ne ob wir noch ein bilden etwa die liegste hoch packt mehr preis noch sparen jawohl mein hund ist schon wieder abgehauen muss mal eben weg jojo fangst ihn jojo spielte jetzt fangen den spitz da kann man dann essen ja mutti geht es gut und ja da ist die hauptsache essen in ching chong chong christo war noch ein teller aber lieber nicht ich mag das auch nicht upsilie zack jojo ersetzt ersetzt geh einfach aber beim hinzufügen musste man die kursbequaxe so ändern da ist keine zahl doppelt ist und in der kursbequaxe mannes 78 ich habe alles begriffen und auch nichts macht nichts bis später mal winkel petra sito guck nachher wieder rennen tüftler schön schön das stream wie immer tüftler so soll das sein was ist cool was ist cool 100 prozent sechmo ne gift me molitan her ja auch richtig aber ja die kennen sie alle die schnacks ne kommt ihr da so geil ich finde gut ich habe mich auf die idee gebracht und dann haben wir hier fertig sind wenn man werner reinziehen das ist eine idee das stimmt ja jürgen stein kellner moin ja wirklich cooler live stream butcher wie immer achso jo ls farmer moin wenn es euch gefällt dann würden wir also bmw battle 2 wieder alles fit bei dir opa im schritt im schritt ist alles fit ist wie immer nichts hat sich nichts verändert haben sie liegt auf dem sack und pennt ne 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 zack da sind paar noch pietern und einherp wieder 8 uhr diesel nummer und holen und wir anfangen zu dreschen oder so was ich finde das ja so geil wenn mein opa platz nackt ja wenn wir so wir können mit groß worden damit zu dem jungen mit anfangen mit platz nacken kärin schön nach dem feiern botcher reinziehen perfekter feiern case ja das ist die hauptsache macht mir überhaupt spaß mit euch zusammen und alte bad naja heute sind wir mal in rudis heimat hier aber wird auch langsam seite man sich nicht alle gegangen in england nicht also scheiß jenen jeans auf in der ganze tag ist noch ein noch ein zacki zacki morgen grasbein wickeln die mit der hand oder war ja klar früher oder später habe ich das gelernt ja so schnell weg wieder geiler leise keller danke meine nachtschicht kommt gleich daniel gewollt werbel röckel moin bärbel bis auch erst mal neu hier schön hat wenn es euch habe schon acht mal geschrieben und botcher alles gut bei dir und werde als über das fenster das tut mir leid das war keine absicht das weißt du aber bei mir ist alles gut und ich hoffe über die auch gespeichert hast du gesehen siehst du wieder kolle offen das war ein bisschen arbeit aber was sollt das gibt ganz gut mal so zwischendurch für sprit und für eine rummel geld für jens und tor ralf schön wie im zucker werde oder die beiden sparen das und schmeißen noch zusammen und kaufen sich gemoinschafts mufo mit arz und lage mann wittig kommt auch noch mal ab hier noch alles startet hier wie auch alle runden im schrank immer wieder einziehen was gibt es doch schon wieder neue über 61 65 irgendwie bestehen geblieben glaubt die elfte ist jetzt draußen oder muss ich mir die bestellen also keller bin auch neu lasse ja irgendwie so den namen und gelesen guck dir das erst mal ruhe an ob dir das gefällt hier und so da kann man auch nicht gleich sagen weil wir haben eigentlich eine herrliche community alle mann hier sind wir alle zusammen machen die spaß so schon die halbe miete clio bio moin nils west moin an alle solche johannas kökler moin lorenz der moin johannes kökler moin sie ihn auch als mein opa hundert prozent du siehst mir was sein opa das auch ja das wird haben dann lupte der botte der traktor gott moin wer will moin noch mal wer will moin einmal moin lang die mieren dürfen hier ist verkehr nacken und der twilm und moin moin schriebs moin moin hat hier klein wir moors natürlich holen 6 die kombi licks und hau die wir genacken dann sagt aber er kommst du nirgends wo sowohl die war du wolle rotz gehören ist opa mit wieviel leute spielst du mit drei mit drei leute aus also mit ober inbegriffen hier ist das bei euch der nächste wenn man neun sagt heißt das einfach guten tag und moin moin ist schon wieder zu viel klappe bei uns ist moin tag und moin mittag und moin nacht und moin und alles ja und moin ist einfach guten tag und wenn du sagst moin moin denn sagst schon wo man da besser das geht ja so in etwa moin moin heißt vor uns eigentlich leck mich am wurs also leck mich am arsch für den plattdeutschen alten und da die ja alle stur sind hier und ob da jetzt ein fremder kommt und du verstehst das oder nicht früher war das so ein bisschen vorbeigelaufen moin moin opa zack hast wir genacken gehabt ich wohl die war bumm ne zack und so hat man das in gelehrt das macht dann zweimal dreimal wenn das vergessen auf jeden mal nicht mehr wo hast du das spiel gekauft lasse im geschäft ganz einfach ein geschäft wo man so spiele kriegt hier irgendwo bestellen können halt das bestellt hier weiß ich gar nicht weil ich das bestellt weiß ich auch gar nicht mehr irgendwo habe ich das her du bist dran moin do farbse 379 die sich auch moin moin du liebst gefährlich mein jung ist schon gesammelt ja ach so das meinst du ja das ist schon gesammelt genau ist schon zu viel junges abelte ich wundere mich schon da wo ich jetzt herkomme was ich überhaupt so viel sabbel hier ne bei grünen später vielleicht alles ok kevin alles ok moin mein opa andreas nips moin der traktor gott moin lasse keller ok er kann so ich weiß ja wie das gemeint ist nicht so schlimm bei mir nimmt der käfer bein gabel keine ballen au warum nicht musst du rein fahren in links und x drücken x nicht y x wenn du die gerade neu herangemacht hast dann musst du mal im reinfahren zweimal x drücken und jedes mal so ein bisschen annehmen du merkst du gleich beim los machen und packst du hin und machst wieder x aber steht auch x musst du drücken wer den ziegelhorst kannst du mal per platz schnacken mehr platz schnacken muck wie doch andauern hier oder kriegst du nicht mit doch putscher ohne dich ist wie kaffee oder ist es wie kaffee oder kaffee ja ist gut 100 prozent ja ja ich glücklich das beruhig dich ist ganz ruhig wie ein jung ne komplex na ja und die kenne gedanken um die männer uns kommt ich bringt die schöne jakt mit ne meine ärmels auf dem rücken auf x befestigen siehst du sagt mike octor putscher hat das spiel auf der erde gekauft jörg läuft das beruhig sonst auf anachie moin moin wachs aua genau ja so ist hat klatsch und dann wird er gut drehen holt und dann sagst du ne 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 da wär doch irgendwas ne moin gut klappt lasse keller wo 100 prozent siehst du moin putscher alles klar bei dir ja wo janek moin putscher heute schon die tonnette lackiert aber sicher voll lackierung gemacht für nougatschüssel ne das war ja alles klar heute tabaluga hier weißt du naja über sieben brücken soll zu gehen gehst du rüber hast du eine stehen naja zwei rama wie ist er denn noch hier wolle nee das ist ja er kommt doch von euch weg dahin näher aus schließlich holstein das anfang mehr im slogan komplett und so was war das ja genau die denn noch ihr mensch rat um das andere war peter maff ein naja muffen peter genau movie genau pete muffi jetzt haben wir so groß aus in der kamera ist ein lütscher kann man stellt so unter den teppich laufen war dann irgendwie sowas mein putscher kannst du mich grüßen ja sicher nico und so kann ich ja besser nun siehst du ja kostet 15 euro ja wunderbar der traktor gott klasse zu viel geneva putscher hör auf max siehste das ist ja muffen mit der muffi wandert muffen peter genau oder dann schreibt warzen peter warze ja andere lief ja damit sonst war gut so siehst du wohl da haben wir es ja gleich geschafft haben wir es denn mal ein bisschen machen wir vielleicht eine kleine hilfe spielst du online wenn ja kann ich mit rein nein ich spiele nicht online das volle einbildung hier ist was wir hier macht so nicht online auch kannst mit reinkommen hier wenn du willst kennst du bauer hermann tobias ja ja ich gehe sie ja noch mit nachnamen levin aus hannover ne ja sagt ja kein bedürf ich lebt er noch hoffentlich fein kerl fein gut das urgestein rufti udo ja genau punk punk udo fein auch geil ne udo saug geiles kult recht schon 70 musste sein locker ja irgendwie so hat sich gut desinfiziert ich weiß was fehlt grün land bearbeitungsmaschinen und rinder christian wo fehlt das bei dir wenn du so viel trecker deutsch trecker hast und so viel seene dann glaube ich sollte man da irgendwie mal was machen hier habe ich grün land bearbeitungsmaschinen habe ich hier auf map falls du das meinst und rinder habe ich auch genug petri kopf über sieben brücke muss zu gehen die jahre überstehen und so weiter genau fällst du dann in die asche rein oder in diese wand siehst du aus wie ein warzenschwein schwein oder so keine ahnung irgendwie so war ja noch so früher hätte wieder mal so ein ding an kronenburg karat von jocke halt das war eine geile gruppe man muss das nochmal überlegen der ddr und dann die sachen und töd und so und da durfte es ja auch nicht alles machen schon geil was sie abgezogen haben ja das war alles mit bedenken oder city 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 die ganze geschichte mir mal eingezogen von den jungs also recht gut ab klasse oder auch elextra ja was auch damals zu der zeit 70er mag auch von mir rüber gefahren zu sein verwandt immer über grenze und dann hätte so ein simka ab 3000 im teilen wenn der rüber ist den ort zeitschriften und kassetten aufgenommene hier und der mit rüber und dann haben die da sagt er damals sind ins erzgebirge man da hatte um an opa gewohnt da haben die dann ganze discos nach gefeiert also in der disco haben sie abgespielt weil die sonst die westlichen neuen titel ja nicht richten oder nicht abspielen durften ich sag war das können wir nicht gar nicht begreifen wir mussten los die platte gekauft über taschengeld haben und da haben wir die in der fete haben wir den aufgelegt und haben danach geschwurft denn das ging ja nicht alles mit kassetten und tonbänder also so kleine kassetten denn in der autotür und was erinnere verkleidung versteckt und oh ja das ist doch der hürlimann aber genau das ist so die hürlimann cool fährt sonst keine saumet außer butcher der fährt mit dem hürlimann her nicht gut der war hierbei bei der map ganz anfang weil ich mir gedacht wir können noch mal eine runde herum hürlimann hier und er macht sein job ganz gut 21 stunden aber schon abgerissen hat ding so für hof und tüdelüt und so eine sachen das macht direkt prima finde ich ja noch nie mehr oder das ist ja auch mehr deutsch drin als alles andere und ist wieder ein original mod nebenbei mal gesagt und klasse dicht daran guckt alles detailgetreu jede schraube sieht man und dann fick geil oder nun fans auch man kann nur nicht das ist nicht so schlimm marlon apiarius moin da ist er wieder nicht marlon bist du hier aus meiner gegend kann er nur niederrheiner 33 moin da will gehen wir 2.1 das ist unrealistisch du musst immer zurückfahren ja genau ich muss immer wieder raus fahren mit der zicken ich kann auch gleich eine andere nehmen die original hier drin die hohe da kann ich auch mit piken geht auch genau so mit mit und da komme ich hinterher mit dem autolot mod richtig richtig unrealistisch ja genau wir sind aber ja auch hier die unrealisten das ist ein spiel richtig wir machen das auch teilweise mit den anderen oder nicht ich finde eigentlich was wir schon an realismus oder versuchen mit rein zu bringen bei anderen habe ich das schon gesehen also über den acker jagen und machen und tun da darf ich bei so einer masse beiden jawohl manne mal so tun guck jetzt fahr ich raus hast gesehen das war realistisch wo die wo warst patrick wuppower winkel in abend und die wörlige moin wo die kase beziehungswein bin grad da über gut immer hektor cool bist du der hektor von von janni hier von hessengeming hektor moin er noch ein hektor damit ein spiel du der traktor ist blöd stimmt nicht der ist nicht blöd der ist absolut nicht blöd du weißt genau was er macht der traktor ich rufe gleich bei der polizei an wenn du den schlepper nicht wechselt damit dem autofahrer vollzug wird erst mal sofort weggesperrt ja genau so ist es wo bist du denn wieder ausgebrochen war man lange nicht mehr da kann mich schon wieder laufen lassen gibt es noch nicht 222 erzählen wir jetzt nicht die haben die ganz geheilt entlassen ich glaube kannst du mal in jannis dorf fahren kannst du ein geschäft machen mit deiner dixi ich glaube die scheiß neuen locker in wald oder so irgendwie so zumindest denken die sich immer ziegen in der gummistiefel schäfte man will sagen moin der traktor ist zwar noch wart ist felix der ist nicht blöde der ist höhlimann genau das ist unser kleiner muckelmann hier guck mal ich finde doch muckelig den glitten hier lass ihn doch auch mal muss doch niemand alles gleich platt machen ich finde das ist besser wie johndere nein der kies ist besser ich fordere sie morgen früh hinter der kirch aufs mauer sie dürfen die waffen auswählen mit handschuhe in der fresse zack so dann immer ganz richtig die leute die leute moin du alter feldfrevler ha 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 cool hier geht das schon wieder runter die leute ich muss vielleicht erstmal ein bisschen eine tasse negerschweiß holen hier oder putscher diesel doch mal weiter so ja mach ich auch denkst du dir ich hc m hn so man kann sich dafür irgendwann entscheidend oder was ich hc oder m hn was wollte ein bisschen gut was mein superheld er bringt mich zum lachen und ich vergesse meine sorgen 100 prozent und das ist die hauptsache Ich will nicht mehr, wie du hängst du. Ne. Dein Zettel hat auch nicht mehr, oder? Ne. Will ich nicht. Sprech dir nicht mehr an. Oha. Bring eine mit. Jawohl. Ich bin rund. Ja, aber ich bring dir eine mit. Komm her hier. Sir Henry 3. Hilfe, Hilfe. Und du besorgst den Abolator. Wo ist der GEMA 2000? Ausgerubbelt. Oder was da los? Keine Ahnung, Alfa. Keiner B-Truck auf der Map. Haben wir extrem gut gegessen, sag ihr. Oh, das ist schön. Ich war eher für IFA. Moni. IFA. Opa muss da wahrscheinlich erstmal bleiben. Also im KH. Was ist ein KH? Krankenhauser. Krankenhaus. Echt? Ja. War das nicht wegen Bauchschmerzen und alles? Echt nicht. Ich dachte, das wäre schon wieder gut. Wenn war denn der andere hätte noch einen flungen Aura da oder was? Marcel. Comic. Aha. Junge. 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 Lea wäre das. Lea grinst. Schreib doch Lea davor. Siehste, da haben wir schon das Problem wieder. Tobias Strohmann. Wie geht es euch? Tobias. Gut. IAC. MAN Fortrabant würde ich besser finden. Siehste. Hast du die Grafik auf sehr hoch? Nö, noch nicht. Ich hab noch ein bisschen Luft, wenn ich will. Hab endlich keine Schmerzen. Toni. Das ist gut. Toni war da mit der Hachse, ne? Oder? Krankenhaus. Ivan, siehste. Und? Wie sieht es denn bei dir aus? Nein, warum ich nicht geheilt werden konnte, ist wegen so einer durchgedrehte Opa auf YouTube. Der Kanal nennt sich Butcher Gaming. Sei ganz bekloppt, der altes YouTuber. Ja, den werde ich auch gern mal sehen. Svenny. Den kenn ich auch nicht. Hehehe. Hehehe. So, ich hau ab hier. Oh, hier, damit wir auch schon Wallabi nochmal eben nur die andere Dings holen und die... die Wulder vom Trecker holen und sauber machen. Och. Wie die Schwinen hier, du. Opa, wie war der TÜV heute Morgen bei dir? Joa. Alles gleich beim Bleiben beschissen. Hehehe. Ne? Oh geil, ne? Man lebt damit. Siehste, lachen kann ich ja noch. Über sieben Brücken muss vor, du Butcher. An die Tür steht Grins. Joa. Haaa. Könnte auch Kakao sein. Ne, Sven. Genau. Kakao. Kakaos. Hehehe. 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 Jawoll. Kann auch heißen. Stimmt. Lecker Kakaos. LKH. Hehehe. 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 Landeskrankenhaus. Hehehe. Lecker Kakaos. Hehehe. Hehehe. Was hast du für ein Heatset? Äh, Gamer. Ich hab kein Headset. Ich hab hier nur Knopfhörer auf hier. Da. Akküge. Hast du gesehen? Siehste. Ah. Geh schon so lange auf die Wachse langsam fest an Ohren. Hehehe. Hehehe. So. Zack sich das andere. Können wir das Gewicht mal eben wegpacken. Hehehe. Äh. Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals auf Hawaii. Ging nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans. Hehehe. Da hast du aber was verpasst. Hehehe. Hehehe. Erste Besserung, BMW. Ja. Elite Play. Moin. Iwan. Danke. Klötzenhorst. Huch. Dann fahr ich da schon wieder hin hier. Wenn ich gar nicht hin will. Klödenhorst. Ja. Liebe für alle, Felix. Das ist schön. Guck mal, wo ich falsch wieder ganz woanders hin bin. Wo ich gar nicht hin will. Mal so mal. So. Da hab ich alles fertig. Ups. Wupp dich. Äh. 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 Einfach Motorreise. Ach das liest du ja. Ja. Naja. Was hat er denn? Muss er bloß reinschreiben. Will ich ne. Was macht denn Klötzenhorst? Keine Ahnung. Gehen nur mir Klötzenhorst. Hehehe. Steck du Zocker. Moinsen. Na der Keller. Na hallo. Ja war. Opa. Tu hobbymäßig Crossfahren. Und hab mich hingelegt. Jetzt hat sich wahrscheinlich ein Knochen verschoben. Schön. Cross. Motorrad. Ja. Hab ich auch mal ein Beten muckt. Dann hab ich keine Lust mehr. Hoorah. Über den nächsten Sand. Zu gefährlich. Nö geht. Oh. Jetzt jetzt nicht mehr. Hab ich jetzt nicht mehr fit genug zu. Hab mich öfter gelegt. Und das letzte mal bin ich gegen Baum gehämmert. Ganz alleine. Da hab ich gesagt ich lass es sein. Nö. Scheiße. Könnte auch Kükenhose heißen. Ja. Einfach wo den Ordner kenn ich das was. Na man es 78 geschrieben hat. Wird klappen. Aber irgendwie muss man es doch importieren können. Achso ihr beide seid da wieder. Fachsimpel. Ich hab gehört dass Butcher Zuschauer eine anerkannte Krankheit sein soll. Und man hat als Fan sogar einen Anspruch auf einen Behinderndausweis. Ich glaube ich sollte, weil zum Amt. Geil alter. Kriegst du sogar Rente drauf später wenn du das regeln wiesig guckst hier. So, was habt ihr denn nun tun da? So, du führst ja, du musst noch kettüppeln, du achten? Ja, die mit dir, du, ey, ja. Hab grad umgesetzt. Ja. Dann habt ihr 8 Uhr. Das wär gut. Der Trecker wär da, der wär da. Dings haben wir gehabt. Was sagen unsere Kühe denn? Mein Kuh. Kühe haben wir mal. Alles klar, einfach. 86. Aber wir hatten ja jetzt was in den Dings drin. Krass. Auch da. Gas haben wir auch noch da. Du hast den. Dann muss ich die leider noch mal in Förderung machen. Äh, 2 Stunden, so. 2 Stunden sind im. Opa kippt nur im Beten-Tau. Wenn Thoral 4 liegt, längst fern bleibt. Und dann gut, Opa erst muss ich mal eben hin. Einmal Butcher-Diesel. Sagen, was hast du für Drogen verteilt heute? Äh, hmm, den Lef. Willst du auch weg haben, oder was? Ich komm Glicks voller, ne? Ich komm mir mal eben ein Beten-Butcher-Diesel. Bin ich auchs voller durch. Bis Glicks. Bis Glicks. Bis Glicks. Wie weit seid ihr da oben mit den Ballen? Ja, noch 2 oder 3 Wagen muss ich noch reinholen. Hm. Und dann werde ich mich erst mal um die Wölle kümmern. Die ist nämlich voll. Ja, die haben ja da schon ganze Zeit, ne? Ja. Christ, Mahlzeit. Christ, Mahlzeit. Boah. Ciao, Mama. Boah, boobs, flakes. Boah. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, BMW, alles gut. Jens, der Alpha-Moor fragt dich, ob du auch Skype hast. Ja. Aber keine Cam, noch nicht. Braucht man ja nicht unbedingt. Niederrheiner, moin. Genieß dein Bier und schau schön zu. Ne, wird dir bestimmt eine Anfrage schicken da rum. Ja, kann er doch. So. Markus, nabend. Ja, Alpha-Moor, hat er gerade geantwortet. Kannst du machen, ihn adden. So. Oh, Christian. Macht doch wieder mit, anständige Internetleitung und Losguide. Alles gut, Angie. Wow. Wäre schön, wenn es wieder klappt, Chris. Damit wir auch wieder schön was zu lachen haben. Ah, ist Chris auch da? Ja, Chris ist auch da, der ist im Chat gerade, ja. Moin. Da ist er doch schon. Guten Tag. Moin. Guten Tag. Moin. Ja, das Problem ist aber ganz einfach, ich kann nur entweder Discord jetzt so nutzen oder auch hier halt Dingswitze, mit Tennis auch bisschen durch. Das habe ich schon auch selber ausprobiert mit der Discord-App auf dem Handy. Ja. Ne, es wäre doch wohl auch schön, wenn es irgendwie klappen würde, weil dann können wir uns ein bisschen aufs Spielen konzentrieren, weil ich lese nebenbei in Chat, das ist beschissen. Na hier, Jensi, macht das Ding aus, ich moderiere hier. Ja. Du bist doch da, das ist doch ein Scout. Ja. Ja, aber das funktioniert irgendwie so 100% alles. Ne, leider nicht. Letztes Mal warst du ja auch wie der Roboter und alles, ne? Ja, 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 darum, ja. Ne, aber du musst moderieren, so geht das nicht. Ich muss mich beschweren beim Chat. Die Leute wollen mich doch gar nicht hören, du. Die wollen dich. Ja, ja, die wollen mich, die wollen alle mich. Die wollen alle mit mir, über mir, neben mir und so. Mhm. Siehste, jetzt kann ich den Chat nicht mal mehr lesen. Das ist total rotzige Macht hier. Hm. 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 Mhm. Hm. max ihr stellt auch immer die gleichen fragen wenn der opa nicht da ist wo ist oper er hat keinen bock mehr der lässt uns jetzt alleine weiter spielen ja lehmann ist doch da kaffee holen kleinen schmüll kaffee und tante meyer wahrscheinlich genau das wilde nougat schüsse zum platzen bringen mal gucken heute ja nicht so lang machen wie erst dann ja du musst dann ist es aber youtube oder so weil wir sind ja noch drin im spiel das wird auch nicht mehr lange dauern bis draus also es war bisher immer so gewesen dass aus dem spiel darauf liegt doch jedes mal wenn der kaffee holen geht so alles wieder gut war das team ist aber offline ist wieder an was wir da an ja ja warum passiert dass immer wenn du kaffee holen geht keine ahnung ich habe das jetzt auch nicht gesehen und mich claudia sagt das eben und da habe ich aber aber das muss youtube gewesen sein weil der rest war alles da ja und dann ist das youtube wenn ihr weiter schnacken konnte dann war das youtube genau so dann schnappen wir uns ich schnappe mir mal den drescher und dann fange ich mal an den raps roma zu beißen den christ mussten war noch begrüßen da ist jetzt gerade mit dem discord hallo christ bist du da ja 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 das hört sich ja ganz gut an wie kommt es ist am pc ja ja aber wie gesagt das ist trotzdem die leitung hier manchmal spackt rum und dann stoppt das ja so abgeschmiert war ihm ich weiß gar nicht hatten wir da jens da ein acker weiter stehen da noch sonnenblumen die 14 glaube ich ne guck mal eben wo ich da nicht händeln weil dann kann ich aber ich glaube da waren irgendwo noch sonnenblumen auf den können die nämlich erst abfressen soja wohnen das dürfte könne mal sein die 15 sonnenblumen sonnenblumen sind diese ist die 16 ganz unten muss ich das schneidwerk nehmen die 14 sind sogar wohnen die 14 sollten so ja dann nehme ich das schneidwerk okay weil ich nur ein hänger habe und wir auch weil kohle sind sind aber sonnenblumen ja gut auch so dettler fragt ob nach 22 uhr neuer mitspieler dabei ist benedikt von schlepphoden benedikt von schlepphoden ja kann angehen die schlepphoden aber auch so tag dann holen wir uns erst die bohnen auch egal weil wir müssen erstmal war der raps muss auch noch einmal voll tinken bitte der tank von selber ist eine abschlagpistole dran kennt jeder eine abschlagpistole klack also jojo wenn wir das weiter so schön und schreibt sie an den chat den brauchen wir auch das spiel konzipieren ja das macht julio schon gut jetzt die letzten letzte zeit erst ein klasse super night bot ja war hier zum bruder das kann ich mit spielen ja ganz da ist das nicht unser polizist? Tim? Ne, das war Pöllner. Der hat wohl kein Bob mehr, der hat wohl Dienst heute. Dienst an der Waffe. Gibt da noch Schreibmaschine? Ja, ja. Ein Fingersuchsystem an der Schreibmaschine. Dienst an der Waffe. Hat das Gummiband aus auch in der Hose gezogen, hat den Fletcher gebaut. Autofreak, moin. Na Tim, kannst machen. Komm rein hier. Tim geht leider nicht wegen privaten Modes, Angie. Ja, genau. Hätte er auch ausprobieren können. Max Strubbert. Nein, Tim. Achso. Bisschen Ha-Balla-Balla. Privatmodes. Yo. Die müssen es nur lesen. Ihr solltet als Antwort nur noch lesen geben. Jojo, hast eigentlich recht. Ja. Oh, man macht sich auch so ab und ab und Thomas und Lüttens Boos, ne? So, da können wir uns das gleich in eins mitziehen. Dreck aus, haben wir ja nur noch die Großen hier. Mit Gülle. Pflügen. Pflügen muss man nehmen. Warte, steht der im Weg. Stellen wir den daher so lange. Auch egal, ne? Ah, ist mal ein schönen Schluck Butscher Diesel. Schön heiß, du. Ah, herrlich. Christoph Otto. Moin. Wie heißt der Server? Ich hab keinen Server. Wir sind nicht, wir haben keinen Server. Das ist ja das Ding, ne? Du bist der Server. Ich bin der Server. Wir surfen hier. Surfbrett. Wie heißt der Server? Wie hießen die noch? Kamelia, die Frauenbinden, da? Die Schnurrbart binden. Achso, warte mal. Das wollen wir auch dann nochmal Checkung machen. Aber die sind nicht so groß, die Ecken. So, Ralf, hast du gleich Bock in der Runde zu flügen da? Ein bisschen? Ja, ich fahre noch jetzt. Ne, das mache ich erst fertig. Die Ballen rein, oder würde ich gleich noch die Weltpaletten, die sind voll. Ja, mach, bring weg. Warte mal, muss noch mal gucken, warte mal wegen Preis. Wolle. Ja, oder ich nehme sie erst mal raus aus dem Trigger. Gut. Und wenn du, oh, ich sehe das gerade. Jetzt fahre ich, wollte ich Dings fahren hier, weil der Wetter gut ist. Wenn du Zeit hast, kannst du auch noch mal eben die Kühe versorgen, bitte. Sauber machen. Was auch Dings. Und Kraft, Kraftvorder ist ja in den Dings drin hier. Brauchst du nur den grünen Hänger nehmen und dann an eine Mischanlage ran, weißt du? An eine Mischanlage, ja. Die ist voll. Und die dann auch wieder voll machen. So. Also Tim Bohner, du kannst mitspielen, indem du dich in dein Auto sitzt, zu mir kommst und mein Sandkasten umbuddelst. Jetzt haben wir keine Hänger mehr hier, wa, wa, wa. Woh, woh. Irgendwie nicht so richtig. Geiler Drescher-Opa, sagt er, Max. Ist cool, ne? Aha, er meist, was sich da lang alles bewegen tut. Ich finde ihn auch gut. Sagen sie also, Rostel, Marsch, scheiß Rosche und sowas. Stimmt gar nicht. Das kann auch runter da hin. Aber ich fange erst mal die Dinger an, die wir da neu zugekriegt haben. Weil das ist wieder Zeugs, was nicht richtig gedüngt wurde. So, immer abbeißen. Und den kannst du mir nochmal, weiß ich auch nicht, wir haben ein paar Hänger kaufen. Cool, haben wir genug. Dann kannst du mal abtanken kommen, dann. Ich will gleich nochmal einen Hänger holen eben. Ja, mach sowieso noch Ballen. Musst du da entweder den Fan klauen da oder den Deutsch kannst du auch nehmen. Weißt du, was da rumsteht? Ja. Weil den Kram, den brauch ich jetzt ja noch ein Kettüppel zu führen. Drei Ballen waren das eben noch, das hat sich gelohnt. Ja, wir haben die Kühle versorgen, dann kriegen wir in der Nacht wieder ordentlich Kohle. Für die Wollpaletten, was nimmst du denn da für eine Gabel? Ja, die Palettengabel, die liegt da auch da auf den grünen. Wo die alle liegen da, packe ich die immer wieder hin und empfinde die gehen da wieder. Butcher, der Alpha-Maur, der hat ja auch eine Anfrage bei Skype geschickt. Oh, okay, trotzdem danke, Säcke. Jo, bitte. Oder was? Ach nee, Opi, habt ihr auch? Bei Skype, jo, gut. Frühmorgen mal, ne? Oba, willst mal meinen im Server mitspielen? Der ist nice. Tim, hab gar keine Zeit zu, du. Wann soll ich das noch alles machen? Muss Ilse basteln und hier und da, dann Krankenhaus und da schaffe ich alles nicht so. Garten, tausend, ne? Aber da hat der Claudio alles gemacht. Die nicht wär, dann könnten wir auch nicht streamen. Echt. Haben wir selben Drescher Gamer 2000, ja. Und geht ihr auch rein auf Flöten jetzt? Oder muss ich jetzt wieder einen B-Trag holen? Mann, der geht ganz schön ab, der, 40 für den Russen. Der ist schön, ich find den gut. Ich auch. Aber der, der ist ja auf Europa umgebaut, dieser hier. Was war das jetzt noch? M661, ne? Oder M661 oder so. Danke dir BMW-Fan. Und die gibt es mit Mercedes-Motoren und MBO-Motoren. Also, ne? Dieses Ding soll nicht für den russischen Markt gedacht gewesen sein. So, dann haben wir da Bohnen. Dann hauen wir erstmal die Bohnen dran ab. Wie wird ja auch noch Schwienköpen, ne? Dann fahr ich da hin, komm ich mit dem Schneidwerk da durch? Keine Ahnung. Gut, Jungs, ich hau jetzt alle ab. Und wollen wir los. Ja. Jo, jo. Bis weiter. Jo, ciao. Tschüss, bis nächstes Mal, Chris. Schön, dass da warst. Ja. Jo, bis nächstes Mal. Durch verforsten, keine Ahnung. So ein bisschen dümmlich da. Versuch mal klug. Warte mal, das haben wir den. Entweder kaufe ich jetzt, ich muss ihn mal eben gucken. Nützt ja nix. Und alle Mann hier in den Gänge sind. Einmal eine Garage gucken. Träckers haben wir erstmal genug. Die beiden sind in den Gänge. Kann ich das nicht abziehen, das ist doof. Ein Missstreuer kann verkaufen, da kommt ein großer her, wenn das soweit ist. Wasserwagen, oh okay, das Ding brauchen wir auch. So ein, den haben wir, den haben wir, den haben wir, das geht. Das Toilett zum Abführen. Geht nach rein. 14.000, da müssen wir abfahren. Zum Fliegel nehmen wir 14.000 oder soll ich zwei neue kaufen? Tor Ralf. Doch den Fliegel nehmen. Den Lütten? Ja, ich sage ich. Zum Abfahren, ansonsten muss ich zwei, zwei Drehschemel nochmal holen. Oder warte mal, oder den anderen hier, den Kippauer, den wollte ich auch nochmal haben. Wann jetzt 57.000, 51.000, die anderen hier, wo ist er denn? Na, wo ist er denn? Die Theraner Molleneu, den hier. 57.000. Scheiße, den holen wir uns jetzt. So. Da musst du nochmal entweder den Fendt oder den Dings vorklappen nehmen. Ja, alles klar. Ich mache jetzt erst die Weipaletten. Ja, zurück. Ja. Jetzt kümmere ich mich um die Kühe. Ja. Muss man ja nur mal zwischendurch mal eben das Ding herbringen, denn. Ich fange jetzt ab zu dreschen, denn da. Die Bohnen. Lelelele, Hauptfarbe ist das. Den kaufen wir jetzt. Aber gut gekauft, ne? Fickgeil. So. Krampel 900. Steht bei Wilhelm, ja? Steht bei Wilhelm. Ja. Kannst du so wegholen. Der wird doch noch drinnen sitzen mit Rudi, wa? Mit Sicherheit. Rudi habe ich heute Morgen um sieben schon mit dem Fahrrad wegfahren sehen. Am flöten. Am flöten. Tut, 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 tut. Sag Rudi, wollte ich noch, oder noch? Wilhelm nicht hier nach, äh, Richard. Wilhelm ist ja sein Cousin, der ist ja in Landscape. Ach, links, ja. Richard. Wir sind ja erst aus England wiedergekommen jetzt. Ja. Nach Rudi hat sich natürlich gefreut. Ne neue Ladung, äh, Geneva. Äh, Geneva, ne? Oh. So. So, ab in de boom. Ne? Oh. Doe ich mal fast. Super. Dann soll wegkloppen mir den Kram. Ach, ja, Putsche. Putsche und seine Zapfwellen. Hatte letztes Mal auch einer gesagt, die richtig Zapfwellen gar nicht angebaut. Hat gar keine. Da war wieder so ein Schlaumeier, der mir da irgendwas verkleckern wollte. Ja, jetzt ist er auch nicht dran. So. Schönes Teil, ne? So, abgeeit. So. So. Den wird wir mornbenen dreschen, aber den Schiedronner krieg ich hier von heim. Hm, den Bruno, sei leise. Wer soll leise sein? Sandkastenumgaben, Tim. Wat? Was ist denn hier los? Bin ich mitgegeben? Hallo, Butcher. Jason. Hallihallo. Na, mein Jung. Wie geil die dat? Der Chris hat er gesagt, äh, weil er gefragt hatte wegen Mitspielen, sagte der Chris, kannst gerne zu mir kommen, Sandkastenumgaben, dann kannst du mitspielen. Oh, ha, oh, ha. Ja, aber das hatten wir doch eben schon das Thema, oder? Mit Mitspielen, Tim? Hier sind ganz viele Privatmodes drin, und dann wird nächste, ja. Weil die gibt's nicht, ne? Da kann's auch noch auf noch so vielen Servern sein, oder so. Ist nicht. Bis morgen, gute Nacht, Opa, sagt Max, und Jens, und Thoralf, und so. Schlaf gut. Ja, Max, schlaf schön. Jul, hi. Komm, Max, moin. Jeldublei, moin. So zockt. Moin, Opa, sag ich ja. Moin. Ich bin noch mal kurz auf dem Kopf, ne? Jo, pott man ab. Gutes Gelingen, ne? Ja, aber siehst du, so kann man das mal richtig auskosten, die Erzähl, ne? Und dann liest du da wieder die Hälfte Kartoffeln stehen da hinten, du. Junge, Junge, Junge. Ne, wie das so in Real ist, ne? Weil erst mal einer an Rumpfeifen hier, von wegen mit der... Wir spielen nicht Real mit der Gabel und so. Jetzt spielen wir Real, ne, Jung? Kannst zugucken, bis ich das abgefressen hab hier. Mike, um sie geht wieder, siehst du, wie alt. Aktiv Rush. Schätz mal. Hm, ist der Drescher in einem Mod? Ja, das ist ein Mod. Diesen hier, so wie er hier ist, mit dem Schneidwerk und dem Wagen, gibt es bei Alice Portal. Habe ich den her? Muss mal eben gucken, da gibt es ein paar Versionen von die letztes. Das ist, glaube ich, V4 oder was, weiß ich nicht mehr genau. Das siehst du da. 55. Aktiv Rush. Ja, falls du mich noch hörst. Ja, wie heißt der Drescher? Rostelmarsch. RSM 161. Richtig. Ne, wenn wir da mal gucken, guck mal, da kannst du jetzt auch nach oben reingucken. Grafing, alles lecker, alles geil. Rattenscharf. Wenn du da unter guckst, guck mal, wie sich das alles dreht und macht und tut. Und wenn du da hinten... Jetzt kannst du das nicht sehen, weil hinten die Klappe dicht ist, wegen dem Häckselkram da. Aber ansonsten, da siehst du auch die Schüttelsiebe und den ganzen Kram, ne? Ja, wir sind wieder da. Ich liebe L.S. zu spielen. Niklas. Siehste? So wie. Das ist mal was anderes, das ist immer diese Klaas-Klamotten oder so. Klaas-Drescher finde ich auch gut, aber wie gesagt, die Modelle, die jetzt auch in dem 700er-Pack sind, so ganz für den LS-17, nö. Ich spiele sie mit. So ganz aus Pralle finde ich die nicht. Moin Jung-Kerl, alles schick. Christian, Tunert. Jo, Video-Ock. Sandro, LS, FIFA und weiteres. Meine Hobbys. Moin Butcher und Team. Sandro, einfach nur noch Sandro, ne? Da ist er wieder, Daniel. Jo, das war YouTube hier wieder. YouTube hat uns wieder einen Hahn abgedreht. Weiß auch nicht, was die schon wieder machen, die Pfeifen, ne? Gülle aus Unterfranken, äh, Grüße, Entschuldigung, Gülle habe ich gelesen. Andy, ich grüße Sie auch, moin. Äh, Joel, kein Landwirtschaftssimulator 17, Kern, achso, jo, ist das, achso, jo, jo, ja. Daniel, Gott sei Dank, worum? Ich komme immer wieder aus, wisst ihr doch. Jo, 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 ja, du verlangst da zu viel, Sir Henry. Jo, jo, wat? Ja, es geht bestimmt mal um Duden. Achso. Oh, sowas. Hallo Butcher, du alte Schlitzer, alles gut. Andreas Feller, aber sicher, du Barnause, du, ne? Ah, eins, go, mein Jung. So, zack, hoch, guck mal. Ja, Schwindigkeit eingestellt, brauche ich nicht mal mehr, ein Fuß auf den Gas machen. Takt vorwärts, alles mit meiner Gangschaltung hier, cool, ne? Oberentspannend für Opa, jetzt könnte ich mir noch GPS abmachen, aber wollte gar nichts mehr machen. Aber ein bisschen lenken will ich ja noch. Ähm, welchen Traktor aus LS würdest du in echt haben? Egal, was für einen, gar keinen. Autofick. Fui ich mit durch. Ich hab mein Leben lang an so eine Dinger rumgeschraubt und irgendwo. Irgendwann hab ich die Schnauze voll, langt. Ich persönlich hab nicht mal mehr ein Auto im Moment, Claudi hat einen. Ich hab ein leckerer Fahrrad. Das ist geil, find ich einfach cool. Das ist mal ganz was anderes, echt. Sir Henry, ums lesen. Achso, aus Friesengeber, moin. Warum off, Hans Dampf? Das ist hier, YouTube macht ab und zu mal ein bisschen Spiranz hier im Moment. Wir hatten das mal ne Zeit lang mit meinem Anbieter. Da war das auch dieses neue Fritzbox. Was läuft das eigentlich durch, das Ding? YouTube schalt mal ab. Haben wir keinen Bock, ab und zu. Aber sollen wir denn wieder da, ne? Einfach da bleiben, fertig. Weil ich mich nicht mehr hab, dann hat Thoralf noch und dann schließen wir uns kurz. Und wenn dann mal gar nichts mehr gehen sollte, dann kriegt ihr Nachricht. Merkt umso, ihr macht das vorgewendet, richtig. So, bin auch wieder da. Immer um Teo, ne? Was ist das, dicke Lippe? Na, Opa, Butcher, nochmal dickes Dankeschön. Fürs Grüßen, der kleine Nele. Nele, da ist kein Ding. Da mach ich auch noch gerne nochmal. Boah, liebe. Ne, Nele? Wir verstehen uns doch, ne? Mäuschen? Du liest wieder bei Papa auf dem Bauch, ne? Wieder Opa gucken, ne? Opa, Butcher? Das ist fein, dann mach du mal. Das richtig. Bist gut aufgehoben auf Papa seinen Bauch, du. Nimm, nimm, nimm ne Säcke. Tim. Tim Boner. Ups. Das sind alles Hieroglyphen, irgendwie. Kein' ich nichts mehr anfangen, Tim. Tut mir leid. Ganze Sätze ist für Opa besser. Äh, du lüt. Noch so ein oberschlauer Jojo. Wat denn? Bin wieder dabei, Hans Dampf. Das schön. Markus Hensler. Hensler. Guten Abend, Markus. Was machst du beruflich? Tim Boner. Oha. Hab ich eins, Mokdo. Kfz-Mechaniker. Ist mein Hauptberuf. Landwirt. Hab ich mal gemacht. Bauernhof hab ich mal gehabt. Lkw gefahren. Also wat? Viele Jahre beim Bundeswehr. Soldat. Mit Schießgewehr und so. Weiß er. Schießgewehr. Ja. Moin, Leute. Heute Drehschirm. Da war zu schnell weg, du. Niklas, 1, 2, 3. Moin. Moin zusammen. Siehste? Voraus, Jung. Voraus. Immer voraus. Niklas, 1, 2, 3. Moin zusammen. Na, fertig gedrillt bei Ilse. Nee. Noch lange nicht. Da ist Tor, halb. Siehste, kik an. Oh, da lang noch nicht. Würde ich ja gerne mitnehmen, Tor, halb. Aber hier ist kein Beifahrer-Skript drin. Da muss man ja noch nehmen. Kann ja bei mir hinten raufkommen. Kartoffeln sortieren. Ja. Nee, wir haben ja genug. Das läuft ja zu Fuß nach Hause. Jung. Was ich finde, den genial, von der Grafik her und so, der Pass. 100%ig, das Ding hier. Ich mach den haben. Ich auch, wie gesagt. Hab den auch auf Konsole immer genommen. Schönes Ding. Die müssen alle sagen, Rostelmarsch und so weiter. Naja, trotzdem. Aber, ne? Warum nicht? Im 15er, den Hextel, ist schon geil. Man muss ja auch mal überlegen. Da haben die Russen den gebaut. Ne? In, wo war das noch? Peter Rössler, der wusste das. Der war mal da in dem Werk. Da muss man ja überlegen. Wenn die so viel früher, der Kornkammer Russlands, Ukraine gedacht. Das sind aber Flächen, alter. Und die Dinger müssen durchhalten. Und die haben durchgehalten. Also soll man die eigentlich gar nicht mal von der Technik und, ne? Das ist vielleicht ziemlich einfach gehalten alles. Das ist ja das Gute. Ja, richtig. Und die soll man gar nicht mal so verachten. Denn die haben ja ihre Hektas geschafft, ohne Ende, ne? Wo sie bei uns teilweise in dem Brach liegen und kaputt und sonst irgendwas. Und die ziehen die durch. Preis-Leistung stimmt bei den Dinger auf jeden Fall. Was sind denn da ganz andere Flecken dahinten in der Ukraine als bei uns hier? Ne? Ne? Ne, Thoralf, schönen guten Abend. Oh, Schlupgut. Ja, sehr schön. 100%. Toni, was ist los bei dir? Ne? Was ist los? Ne, schreib mal in Claudia rein und lass ihn suchen. Leicht zu finden. So, dann noch einmal hin und her und dann können wir führen und zurück. Ne, jo. Also, ich schaffe nicht ganz viel wegen der Düngung hier. Aber auch ohne muss ich schicken. Wenn wir hier noch gut, den wird für jeden Tag alles mit auch noch blöden. Ne, die paar Bohnen, da können wir ja schön Eintopfern machen, ne? Für uns drei, ne? Rudi kocht den denn. Schön in der Gulaschkanone. Ja, schön Schoschine, wenn wir drin sind, expecto. Niklas, moin gestern. Mien, heute Draschen. Ja, wir sind ja jetzt hier in Holland, nur mit wir noch mal draschen. Das Stück haben wir ja neu dazu gekriegt, dann noch ein. Und dann haben wir noch einen Kram drauf. Muss auch noch, ne? Und die Kretübel, Ude, Eja und also wann. Wie würde ich schwimmen mit vorne, ne? Technik von Rostelmarsch ist idiotensicher. Siehste? Sag ich doch. Ist genau das Richtige für mich. Ja, wie sehe ich? Na dann, gute Besserung. Gut, Tony Börnigke, danke. Äh, okay, Oma Heers. Das Angie, siehst du, die schnackt mit Oma. Moin Butcher, bin auch wieder da. Martin Schröder, das ist aber fein. Kann nicht bei euch mitzocken. Stefan Krauser, geht nicht. Geben mir Privatmods drin und die kriegt keiner mehr. Das hat uns damals ein Mann versaut und seitdem meine ich da nicht mehr. Jetzt setze ich mich in Däubels Küche, du. Schönen Abend, euch ein, seid Fahrzeug Sammler. Jo, moin, ne? Dir auch. Schönen Abend, achso, da wer da hat, jo, siehst du. Ja, einfach moin, danke, richtig. Dieser, brauche ich eigentlich ein, mir sagen, ne? Einfach durchlesen. Tim Schumann, moin. Damit wir eigentlich mal eben so, da moin juckeln, so ein bisschen. Bildbrück, wenn er ja auch noch schön ist, ne? Rost am Arsch, hey, die, ne? Oder Rost am Arsch, oder was, ja. Warum nicht, du? Hm. So, ist so. Moin, oh, wieder da. Feli zockt. Moin. Sir Henry, Rost am Arsch. Aua. Ja. Oder hält er nicht so? Ja, weh doch irgendwie so. Weh doch, ne? Ja, ganz viel kriegen wir da nicht, war noch. Oh, nächste Runde, dann kommen wir auch nicht Dünger rauf hier. Oh, aber die Bohnen haben ja sowieso nicht viel Ertrag, ne? Nö. Tony sagt, ja, hab endlich keine Schmerzen mehr, da siehst du, das ist doch das Beste, oder? Erstmal. Hast du, Elis 15 Butcher, sag, Finn, Kruse Freiland. Ja, hab ich. Hab ich auch noch drauf hier. Muss ich mal wieder ein bisschen reinfummeln, dann können wir auch wieder drauf rum daddeln. Bus, da müssen wir dann gucken mit, ne? Mit Moods hin und her, du Alter, da wird doch ein Gedüttel denn. Jason, 1200 LP, wann kommt der nächste Livestream, Jason? Der ist noch nicht mal vorbei, dann fragst du, wann der nächste kommt. In der Regel Donnerstag. Vielleicht auch morgen einer weiß nicht, aber Donnerstag ist fest, 18 Uhr. Dienstag, Donnerstag, Samstag sind wir fest und alles andere spontan. Genau, so sieht er aus. Bist du, Claudia, die Beste Oma? Nö, nö. Opa, der Beste Opa. Was den Klingmann denn hier stellt? Äh, der Schlürmhof. In der Halle. Ach, da, da hast du jetzt hingestellt, du bist in die andere. Ja. Dann brauche ich nicht hin und her springen, ja, beim Stroh einstreuen. Nö, mach mal nur der Hass. Nehmen wir da, willst du da. Neben der Ballen. Da steht alles rum. Naja, mit dem der Ballen pieken, ein Streuer schmeißen. Ja, da muss streuen, genau, da kannst du dich so wecken loswerden. Ja. Oder einen schönen ES16 zum Dreischen, was da denn? Ist das auch so ein russes Ding, oder was? Ja? Ja, klar, Herr, der ist, moin, was hast du für, ha, FPR ein Handy. Was hast du FPR für ein Handy, was heißt FPR, weiß ich nicht. Entschwattet habe ich. Aber hier wegen ES16, ich denke mal, er meint Fortschritt E516. Ach so. Schätzt sich mal. Ja, warum nicht, ne? Ja, nur gut, der ist ja jetzt nun, dieser Rostarmarsch, der ist ja, ne, schon auch modern gemacht jetzt. Können wir vielleicht auch mal, weiß ich auch noch nicht, wenn ich mal irgendwie die Bantikomaretti zu fassen kriege für ein 17er hier, dann können wir das auch mal machen, auch mit dieser alten Klamotten. Hätte ich auch mal Bock drauf. Nur diese alten DDR-Singer, ne? Mhm. Ja, gibt's aber im 17er noch keine schönen. Nö. Nö. Dienstag, da siehst du, Tim hat halt alles schon beantwortet, super. Butcher, was meinst du, hat der Typ von gestern nicht noch eine Chance? Welchen Typ meinst du? Hä? Was meinst du, hat der Typ von gestern nicht noch eine Chance? Welchen Typ von gestern? Weiß ich gar nicht mehr. 100%. Wenn da was gewesen ist oder was da von diesen Spacken, da weiß ich gar nicht mehr genau. Dann soll der Herr kommen, soll sich entschuldigen und sagen, Mensch, das war nicht so und alles klar, dann kriegt er eine Chance. Kriegt jeder eine Chance, gar kein Problem. Das ist überhaupt kein Ding. Natürlich. Nur wenn er nach dem dritten Mal wiederum eiert hier oder was, dann war es das für immer, da habe ich keine Lust mehr. Verarschen kann ich mich selber, dann wisst ihr ja. Spielst du LS19, wenn es rauskommt? Na klar. Sicher, ja. Sicher, ja. So, muss los jetzt. Spinat fahren, vorerst. Fendt. Ja, der Mann, Tau. Seht Tau, ne? Ich hab mich verschrieben, Tim. So. War doch nichts, nicht so schlimm. Autofick, ich freue mich schon auf den Urlaub. Gehe in drei Wochen, gehst du auch noch in den Urlaub. Boah, bestimmt irgendwie, ne? So, ein altes DDR-Ding, hast du doch. Ja, richtig, ein altes DDR-Ding, da sitzt du mit dem Schlüssel. Eine alte Fregatte. Alle beide auch noch, ne? Hast du das BigBot-DLC? Ne, Herr Neimon, hab ich nicht. Tschüss, Putscher, ich muss dann mal, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Chesen, Zito, Schlupcoat, ne? Und so. Steven, A aus F. Heisege, Moin. Admin03, geil, dicke. Ja, feine Sache, ne? Äh, Null Trappe, Moin. Hast du dir das BigBot-DLC geholt, Butscher, Malte? Ne, hab ich nicht. Ist mir irgendwie zu groß der ganze Kram, ich weiß es noch nicht. Muss mir immer in Ruhe angucken, wie die anderen damit daddeln, alle wisst ihr ja. Ob das was für mich ist oder nicht. Weil ich will nicht meinen Rechner hier ist mit 17 damit irgendein Kram dicht daddeln, wo ich nicht mitspiel. Ich will nur Moos draufhaben, noch keinen Bock auf irgendwie. Wenn wir zusammen mit 15 Zockenbutscher, oh, Finn, das wird schlecht. Oh, ne, ich weiß nicht, wie viel 100 Moos da drauf sind. Und die sind, jeder Einzelne ist da echt verändert. Da spie ich nur mit Moos eigentlich. So verrückt war ich noch bei 15. Da hab ich mehr rumgemappt und gemoddert irgendwie, als das, was ich gespielt hab, naja. Zito. Jo. Wo sie liefen alle nachher, ne? Jo. Und die, die alle herschenken, ne? Näh, näh, näh. Wundertmal, überhaupt alles klappt. Warte mal, komm ich da noch rum? Weiß ja auch nicht, hol mir den Trecker gleich. Ja, Butcher, du hast recht. Du weißt schon, was du da machst, weiter so. Jo, das denke ich mal, ne? So was hab ich früher in klein gemacht und jetzt wird das alles in groß gemacht. Nix anderes. Wie gesagt, das sag ich immer wieder, wir sind hier erst am Anfang. Ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange hier. Bin noch ein Kopf hab. Ich muss das nur umsetzen können, Zeit haben, das alles, ne? Heiko, guten Abend zusammen, ihr Lieben. Heiko, wünschen wir dir auch einen schönen guten Abend. Ne, können. Moin, Butcher. Habt ihr gehört? Das ist so schnell weg jetzt. So schnell keine lesen, Leute. Kannst du mich mal grüßen? Admin 03. Jo. Liebe Grüße aus dem Norden, Landtechnik Nord. Das ist aber schöne Grüße zurück, ne? Und Moin. Ich hatte vor Winter einen Motorradunfall. Habt ein kleines Stück Metall, ist im Fuß gewesen. Upsala. Ne? Hat vor einer Woche, hatte Schmerzen im Fuß. Und deswegen wurde ich heute operiert. Tommy. Äh, Toni. Ja. Hoffentlich geht das alles gut. Schön schonen und dann wird bald wieder, ne? Gute Besserung. So, ihr Lieben, bin raus für heute. Um drei geht der Wecker. Wir schreiben bis... Bis denn, ne? Schönen Abend noch bei... Und tschüss, Alphamor. Jo. Und schön, dass da war's. Jut, tschüss. Slop, gaut. Ja, muss auch, ne? 21, doch, sogar. Um die Grünen noch und dann... Ja, wenn du um drei, ja, oben. Ja, sicher. Mach's ja richtig. An die Min 03, Tag, sage ich. Jo, Tag. Jetzt muss ich nur noch von 4 GB RAM auf 8 GB hochgehen, Nick. Äh, siehste? Und ich muss mal noch nach links. Ja, dann mach du das, Mann. Von 4 auf 8 GB, wo? In deinem Rechner. Ja, Arbeitsspeicher. 16 ist besser. Weil bei den Dingern oder ein paar andere Spiele heutzutage, das ist 8 schon Kotzgrenze irgendwo. So, ihr Lieben, bin raus für... Achso, das war er schon. Toni, na, gute Besserung. Ich glaube an dich. Kevin, danke. Ich glaube auch an dich. Ups, ha, schon wieder. Ja, wo fahr ich immer hin? Ich komme mal hier mal nach rechts, guck. Ich hab den Rechtsdrall heute. Vielleicht mal gewillig hier, wenn Dings rein, oder? Kein Ding, bin immer gerne hier und helfe, wo ich kann. Einfach mal noch weiß, das hab ich schon mitgekriegt. Das finde ich ganz, ganz toll von dir. Echt, klasse, danke. Vielen Dank. Schlaf schön. Dankeschön. Wie lange geht der Ström noch? Zur Henry, haben wir noch so ein Buch drüber? Sag mal. Der Ström. Oh, so lange, wie ich Lust hatte. Hab mir. Und ihr könnt, glaube ich, so ein Buch vertragen mal. Opa, bin raus. Okay, versuche zu schlafen und so. Wenn ich nicht schlafen kann, komme ich eh wieder. Ja, Angie, dann bis gleich, ne? Ciao, Mäuse. Ganz toll, moin. Komm, Lanzi, muss off. Ja, aber ich glaube auch an mich. Ja, war, das ist richtig gut. Das finde ich toll. Hast du denn heute schon wieder Harzer Roller gehabt? Ja, war. Handkäs mit Musik. Alfa, danke. Also, Ben, in 10 Minuten irgendwie schlaft gut. Die liegen auch noch im Kühlschrank. Einfach nicht dafür, einfach mal. Das ist so, das meine ich ernst. Vielen, vielen Dank. Lest uns auch gewaltig mit. Jojo auch und alle, ne? Und Angie und so weiter, ne? Weil sie es einen vergessen haben, die böse sein, wisst ihr ja, ne? Mannes, ja. Der Jäger hat schöne Salami gebracht. Oh, Wildsalami. Wisst ihr? Ja, Hirsch und Wild. Ganz frisch. Oha. Admin 03, okay, sage ich. Der Stream geht, bis er zu Ende ist. Kevin, genau so ist es. Meistens ist es auch so, ne? Schluss ist Schluss. Hey, yo, ne? Bis gleich, ich sitze. Jo. Ich schlage dir neben dir. Jo, okay, also ich habe jetzt eine Asus Radon R7. 240, 4 GB und dann noch 2 GB. 2 x 8 GB Arbeitsspeicher. Kann ich LS17 auf hoch spielen? Könnten bin knapp werden. Auf ganz hoch ist die nicht, glaube ich nicht. Nicht wegen der Asus Radon R7, aber, ne? Die hat, glaube ich, nicht... Hatten die da? Das ist ein bisschen... Ich glaube, die wird schon ein bisschen mager auf dem Brust. Die waren sonst nicht schlecht, die Dinger. Muss mal sehen, die kannst du auch tacken. Noch ein Beden. Nein, ich hatte selbstgemachte Köfte. Mit Tzatziki und Salat. Köfte. Cool, was da denn? Mit einem Hauch von Knoblauch. Oh, lecker. Lecker. Gibt es auch immer was bei Ihnen, das... Ja. Ganz lecker. Frusche Jagd. Selbstgemacht. Leider gleich los. 100, kurz. Ja, 100%. Mach nichts. Bis gleich. Kurz war mit LS. Heute vom 1800 MB-Truck. Die Kupplung um die Ohren geflogen. Oha. In echt. Oha. PSHGW zu 7500. Wat? 7500 Abonnenten. Jo. Mach's ein. Wird auch nicht. Die Tiere liegen noch immer leckend auf dem Rücken. Lächelnd. Achso, lächelnd auf dem Rücken. Matze-Trakt. Mir. Muss eben was holen. Sagt LS17. Jo, mach das. Was machst du heute noch bei North Brabant? Trecker-Fan? Jo, erstmal hier. Das abbrechen. Da hinten hauen wir die Kartoffeln raus. Das ist Jens bei. Thoralf füttert die Kühe. Und dann ein bisschen anfangen zu flügen wieder. Naja, immer so. Tillit raus. Ab. Und wieder neu rein. Ich fahre dann nachher noch mal eben eine runde Gülle. Dann sind wir bei Thoralf wieder in der Nähe. Da und so weiter. Hier und da. Dann kann Thoralf Gülle fahren. Und alles so ein bisschen abwechseln. Ist so. Ich habe eine GDX 69 und spiele damit auf hoch. Richtig. Das geht auch. Das funktioniert. Timbona. Nice. Ja, aber. Echelnd. Echelnd. Die Tiere. Nachdem ich ein Bäuerchen gemacht habe. Ups. Aber selbstgemachte Köfte und so. Ja, sicher. Klasse, klasse. Feine Sache. Das ist ja so weit. Ich sag mal gleich. Full war. Sachsen 90. Gut. Pass. Dann können wir hier bald auch mal wieder Mais-Massaker starten. Das ist mir auch so gut. Äh. Zurück. Den Dödel nehmen wir noch mit. Alles oder nix hier. Ja. Timbona ist so ein Spruch. Ach so. Wusste ich nicht. Sag mal. Keu Zeit Landwirtschaft. Sag mal. Keu Zeit. Keu Zeit Landwirtschaft. Keu. Keu Zeit. Keu. Keu Zeit. Keu Zeit net. Du dis hohe net. Keu kalbert. Keu Zeit. Das Timbona ist eine Leise-Luber. Keu. Keu Zeit net. Hauen wir net. Nie net. Keu Zeit nie net. Net. Oh, die dicken Bohnen da hinten drin. Oh, lege. Das ist ja schwäbisch, ne? Als bayerisch. Ne, die machen ja einen Schwäble. Die haben ja das Le hinten dran. Ne, das wäre eine Fetterli, das ist ja, äh, Dings. Das ist Schweizer. Das ist Schweizer, Fetterli. So. Äh, Trantje vom Harzer Rollertier. Gibt es wahrscheinlich erst wieder am Donnersag oder Freitag. Aha. Hier kannst du mich grüßen. Hi, achso, hi, Freemann. Ja, geht. Habe ich schon mal ausprobiert. Funktioniert. Ich kann das. Freegaming, Basti M, moin. Ja, aber Claudia, das ist zu unakzeptabel. Akzeptabel, gut. Daniel S, moin, du alter Zocker. Grüß dich, Daniel. Hallo, weißt du, ob es einen Mod gibt, wo die Zapferli so animiert wird, dass sie sich im Spiel dreht? Hatte das mal bei Basti gesehen? Äh, nimmst du die hier gleich? Guck, die dreht sich auch gleich. Animated PTO. Heißt die, genau. Wenn ich jetzt mit ihm wieder in Stellung fahre und gleich die ganze Geschichte anschmeiße, müsste sie sich gleich drehen. Guck, da dreht sie sich. Siehste? Steige aus da. Falls, falls jemand jetzt die Frage stellt, wo es die gibt, im Hof Bergmann Vehicle Pack. Das ist das Vehicle Pack und da ist er drin. Genau. Uploadet, 315 Megabyte, drei Tage. Ja, musst du machen. Wenn du das haben willst, musst du machen, ne? So, ich schlaf jetzt, ich könnte im Stehen einschlafen. Kevin, dann gehen in der Haia. Das bringt ja nichts. Dann schlaf gut und träum was fein ist, ne? Hat sich mal eine Auszeit verdient. Claudia hat sich mal ein Jahr, sag ihr das mal, Sir Henry. Aber in echt. Mal ein paar Tage, mal nix machen, mal Ruhe. Hast du eine Frau oder Freundin? Ja, glaube ich. Ne, Claudia? Ja. Hier, die Frau mit dem Schlüssel da unten. Die Claudia, das ist meine Frau. Martin. Martin, Martin, Martin. Die ist rigoros und knallhart. Ne? Entrix X, hast du Steam? Steam, ja, hab ich auch. Die Claudia nicht mitspielen wollen, fällt heute aus. Richtig. Moin, bin mal nach langer Zeit wieder dabei. Landtechnik in Nordleda. Ja, ist das so lange her? Nö. Ein, zwei Streams oder was? Hasten wir mal zu tun, ne? Bei uns haben sie auch dabei jetzt hier. Erster Schnitt. Die jagen die auch schon jetzt mit dem Ladewagen vorbei und so wat. Butcher, was hast du mal gearbeitet, wenn ich fragen darf? So, ich war mal Bauer, haben einen Hof gehabt, gelernt habe ich Kfz-Mechaniker, war ich auch selbstständig und es wäre Lkw gefahren, berufsmäßig. Also, wat? Ja. Gut, share. Wäre schon mal vorlesen würdest. Ha? Wäre schön, wenn du das mal vorlesen würdest. Wenn ich die Kurse nicht hochlade, fahre ich sie auch nicht so sorgfältig ein. Deshalb frage ich. Hä? Hä? Jojo, ich weiß absolut nicht, worum es geht. Oder? Wisst ihr das? Nö. Ich nicht. Irgendwie nicht. Kurse einfahren? Ich spiel doch sowieso nicht mit Kurzplay, Jojo. Weißt du doch. Moin, Mann, Bochonko. Ich weiß echt nicht, worum es jetzt geht, du. Was du meinst? Ich geh auch schlafen. Schreib Abitur morgen. Ja, Kev, denn. Aber... Ne? Daumen drücken. Toi, toi, toi. Viel Glück. Was das klappt. Ja. Viel Glück, Kev. Siehste. Moin, wie geil die da hat. Maurice Burfeind. Wie geil der Code. Und Jock? Hast du ja schon viel gemacht. Ja. Und das war nur ein Bruchteil von dem, was ich gemacht habe. Nur Kran, Schweine gemacht, Kran gefahren, hier im Prima-Hafen, im Hafen, also was. Ach, das hat auch eins oder was? Ja, Portalkräne und Alsemiss, ne? Stück gut beladen, Schiffe und Alsemiss. Ich habe auch immer. Moin, Bochonko. Alles klar bei dir. Achso, Atze. Atze Klein. Ja? Ja, du hast mich überlesen. Hä? Mir ist doch keiner mehr vorkommen, Jojo. Das geht manchmal hier zack durch, du. Das weißt du doch. Lass das trinken, sagt er. Ja, du hast mich überlesen. Butcher, ich spiele unter anderem auch auf der Landscape mit Curseplay. Mich würde mal interessieren, ob bei den anderen im Chat Interesse an CB Curse besteht. Dann lad ich die bei Mo Torster hoch. Äh, die anderen haben doch mehr Zeit, dein Ding noch zu lesen. Ich habe doch nur so ein kleines Fach. Das kriegt doch jeder Miet. Ne? Also ich habe da kein Interesse dran. Das weißt du ja. Aber nicht böse gemeint. Ich habe gar kein Curseplay drauf hier. Was hältst du vom neuen DLC? Weiß ich nicht. Ken ich nicht. Ich habe das nur auf Bildern mal gesehen. Das ist alles ein bisschen groß. Brauch ich nicht. Jedenfalls noch nicht. Daniel. Vom Aussehen, ja. Das sah ganz gelett aus, ne? Das finde ich gut. Schön animiert. Hm? Das finde ich toll. Das ist super groß. Brauchen wir nicht. Marten, Marten. Okay, danke. Moin, wie geht's? Wurzeln. Sag, Burrischcraft Kids. Uns geht's gut. Dir auch? Hoffentlich. Jo, Maja, Jojo. Hat er ebenfalls gefragt. Ob einer Interesse an Kursplaykursen und Landsgeld im Web? Wenn ja, würde er sie bei Mo Torster hochladen. Siehst du? Ja, das weiß ich. Aber die anderen lesen ja nicht. So. Du musst einfach mal in den Dings reinpacken hier. Vatze Bock oder was? Das sind auch jede Menge Leute drin. Die meisten nur alle hier. Was ist das für eine Map? Steht da unten. Ne? Die Map ist was. Das war aber ein Gipsel. Hä? Gips-Ei. Achso. Ist ja Henry. Richtig. Moin, Oberherz. Marcel. Moin, Marcel. Upsala. Upsala. Jojo. Nachricht zurück. Basti hat das heute gespielt. Siehst du? Und was heißt das? Muss ich das jetzt ausspielen? Äh. Äh. Dann liest du bei mir genau richtig? Dann erst recht nicht. Ne? Klaas, 12, 3,99. Moin. Ich probiere alles zu lesen. Toni, jo. Alles manchmal raus. So fix tue ich den Kassel gar nicht mit, ne? Benni Kraft, doch. Bin wieder dabei. Das ist schön. Die Map heißt, ob wir mal mitspielen gehen. Oh, siehst du. Jojo. Klasse. Danke. Paul Hüsken, moin. Phil, Lipp, hi. John, moin. Dieser Luca, moin. Ist Jens da? Sag Marc, bleich. Jupp. Ja, bin ich, Marc. Hast du einen Rückspiegel-Mode? Nö. Wieso? Weil der Rückspiegel dran sind? Die sind hier im L.S. mit drin. Wenn du auf hoch oder sehr hoch spielst, dann sind die so mit drin. Ist das mit dem Spiegel ein Mod? Nein. Sind nicht, habe ich gerade erzählt, ne? Von wo kommst du denn? Du kennst du Dangas an der Nordseeküste. Jo, kenne ich. Jupp. Der Nordseeküste ist auf der anderen Seite. Wenn ich hier auf dem Deich stehe, kann ich da rüber gucken. Nach Dangas. Und Dangas am Wasser stehst und guckst da ins Wasser. Auf der anderen Seite rüber von der Weser. Da wohne ich. In der Richtung. Bis du auch auf der Farm kommst. Klaas. Mal gucken. Weiß ich noch nicht ganz genau. Weil ich lege mich jetzt hier nicht fest. Lass mich festnageln oder was, ne? Wisst ihr ja. Äh, schade, dass es so wenige gute Drescher als Mod gibt. Richtig. Gibt's nicht viele. Also diesen hier habe ich gefunden. Dann habe ich das, äh, New Holland Pack mit Rädern. Dieses Black Edition oder wie das hieß da im 15er. Das haben sie jetzt auch in, schon ein paar Wochen schon in den 17er geholt. Das ist auch sehr gut geworden. Und den 96er. Also was jetzt so, ne? Grafik-mäßig und alles so. 96er von New Holland. Und die Klaas, die sind von der Grafik, finde ich die nicht so pralle. Was sieht alles noch so 13-mäßig aus? Irgendwie, weiß ich auch nicht. Da habe ich jetzt mit drin, weil einige wollen immer Klaas sehen. Und das ist doch das Einzige, was ich so ein bisschen akzeptieren würde. Von der Grafik her. Jojo, er, ich fahre quer, fällt ein. Sagt's Herr Henry, siehste. Wenn ja, machst du ein User-Treffen. Wo da auf der Dings, ja, können wir machen dann. Weil wenn ich da hinfahren sollte und das steht fest jetzt oder so, dann streamen wir hier, dann seid ihr eh alle da und dann sage ich auch Bescheid. Na klar. Wann und wo, ich war da ja auch noch nie. Irgendwie. Dann treffen wir uns da. Seht ihr, wie ich auch sehe, ne? Hier, ne Butcherfahne machen dann. Tüdel-Tüdel-Tüdel-Tüdel oder so. Kommst du gleich, stech mich ab denn. Ja, haben sie mir alle angedroht hier doch schon, Adi. Ja, ja. Aber dann komme ich dann hier mit meine Bauernmütze, Gummistiefel und meine Miss Fork. Und dann können sie kommen. Stecken. Mal sehen, wie wir denn, wenn stecken. Nehmen wir gleich vier Stück auf einmal. Wir haben einen New Holland T4 zu Hause. Ja, siehst du, guck und läuft das Ding, ne? Muss ich mal alles abwähren, nehmen wir mal ausprobieren. Niederländer Agrarvideos. Na, seke. Moin, sehe ich, ne? Leon Singer, moin. Philipp Blass, moin. Phil Flip. Ist das dein Lieblingsspiel? Das hier? Äh, ja. Kann man sagen. Ich habe hier auch noch ETS und ATS und all so ein Sheet drauf. Und da oben jede Menge. Also drei, vier Regale. Drei Meter lang. Nur Spiele drin. Call of Duty und was nicht alles. Aber da, hier komme ich immer wieder drauf zurück. Das ist einfach nett, entspannt und macht mir immer wieder Spaß. Komisch, ne? Ich zur anderen mal irgendwann mal sagen, ne? Kein Bock mehr so richtig. Hier habe ich immer Lust. Ist so. Suche ich mir nicht aus. Das ist einfach so. Komm mal aus Dungas. Dann wohnen wir ja nicht weiter aus den anderen. Nö, nein, eigentlich nicht. Ne? Mit dem Boot ein paar Minuten. Wer das denn? Früher habe ich mal Puttjading rüber gefahren. Wo ich noch ein bisschen weiter hoch in Innsum gewohnt hatte. So, meine Wette war noch tief. Mit dem Boot rüber und dann mal eben ein bisschen Fisch essen oder so. Das war meist so, boah. Hoch war es auch eine Viertelstunde, 20 Minuten. Waren wir da. JanisTV, hab morgen Geburtstag. Oh, das fein. Wie alt wir sind. Clan, moin. Timbono, wo wohnst du? Hatten wir doch gerade. Wo ich genau wohne, das sage ich dir nicht. Bin domse. Zockt also Namensänderung. Aha. An der Nordsee wohne ich. Da, wo du immer Urlaub machst und warte läuft. Da wohne ich. Wenn es gibt zu wenig, gute Class-Mods in L.S. Trecker-Fan. Ja. War noch nicht irgendwas am Munkeln, dass wir nur irgendwie sowas machen wollten. Ich weiß es auch nicht genau. Der 17 Agrarhof. Moin, moin. Butschuhausege. Ich sage moin zurück. Wir haben einen New Holland, sagt Tim Boner. Und? Klasse. Jorbi LP. Moin. Ich habe zwei Karten für die Farm kommen. Könnte dir eine geben, wenn du magst. Klaas. Well, schön. Komme ich drauf zurück dann. Das bringt nichts, wenn du mir die jetzt schickst und irgendwas an dem kommt doch immer zwischen und passt nicht. Dann kannst du lieber einen Freund von dem mitnehmen oder was, ne? Aber das war, weil den nächsten Monat, übernächsten Monat irgendwie war da, ne? Juni, Juli, ne? Ich denke mal, dass man da vielleicht mal ein Auge reinwirft da. Interessant würde ich das mal finden, ja. Nein, ich will keinen Helfer jetzt. Nein, immer noch nicht. Hä? Nächstes Jahr fahren wir denn zusammen. Ja, das kriegen wir alles gebacken. Immer mal in Ruhe. Wie wir einen Fanfarmer 1 und 2 D. Magst du mich trotzdem noch? Kinimo 2, warum sollte ich dich nicht mögen? Ne? Schmeckt bestimmt gut mit Sam oder Ketchup, oder? Esse ich kleine Kinder am liebsten. Magst du kleine Kinder? Ja, liebst du mit Ketchup oder Senf? Egal was war. Zinny Cake X. XX Pendel Cake X. Egal was kommt. Was ist dein Lieblings-Mode? Habe ich nicht. Ich finde alles gut irgendwo. Außer jetzt eben grafisch, ne? Aber ob das jetzt ein Drescher oder ein Trecker oder ein New Holland oder keine Ahnung. Alles ist interessant. Auf das die Brüder zu dir stehen. Oh ja, wo sollen wir jetzt hin? Kinimoad? Kein Ding. Alles ist gut. Eins ist gut mit dem Jungen. So. Tobi geht's. Moin. Kannst du nochmal wiederholen, was du gesagt hast, wegen dem Ticket? Wieso? Wieso? So, können wir drauf zurückkommen, wenn etwas feststeht da irgendwie oder was? Klaas Mut, ne? Bloß ich weiß noch gar nicht, ob ich hinfahre überhaupt. Und wenn nicht? Dann brauchst du mir jetzt nicht irgendwas schicken oder sonst irgendwas. Tödöd. Und ne, Pferde heiß machen. Dann nimmst du einen Freund mit oder irgendwas. Das kannst du auch so machen. Oh, die mir da ein Ticket. Das ist kein Thema. Das kriegen wir schon gebacken dann. Wir sind ja noch oft genug bis dahin. Hier streamen zusammen oder skype oder was auch immer. Das elfte Gebot. Oh, was jetzt? Was geht jetzt hier ab, De? Ne, wie nun denn hier im Pfaffen hier oder was? Na jo, vom Mute. Weil mein Stimme hat gehängt. Achso, ja, das hatte ich gesagt. Wir werden nie ein Ende sehen. Jetzt werden wir alle bekehrt hier. Pass auf. Ich bin kurz weg, weil die Krankenschwester reinkommt. Toni, mach das. Halt mal hin hier, ne, Krankenschwester? Mach das bloß anständig mit meinem Toni, ne? Von wegen Niki oder was? Dann komm ich dir aber auf den Feld, da oben, ne? Ich bin so was loben, du. Was machst du eigentlich beruflich, Tobi? Was mach ich denn eigentlich? Den Leichenwäscher. Danach hebe ich die Grube aus. Coolen Gräber auf dem Friedhof hier. Das geht heute alles schon mit dem Bagger. Ja. Gute Nacht, Butcher. Muss schlafen. LS 17, penn gut. Kommt Oster noch. Gehen wir auf 5000. Ne, glaub ich nicht. Dann müssen wir mit dem Däubel zugeben. Wir haben ja 21 Uhr. Ne, der liegt bestimmt mal im Sack jetzt. Oder um so vor. Was die hat selber gestreamt, genau. Alles war dein Ende, nur die Wurst hat 2, die Lef. Ei, 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 da, 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 da. Ne? Wir machen dieses Wochenende den ersten Schnitt. Siehst du? Hier habe ich schon heute einen gesehen, den ersten Schnitt. Genau, aber auch auf die Geste da hinten. Hatte ich euch ja mal erzählen. 10, 15 Kilometer weg. Es fängt die Geste an. Da ist alles ein bisschen eher. Ich wohne in der tiefsten Marsch. Am Arsch. Wie machen dieses Wochenende den? Achso, da, hey, du. Moin zusammen. Thorsten Hahn. Moin. Moin. Thorsten Hahn, hey, die, jo. Fällt mir jetzt was zu innober, ne, jo. Blut auf meinem Wehen. Fängt die noch an zu flennen, du. Hacker macht los. Was? Hacker macht los. Phil Ipp. Was heißt das? Was soll das heißen? Verklickere mir das. Also bei so einem Wort, wenn ich da Hacker höre und irgendwie sowas, da wäre ich ganz kribbelig. Verklickere mir das mal ganz schnell, was das bedeuten soll, bitte. Da kriege ich einen ganz zitterigen Finger auf einmal. Turbo-Crasher. Clasher. Moin. Tobi, ich habe vor Landwirt zu werden, da mein Vater auch Landwirt ist. Ja, dann passt das doch. Oder, Tobi? Das ist doch eine geile Sache. Ich bin da geboren und groß geworden, habe das gelernt von der Pike auf an und ich bin eigentlich immer noch Landwirt. Einmal Landwirt, immer Landwirt. Und da Bock auf Hass? Tschüss. Muss morgen um fünf raus, Marius. Schluckhaut. Elias Matthais. Hörwus. Hähnl, Wuppa, Oma. Wir mienen morgen. Da siehst du, der Mann ran, da freust du dich schon, ne? Was? Läuft dir die Vorfreude die Beine runter, ne? Ja, ja, ja. Und da war Lea jetzt. Bin wieder da. Ungelössene Itza da. Kann das sein? Lea. Turbo-Cresher. Na, wie geht's dir? Lieblings-Opa. Omega, da go. Jo. Jock. Schön, ne? Toni, Bönneke. Ich darf morgen nach Hause. Toni. Ja, siehste. Guck. Hat sie gesagt? Ja, kannst du mal sehen, ne? Weil ich eben gemeckert habe, ne? Hast du dir gezeigt, gleich hingehalten, ne? Hahaha. Siehste? Aber noch schon, die Flunke, ne, Junge? Wir haben heute schon Grassillage für einen Kunden gefahren. Oh, Mann. Dunge, Junge. Das ist auch alle fleißig. Hier, du, mein lieber Mann, du. Bei uns haben sie schon gehänselt. Tobi. Dich haben sie gehänselt, oder was? Hänseln hin und greteln hin und wackeln in der Gehölze. Siehste? Niklas Po. Mahlzeit. Tobi. Gehäckselt. Ach, gehäckselt. Siehste. Ja, aber noch mal nicht ganz so klappt hier. Nächster Henry, der hat lecker Bücher. So wieder da. Gut. Was? Die, die etwas hacken. Irgendwann habe ich damit zu tun, wie mit etwas hacken? Ich meine, die hacken vielleicht hier mein PC, aber wenn ich die live erwische, dann hacke ich auch. Bin ich auch Hacker. Ne? Wollen wir mal ein richtiges Hackeballchen dahin, wie Hamann, weißt du? Kennst du das? Lied von Hamann. Warte, warte, noch ein Weitchen, dann kommt Hamann mit den Hackeballchen. Weißt du, wer Hamann war? Fritz Hamann aus Hannover. Muss mal googeln. Sowas kann ich auch. Ne? Der hat nämlich wahrlich kleine Kinder mochte, der gerne mit Senf und Ketchup. Und das ist Wahrheit gewesen. Ne, Dedelef, du kennst den auch, ne? Sag mal, den, den du gesehen hast, der den ersten Schnitt gemacht hat, der hat morgen einen Termin beim Anwalt, damit er den Prozess gewinnen kann, oder? Gö, gö. Den ersten Schnitt. Opa, hast du das Big-Bud-Deal 10? Ne, lol. Hab ich nicht. Gehänselt habste die. Echt? Gehänselt und gegredelt. Siehste? Äh, ha, ha, klar, freue mich, darf jetzt seit September auch Schlepper fahren. Siehste? Hier hat man gehühnert, gehänselt und gehühnert. Wir haben auch einen Bau. Ich freue mich auf die Grassaison. Saison. Siehste? Machen wir noch 20 Jahre weiter. Hallo, ich bin der Manuel. Hi. Hallo Manuel. Am Samstag gibt es hier wieder Duden für Lau. Hol dir mal echt welche, hey. Die verklappen wir hier. Pass mal auf. Das werden alles Gelehrte nachher. Ja, das gerne ich. Was? Hans signiert vom Butcher. Ja, ja. Ja, das gerne ich auch war. Fleischer. Fahrzeugsammler. Du warst auch Fleischer. Ja, siehste? Der war auch Fleischer. Auch ein Butcher. Menschenfleischer. Nee, es war. Äh, huhu. Huhu, sag ich Manuel. Ich sag, huhu. Seit wann machst du eigentlich schon YouTube? Oh, mein Gott. Pah. Junge, Junge, Junge. Seit September letztes Jahr. Hatte dir früher eine viel Landwirtschaft. Nö. Im Verhältnis, ja, war das mittelständig, ne? Zu der Zeit. Jetzt nicht mehr, war das Pipi gewesen. Klar, kenne ich den, das Lied auch. Siehste, wer kann das nicht, ne? Ja. Das ist so toll am Spiel. Hier? Nichts. Eigentlich macht das gar keinen Bock. Manuel. Spielst du das gerne? Nee, ne? Das spielt den Scheiß hier schon gerne, ehrlich zu. Echt, ne? So ein Dreck. Richtig, so sieht er aus. Lol, geil, was muss ich tun, um einen zu bekommen? Warte, ein Fisch. In Hannover war der Fritz Hamann unterwegs. Nur mal so, richtig. Genau so ist es. Und der war nicht ohne der Mängel. So mache ich das auch mit Hackern. Hackern, Hackern. Nee, wir machen ja alles in real life hier. Nicht virtuell hacken. Wir hacken richtig. Selten anladen. Manuel einfach richtig, Jojo. Einfach. Manuel einfach LS17. Nein, genau. Bisschen Spaß haben. Okay, Mut. Jupp. Was ist das für eine Map? Steht doch an. Na, Sparbahn. Moin ihr lieben Obotscha. Was schnackt der Arzt? Oh, nichts Gutes. Achso, du meinst heute mit Dings da. Das war Spaß, Muggi. Erstmal schön, dass du da bist, Muggi. Nö, alles beim Alten. Beschissen. Nee, auch nicht. Geht. Ich sitze eher noch und kriege Luft und alles in Ordnung. Muggi, moin. Eins, geht gut. Einen wunderschönen guten Abend, Butcher Team und Community. Malte, moin. Nee, sieben, lau. FBR, lau. Aber ich vergesse es immer, der FBR, DLF. Wie werde ich Moderator? Indem du dich bei NDR oder Radio Bremen bewirbst und sagst, ich hätte gerne eine Ausbildung zum Radio Moderator. Oder zum Beispiel, wenn die sagen, Mensch, Joby, geile Sache und du hast uns genau gefehlt auf dem Schuh, dann kriegst du deine Ausbildung. Drei, dreieinhalb Jahre dauert das ungefähr. Lernst du das sabbeln? Blödsinn sabbeln und hast du nicht gesehen? Weiß ja selber, was ich finde. Und dann bist du Moderator. Kannst du ja auch in eine Tagesschau gehen, denn eventuell müsste man immer überreden. Denk ich mal. Die Map heißt noch, wollen wir noch mitspielen? Geht nicht. Nicht, wenn Privatmods Butcher von S55 spielt bis Open End. Spielt bis Open End mit G27, mit MB-Trag gibt es bei Verbindenmods und bei Privatmods. Butcher ist beschnitten und hat Stinke Füße. So, für soll das heißen? Für soll das heißen? Für soll das? Achso. Wie lange ging der Stream gestern noch? Weiß ich nicht. Torwalf 1 oder so? Kurz nachdem du im Bett warst, ne? Oder raus warst. Du bist Torwalf denn? Torwalf. Ach, da ist er ja. Ja, ich bin da. Nach dem Absturz war das noch eine halbe Stunde, ne? Ja, stimmt. Wie lange war das denn? Ein paar Minuten hatte ich nach dem Absturz ja noch mitgemacht. Ja, da habe ich auch nicht mehr viel. Den einen Acker noch leer, dann war das gut. Ja. Die Eile Weide da. Jo. Moin, wir wieder da. Ja, wenn der Silke Horst, das ist wunderbar. Kenny Moos 22, oder? Achso, oder? Ja. Bestimmt. Das ist doch gut, Opa. Ja, doch, sicher. Routine, ne? So. Bei dir? Ja. Was hast du für ein PC? Gaming Office. Nö, das ist schon Gaming, ja. Selbstgemacht. Richtig, selbstgebaut. Bei uns in der Region Norden Hamm hat schon ein Silo voll der Grassi Lager, ist voll in Gange. Norden Hamm, ja. Ja, das ist auch der Merke hier. So sieht dann aus alles. Sind bei uns auch fleißig, schon seit April. Das Torold muss doch arbeiten. Ja, aber der hat doch immer Schicht. Früh, spät und hasse nicht gesehen. Jo. Und nun haltetit. Sonst wäre er ja nicht hier, oder? Bin am Kompost fahren. Wo? Bei RS, aber der Streuer braucht so lange, bis er leer ist. Das ist richtig, muss einstellen. Was kannst du einstellen? 100% cool. Was muss ich tun, um einen 7-Duden für laut zu bekommen? Ja, da musst du mit Sir Henry sprechen. Ja, aber. Oh, Power, 939, guten Abend zusammen. Aha. Moin. AMD-System sagt Jojo. Genau so ist es. Jojo. Wo, vielleicht du hast, sollte man eine Liste führen, wie oft die Fragen kommen, immer wieder welche Map, wie lange geht es, oder Marcel, ja, fällt sogar 6 ein, oder so. Hast du vollkommen recht. Und dann schreibt sich dumm und dem nicht, wenn die Liste macht, sagt. Und selbst dann liest die keine. Richtig. Und wenn sowas dann nicht mehr beantwortet, sind wir arrogant. Spricht ja nicht mit jedem. Du Schlösel. Oh, no, ne, alter, ne? Oder Kiwi, oder wie heißt das? 1.15 Uhr gegen das Film. Siehste, Toni, du weißt mehr wie ich. Der Farmer. Nachtschlafgut. Das Spiel ist nicht toll. Es ist fantastisch. Phil Flip. Ja, finde ich auch. Gute Einstellung. Glückwunsch von 7.500 Abos. Danke, Mogi. Ich sehe das hier gar nicht, wisst ihr doch. Notherstet wie das 1.37.189 Zuschauer. Siehst du. Vielen Dank an die Leute, die außerhalb des Chats sind und zugucken. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Von eben über 200, jetzt ein bisschen weniger. Naja, ich tüdel hier zu lange rum. Aber das sind Sachen, die müssen wir halt auch gemacht werden. Nicht der Rechtschreibung bekommst du keine. Ja, aber mit der Rechtschreibung auch so. Mit der Rechtschreibung bekommst du keinen. Aus Friesengemau. Moin. Philonic, moin. Jetzt sind wir da, 9.000. Mal gleich mal abpümpeln. Ich würde mal Hildegard ansetzen. Was hatten wir denn da sonst noch? Die Bauern sind fertig. Was machst du jetzt? Flügen, Thoralf? Oder was? Bisschen eure Kühe. Konnte auch nicht schlafen. Schmerzen gestern. Das glaube ich dir, Toni. Es gibt ein Ticket, wie man unendlich Geld bekommen kann. Drück einfach Alt und F4. Genau. Was mache ich auch gleich, wenn du meinst, ich bin so doof, ne? Das machst du aber jetzt zuerst. Boah. Eingabeaufforderung vom HZ-Doppelpunkt. Jo. Ja. Ja. Ja, das ist noch besser. Genau. Das am besten, ja. Das drückst du zuerst und dann drückst du das andere. Wir haben nur ein Spiel raus. Ich mache gerade der Mischanlage, wenn er voll. Ja, okay. Wir brauchen jetzt eigentlich erst mal ein großer Wasser. Natürlich gleich noch mal eben eine Runde Gülle, ne? Dann seht ihr mal wieder was anderes. Das ist auch in Ordnung. Natürlich. Trinken wir immer Schluck. Butcher Diesel hier. Wie geht's dir? Sag ich noch, mir geht's gut. Dir auch? Anton, wie kann ich das einstellen in der Moddash von der, von der, von der Kompostanlage? Moddash Kompostanlage. So, wir setzen uns mal gerade an. Dann müsste er eigentlich Ilse hier durch Langfahrt. Ne, warte mal. Wir können mal eben den abkommen. Da steht ja irgendwie, ne, Spreed hast du nicht gesehen da unten und da kannst du Zahl eingeben. Steht bei mir jetzt auf 150. Hörer meint, glaube ich gerade, er geht bürsten. So, guck dir die Bohnen an, wa? Lecke. Ich bin mal mit Curseplay, dann kannst du nebenbei andere Sachen machen. Poagra, nö, ich nehme deine Helferlein hier. Ich habe ja genug. Aus dem geht das im Multiplayer nicht. Nö. Hier ist dir wieder was gelernt. Nein, Poagra. Aha. Ja, nicht, wie Betzke. Wie Betzke. Moin. Das gefällt euch dann auch so. Axel, Mogi. Danke, Mogi. Kinderlied. Hm. Ich mache jetzt auch mal eben wieder was anderes. Oh. Jetzt will ich so machen, da kriegt er nämlich alles mit, mit, mit. Na, fahr los. Zack, zack. Das ist ja gar nicht entlassen, ja, wir sind das. Mimi, Mimi, Mimi kann, wer kann dreschen, 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 am besten. 17, 11. Die Mimi. Nehme die Mimi. Hör mal los, Mimi. So, muss ich immer eine gerade Ecke fressen hier. Komm, Budo mal zu euch da hin, eben. Na, komm mal rein hier, so, zack. Na, krieg ich den so ab hier? Weiß ich auch nicht genau. Ich muss nachher gleich erst mal zu BGA runter tanken fahren mit dem Umgetüben hier. Ja. Warte mal, hatte ich hier einen, den weiß ich jetzt nicht genau. Er ist ablassen. Wie klappt der wieder runter? Warte, ich muss mich mal gucken. Ne, mach doch nicht. Das ist ja auch so ein anderer Klamm. Habe ich hier so ein, so ein Ding, leergefahren mal, weiß ich gar nicht mehr, ob ich den so Hänger hab noch. Ne, das war in England. Ach, das war in England. Ja, mitten auf dem Acker, der einer. Dem vertanken. Ja, ich habe noch 200 drin, aber leuchtet schon. Aber ich schaffe den Schlacht damit nicht mehr. Wie ist das, Sir Henry würde sich über einen Anruf von Tante Ilse freuen bei den Fragen hier im Chat? Hmmmm. Ihm, das ist nicht mehr, was ich da zu sagen würde. Ilse? Da zieht doch alle warm an, du. Ja. Wie kommt man in diese Helfer-Menü? Ja. das geht aber nicht wenn der auto kombin oder sowas drin hast da kommst du geht das mit haar nicht weil die sich gegenseitig blockieren muss ja umbelegen wie geht das lieber nicht erzählen stundenlang erklären keine ahnung ja bräuchte ein gewirtel ne an die nenne pio das ist advancer selber ja ich weiß es nicht richtig doch es fühlt sich richtig an mimi legt los jawohl mimi mokt hat und führt wie ein bisschen die auge noch zack ich bin kurz weg weil ich mit meiner freundin schreibe ja mach das ist in ordnung toni muss auch sein richtig und schaust du das big bad dlc michi nö habe ich nicht uwe kno moin lea und jungblut moin wollen wir freunde seien die glas ja um nicht das können wir machen noch nie glas bringt das post will freund sein das in ordnung die glas exner sagt herr bürger t ich zurück da waren wir waren wir noch nicht 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 haben angefangen das macht da sind wir noch gar nicht fertig schnitt lecker trecker allein hier lecker so Okay. Ja, nicht so schnell. Äh, klar kann ich Pustenblumenpeter lustig, Mannes Mann, ich auch. Michi reich, wie geht's gut? Heute noch eine Runde in England. Nee, ich weiß noch nicht mal gucken, ist er noch nicht, ne? Noch nicht Feierabend hier. Immer mal, mal hier, mal da. Ich bin ja im Grunde genommen, ist das ja alles ein Paket, ne? Sagen wir zweimal England hintereinander. Ich hab mir gedacht, auch heute können wir ja eigentlich mal diesen machen, ja. Äh, das ist noch ein Stück über gewesen, wisst ihr? Äh, mein Moin Mädels, hab gerade Frauen ins Bett gebracht und nun noch einen schönen Genie war in der Hand und ButcherTV. Mehr geht nicht, Stevie und Neck. Jo. Feine Sache das. Ja, ich mach den Philipp. Mal den Zap, moin. Ich bin dann auch mal weg, ich muss morgen früh um 5 Uhr aufstehen. Thorsten Hahn, aber holla, ich will auch ins Bett gehen. Mal den Zap, moin. original was meinst denn das originale ist aus finde ich cool langt das rhein grafisch mäßig da soll ich mir immer braun immer moots oder was so viel drin im spiel die möchte nämlich eigentlich erst mal ausprobieren und wenn denn so mod vielleicht ein bisschen anderen sound noch und fenster und türen auf das langt mehr bräunig verstoße platt jo warum so früh früh frank agar butscher servus franken agar videos grüße euch johnny h ok war aus bauern sind die felder sehr teuer aber sie ist sehr gut die karte ja das ist aber seit irgendein update waren hinten die reihe da die waren milliarden keine ahnung die musste irgendwie denn über umwege besorgen habe ich auch gemacht weil milliarden das passt immer nicht ist ja nie zusammen war aber erst seit dem update von hast du nicht gesehen 04 hatte ich da drauf dann wieder runter gemacht und da waren die auf einmal so teuer vorher nicht und dann war ich denn ja abends in der kneipe hier wo die und dann waren die bauern nach den gehörte dahin und dann habe ich dir erstmal ordentlich ein eingeschenkt sagt die alle nicht nähe und dann haben wir 17 04 eine runde und anderen tag konnte ich da ernten gehen unrealistisch was ist unrealistisch das spiel mach sein das ist ja auch ein spiel klär mich mal auf phil flip und muss aus friesland ist hier ja gang und gäbe oder acht meint die preise jetzt da oder was unrealistisch ja natürlich oder durch irgendwas weiß ich auch nicht habe auch versucht die runter zu dünneln hätte ich euch das gesagt ich habe es irgendwie noch nicht hingekriegt mit dem preis ich weiß nicht wo ich das suchen soll ja im 17er hier ist ja gang und gäbe ja ja kommen wir aus aus friesland ach so mit plattdeutsch ja klar da kriege ich ja schon mit dem motto nicht mehr da weiß ich da bin ich ja nicht weit weg von aus friesland ach da liegen ja auch noch ballos da hinten meine fresse vor als alter schwede der bein spezialist seh ich jetzt erst ja ja weiß ich ja hier mit streuen und so ein kram da gehen eine masse weg du kannst lieber noch ein paar fooder hinpacken da wegschmeißen können wir die immer noch oder verscheuern dass die felder so teuer sind ja das ist unrealistisch diese gehen eigentlich naja die gegen das waren die dahinten diese reihe die 14 16 und den ganzen kram die waren schweineteuer nach diesem update richtig wenn ihr mir noch mal ein paar schwein kippen war ja können wir noch mal machen verträgt die man besoffen macht was verträge die man besoffen macht sind nicht macht sind nicht weil man nicht zu rechnungsfähig war es sind ja keine verträge springer fahrer nicht kein vertrag gemacht das war handschlag 17 04 habe ich gespielt und das kann es ja mal einem im casino erzählen zum beispiel noch mal besoffen irgendwie auf rot oder grün jetzt hast eine bude verspielt oder was die danach fragen wird sie gar nicht mehr sie gar nicht die besoffen macht die lütten in schenken und er hat sie mit spiel die wohl doch hier unbedingt warum gibt es denn da immer gratis trinkst richtig so kann man auch mal eben so er wird schon mir geht es heute nicht gut da meine beste freundin meine beste freundin vorgesagt wird sie man wird sie man nix herren fichter da meine beste freundin vorgesagt wird sie man nix das kann ich mir nicht irgendwie nicht zusammen reiben wenn er schon gut dichten aber das ist heftig ich bin dann mal weg für heute noch viel spaß christian stopp got minecraft master mein kamo in bei botchern mir geht es auch so das waren wir da ab die map ist schön aber die map ist schön finde ich auch ne ich mach die haben jedermanns sache aber ich finde gut viel flip muss man sagen holst du dir das big bad dlc lukas weiß ich nicht echt keine ahnung ich habe doch eben dinge eingestellt das das ich habe mal eine frage kann man strohballen ins silo werfen wo man die silage rein macht geht das auf jeder karte das weiß ich nicht genau ich glaube schon wenn ich jetzt an einer stelle wäre und wüsste was ich genau da wir müssen bei dem man einfach reinschmeißen sehen aber ich glaube schon kann erst mal gehört irgendwo doch da meine beste freundin vorgesagt wird sie ist dumm und kann nix jan und was hältst du davon ist sie dumm und kann nix lasst die leute noch sammeln so was kenne ich und die meisten die sowas sagen die können selber nichts und sind dumm oder dumm ist niemand da musst du nicht drauf hören es ist mein meister mal irgendwelche neider oder irgendwelche leute die selber nichts gebacken kriegen und so eine leute interessieren uns nicht hier absolut nicht mich jedenfalls nicht in keines der ahnung weise da fährt er da das wollen wir auch nicht jetzt kommt der sens aber getankt das ist auch nicht also auf dem hof steht auch ein fass oder hierbei bei richie kostet alles das gleiche richie auf dem hof kann auch tanken sie ist auch nicht im sondern klug sie ist ja ja also da sind das nur irgendwelche neider die wollen doch keinen auspuhlen oder irgendwann dann lasst euch gar nicht drauf ein ist alles schwachsinn ignorieren das manchmal schwer wenn man die wut hat ne bring deine freundin mit hierher und dann geht euch das gleich wieder gut glaubt mal ne falls sie nett ist dumm ist nur wer dumm tut richtig so ist es wir tun doch auch dumm wir tun doch auch dumm und sind nicht dumm check under my playlist on my channel and with the proviso baby what is not the word of god und tschüss und tschüss mein freund genau Karl zu Harald moin ehrlich wie das braune gold im hohen bogen dahin plätschert richtig geil ne bin wieder da toni das ist schön butcher ansage 22 uhr ne noch nicht ganz machen wir gleich Florian Punkt cool was hältst du vom dlc big butt Karl zu kann ich Harald kann ich dir nichts zu sagen hab ich nicht ich hab das nur auf bildern mal gesehen und so ich hab's nicht hab's mir noch nicht downgeloadet will ich auch weiß ich noch nicht ob ich das brauche keine ahnung werdet ihr den season mod benutzen ich glaub wohl nicht erstmal gucken was davon wird und wie und wat und wenn wir jetzt schon spielen naja und dann eben schon habe ich schon die langen gesichter gesehen ich hab's zwar nicht gesehen aber ich hab's gemerkt teilweise mit dem kannst du immer was anderes machen oder so rumdreschen was willst du denn da dann drei volle tage wir haben noch nicht mal wir sind um warte mal angefangen 5 6 uhr und jetzt 10 uhr das halten die noch nicht mehr aus die leute und dann wollen die den ganzen winter durchhalten in real spielen so jetzt kommen diese leute bitteschön was soll ich da machen schnee schieben drei tage oder was ich selber kein bock auf irgendwo weiß ich nicht ok alles klar sagt karlsau nacht bis morgen noch trägerfan 2 schlaf gut siehst du tony binne 22 uhr tobias luka boot moin butcher bis echt der beste youtuber ich feiere dich echt richtig krass justin dankeschön lorion 22 uhr gut die andere ist alle windelträger und pampers bomber aber die ehre ab in bed schlumpen morgen schule nein das ist mir egal ob ihr bleibt oder nicht aber ab jetzt kann mal sein dass sie auch mal ne ein anderer ton herrscht oder so also liebe mütter und väter wenn ihr das nicht möchtet dann passt auf eure bübchen und mädels auf wir haben dann nichts mehr mit am hut und wir schnacken nun so wie unser maul gewachsen ist dankeschön so na du geile dna wie geil die dat janus und diok was stinkt hier so ach butcher siehst du jäger na guck was du alles riechen kannst durch die kabel ne danke butcher nun habe ich ein ohrwurm warte warte nur ein waldchen ja siehst du gott ne ne und jäger der wird dann gleich besser von hamann der kommt dann zack der holt den jäger dann gleich weg hier halli hallo der jäger hö 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 ich hab morgen keine schule tobias warum da denn nicht die lehre will da keinen bock oder was jäger 313 siehst du was ist jäger fällt dir nichts mehr ein oder was schreib doch noch ein bisschen mal hin da da lang doch noch nicht da kriegst du wenig mit außer reserve mit so einem pet kinderkram da äh 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 dann habe ich das verkehrt verstanden ups schreibt mir einfach ja rein dann weiß ich das Elternsprechtag ahhh überall ist Elternsprechtag immer ne Bremse bleibt sich der ganz hier auch rum der die Knaben für den A-Mann anlockt ja hab ich auch schon gesehen hier Kinder es gibt gut achten was soll das verblittene Elternsprechtag ab äh was aber Tracker auf die Straße nerven richtig ab durch die Abgase äh durch die Abgase ja mom lese gerade auf Fokus mom lese gerade auf Fokus hä versteh ich nicht du bist cool kann ich gegrüßt werden Tom Thor kannst du äh die Map heißt noch achso das ist der Spruch guten Abend Mario moin moin oder stream christian eigner dankeschön so ein paar Bilder aus mom und bieten was mit hoff das scheiße da oben ist blaue krieg ja so geht aus am besten weg guck dir dann an du vor so fleißig weg hier aber dafür gibt es dann heute nacht auch nicht mehr ist das der standarddeutsch knedl ja so hätte es jetzt nicht gedacht ne ich auch nicht wollen gesehen habe das erste mal cool ja da brauche ich mein spiel ist nicht mit belasten mit irgendwelchen anderen deutsch Thorsten alles dabei alles drin was ist das nämlich gibt es so viel geile sachen drin finde ich modelle die man eigentlich gar nicht nur zwar immer nur mu 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 man lässt sich anstecken von anderen leuten oder anderen youtuber und oder wie auch immer ne ich mach das nicht gut was ich jetzt wie gesagt ich kenn mich ja nicht wenn ich gut finden würde wäre jetzt wenn dann muss ich nicht unbedingt haben aber Fenster und Türen auf und so und dann ist das gut die dachluke so ein wenig zum spielen dann wäre das mod aber mehr auch nicht ich habe die gleichen mods wie du die sind nämlich cool finde ich auch die habe ich auch alle ausgescheckt was ich jetzt an mods hatte oder verändert habe dass die laufen das was ich hier an mods rein packt könnt ihr bedenkenlos rein schieben nicht in den Arsch nicht sondern ein spiel ja gut kannst du den Arsch schieben wenn du willst schön einfetten nach dem Ding und den Gedanken so ja kacke stinkt weißt du damit achso den hab ich naubünd schöne standardmaschinen im 17er richtig knedelt finde ich auch gut und darum möchte ich mir das spiel dann auch nicht mit irgendwelchen äh sind doch rüber konvertierten aus dem 13er 11er irgendwie so eine strichmännchen dinger da rein zu knallen die waren zu der zeit damals waren die grafisch top aber heutzutage nicht mehr wenn ich die spielen möchte dann spiele ich auch den entsprechenden ls genau das spiel und 13er oder so da habe ich keinen bock auf hab ich keinen spaß an wenn man so sagen ja ne soundtechnisch könnte man auch noch was anmachen aber mal gucken was mir noch einfällt vielleicht nehme ich mal ein paar eigene auf ne das war ein schatz mit x verkehrt gedrückt hier da wo verlierer liegen bleiben richtig kann ich denn gegrüßt werden torben hab ich doch muck all hast du es nicht gehört komm grüße dich hast du es mitbekommen habt ihr es alle mitbekommen jetzt torben meyer ich habe dich gegrüßt alles gut jetzt hörgerät rein füße waschen rutscht der dreck nach und so weiter und dann geht das alles so kannst du in die kamera fahren kannst du in die in der innen kamera fahren ja kann ich auch gleich machen muss immer die ecken weg machen da sehe ich das besser jetzt kann man auch in der innen kamera machen aber leute wenn ich im echten trecker sitzen würde im real life weil die anderen sagen wenn du von außen guckst nein aber im richtigen trecker hätte ich ein ganz anderes sichtfeld gell zum bleistift ne aber das können wir um haben ich muss bei tante hilde noch drei schläge grubbern tobias ja wir machen meinen kram und gleich mit da wollte er nicht mehr bei wie stehst du zu dem thema bipsy beauty place bap bap ja also irgendwie ne weiß ich auch nicht so richtig was ich davon halten soll weil ich kenne das gar nicht ich weiß gar nicht was du meinst ne irgendwie aber rein in den garten hier hast du gesehen die ganze puppe hier du alles voller puppe was war hinten noch einer kompetieren idt scheiße da funktionieren die lichter nicht siehst du da hast du es wieder timo mickels butcher tach daumen hoch alles klar dankeschön sir henry pil als ob das irgendeinen juckt hm richtig also mich nicht oder ne irgendwie nicht so richtig philip philip das lied ist doch ein kinderlied toni ist das ein lied oder was ist schon ausgelutscht eigentlich ja meinte ich vorhin achso butcher du bist morgen äh butcher bis morgen torben ja schlaf gut tschüss komm gut in die urne zu liegen oder sowas ne ivan hallo grüßes nach brabant grüßes nach brabant und an butcher team kantor es hört sich nach jemand aus den niederlanden an da freue ich mich aber dass du da bist kantor jetzt sind wir Freunde aus den niederlanden da sind viel cool so machen wir eben eine neue nehm an nehm an wieder da nehm an wieder da nehm an wieder da ja ich hab doch verkehrte sein gemacht den muss ich ja mal so ist das richtig so wird er ein schuh draus wenn du machst die papa nach so wird dann schuh draus dann sage ich euch einen wunderschönen guten abend oder nicht so habe ich hunger ja das ist so die verarsche lauert unter jeder ecke putscher wie lange machst du noch sonst bleibe ich noch auf einen augenblick so zwölfe eventuell so um den dreh und dann ist gut also nicht bis morgen früh das auf keinen fall 194 zuschauer wieder ein bisschen dazu gekommen ich begrüße euch alle außerhalb des chats und hoffe es macht euch spaß und vielen dank dass ihr da seid vielen dank michael olle moin moment richtig mal sind war mal sind mal waren wir das cool ja das ist doch geil der nächste der baby leader hören will bekommt hier die stiefel von janni und dann geht's ab auf die schafweide richtig das ist das bb loxberg oder bloxberger die so ein lieder waren das flip ach so sind das deine deine super hits flipps was du mir erst sagt es da von bb ja sind das deine top 40s irgendwie oder so ich meine dann kann ich ungefähr abschätzen wie alt du bist aber ist nicht so schlimm das nun wird es nicht echt mm 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 so ich muss jetzt drücken machen eine damalige piep piep und deine die die mitte stellen und zack und auf geht's ne vorwärts jung vorwärts 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 so ist gut ich muss das anhören toni moin mach weiter so michael pinner mache ich bist du mal in einen gülle haufen gefallen ne ich nicht dann müsstest du wie heißt du noch isabelle vor die springt da rein in eine gülle grube glaube ich hat es aber erzählt ist da reingefallen und danach noch mal rein mit körper mit seemannskörper da rein und irgendwie doch ist schon ein paar tage her hat es uns mal erzählt hier dann stand sie irgendwie den tag so direkt dahinter und sah total beschissen aus irgendwie hinterher hat sie erzählt das war isabel forche ganz nettes mädel danach ist sie dann durch den dorf gegangen da sind ihre nachbarn an den die sie kannten dann auf andere strafenseite gegangen sie wurde gemieden wie die pest irgendwie kann sie nicht so gut naja gut ich meine manchmal dann aussieht die kinder der jugend ja johannes gibt das ist genug mir fehlt beim manuellen ankoppeln mode das automatische einrasten der anhängerkupplung am trecker doch alles andere ist da gut gelungen ja der ist ja ein gene auch da so ein bisschen ja und schmuse überall ich meine ich sitze ja auch nicht am trecker wenn ich den jetzt angekoppelt habe das ist hier auch nicht so richtig drin da irgendwo guckt da aber wie ich das reingucken oder so ich sitze nicht immer dann guckt da denn hin oder ist das alles dran da gerade hier im spiel jetzt also wie viel hektar hast du im echten leben wie hektar ich jetzt nichts mehr keine hektar wir haben nur noch ein garten hier 1000 1000 quadratmeter lang tausend und bisschen oder jemand war das besser nicht ach du ich war den kram da hinten weg war oder so weil ich in die 40 40 abgebrannt nicht aber ich habe da zwischen ja noch wohnhaus gewohnt kam zum miet immer und wenn du gesagt jetzt im alter noch wieder so eine riesen klamotte da habe ich eigentlich richtig gedacht das ist auch immer älter und man hat die alten leute gesehen wie die denn hinter ihren rasenmäher nachher ja da muss ich ja auch noch irgendwie so ein bisschen ist überzeugt damit bräunig die man kann man sich doch auch so warum fährt hat schweinig manchmal kriegt gang drin oder ich glaube doch nicht jetzt muss ich nicht verstehen will joni hattest du mal land ja das meiste in der hose die butcher habt ihr ein abo gegeben finde ich gut fabian doch langsam zeigt danke als was arbeitest du tagelöhner im bergbau schon wieder verschrieben feli zockt ja das glaube ich schiet schiet schon wieder verschrieben ja naja ja moine zusammen super ingo super ingo 70 super ingo super man super wommeln geil super ingo super cool super super cool super cool В hatte kein land der hat seine felder auf google maps bearbeitet die frage man 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 ja genau ohne ob manny manny ist da wollen wir nicht mit den eiern denken könnte will ich ein scheiße schon wieder so schnell weg lesen mal vor oder umstehen wird schon wieder ab kurz geschlafen muss morgen um vier aus das war leah richtig man hat geschrieben man wenn ich mit den eiern denken könnte wäre ich ein intelligenz bolzen verdammt ja das passt auch genau wie pat auf einmal hat und schon bin wieder wieder hab kurz geschlafen muss morgen um vier aus ach so lea den schlafmann hast du gedient jawohl moritz wir haben gedient das ist alle gerade 45 45 wurde zurückgeschossen ich habe wirklich gedient habe ich ja du auch moritz oder hast du hier bedlagen sauber gemacht aber wir wollen es auch dienen muss man auch mal wir haben alle gedient haben wir du verschreibst dich sogar beim verschreiben ja super ingo wieder neu nur diesel sondern super nicht diesel sondern super super ingo geil bad oma hab dich auch abonniert loris dankeschön vielen herzlich willkommen hatten wir doch mal vorweist auch noch ging ab wie schmitz katze davor und wie geht die abschmitz katze muss immer um schwanz petten leute nand es war noch zeitnahmars vorwarten werden graben schlachter axel alles fit ach so dass er lukas schumann moink moink player 99 hast du lieblings youtuber ja sicher du auch ist so ein richtiger opa also hast du enkel ich habe keine kinder keine enkel haben in echt aber ich habe ganz viele enkel hier in youtube zum beispiel mittlerweile die alle gerne opa haben möchten und gesagt wenn ich dein opa kein problem aber auch nicht so ja und habe ich ganz viele tierlein hier aus tier sind alles meine kinder und davon sind wieder junge und enkel und hast du nicht gesehen ach mein lieber mandel ja alles gut und bei dir okay ach so ja fabio ist leider immer noch wo warm aber ja gut das film wie immer hannis das geil um fahren französische panzer rückwärts damit sie die front auch mal sehen also das land in der hose anton richtig aber ich habe doch mal landgewinnung machen wir an der küste landgewinnung in der box kommt an die top ten der sinnlosen fragen richtig der axel naja liege im krankenhaus iwan ja du stimmt lieber du kommst auch bald wieder raus bestimmt ich habe den 7370 er davor laufen besser als wasser stimmt ja hab ich ich bin heute so viel hoch weil ich ja noch wüsste ja dann ins klinikum musste da die knappe dichte also alt wäre ich auch nicht mehr heute würden sie mich adoptieren ja rtz ja so erst mal dass sie weglassen wir lieben das hier entheben hat schwul opa heute kann das heute kann das big bad dlc kann heute kann das big bad dlc genau was kann dann heute präferieren sie bei den dirnen das hinterteil oder dem vorderbau ja vorderbau die waren du nicht vertraut was machst da hoffentlich zum schlimmer ist ach so der vater niklas moin kannst du aussprechen ne hochkatzel schwul schwurf ja habe ich gemacht aus wenn für mich bitte findet ein süßbursch butchig jaksi akatzel schworf ne kotzel schworf ja mal grüßig ich gehe schlafen schau fabian seto jetzt aber nur wenn du fleißig bist das ist ja claudia ja ja ist klar rasenmähen mauern dachdecken also was wie oft wirst du denn war animale wirst du ja wohl sein was ein richtiges party party's enemy wirst du ja wohl sein unterwegs das habe ich nicht gelesen heute mehr ich habe zwei energietrinks neben mir ich mache die nacht durch lea ab im bett jetzt naja muss morgen wieder hoch los knacken jetzt so lange geht das hier nicht mehr niklas gelbert moin die ein anderes moin die strehle namen botcher tag die dirk johannes kepler wie für die ewigkeit ja wohl liegt das rösch da ist er heute kam das big bad dlc ist nicht wahr wirklich wir müssen uns das wollen wir noch gar nicht gekriegt heute niklas brünefeld moin bis heute auch oben end philipp ist immer oben end dann mal alles gute das wird schon wieder kannst du einen witz erzählen ja claudia rasenmähen sollte er können mindestens mindestens sie ist noch einiges zu tun noch pflastern hier und also war ne neuer botcher alles normal normal karl ja was ist eigentlich mit claudia wann spielst du mit ach so jojo wenn wir das hingekriegt haben dass wir zusammen in den links reinkommen hier und sie der bischen umgeübt hat wieder harry mein freund da bist du mal wollen und er ist mutter heute wieder den ganzen tag von lücker bundelt wieder oder waren mit dem bagger scheuen jung dass du da bist bin das big bot dlc überflüssig sebastian ich weiß ja ich auch von der größe auf alle fälle sagst du schon mal von der grafik her war was ich gesehen habe fand ich das toll ja mir will ich noch nicht jaksel 24 20 kommst du aus österreich nein kommen wir noch die küsse tonstille wird kommen und mich retten ja nicht mag durch der macht hat aber du bist nicht dann muss ich sagen muss ich ganz richtig er geht noch nicht der jaksel 24 safe wie lange stimmst du ist fertig ich habe fertig und haben die ilse aushalten richtig bin in kokshaven am wochenende philipp nach muss er merke hier er soll muss claudia den führerschein machen die hat eine ja können wir mal kriegen wir alles hin das war mal ab dass er immer nur nur liebste claudia oben endlich das grün grafik super aber für welche maps soll man das nutzen es klappt wunderbar mit einem was passiert ja ich meine da geht von aus das ist ein offizielles dlc und das sollte hinhauen nicht dass sie jetzt so ein ding noch denn und hast du nicht gesehen war nur das fertig oder was ja ich werde mich jetzt verabschieden chef kraftfutter und ein bisschen krass fehlt noch wasser ist voll rest ist alles voll und in der mischanlage ich auch noch was rein hier ja null problem wo alles in ordnung ja du musst ja auch morgen früh wieder hoch stimmt wenn wir gerade ein in real ja klar ja schönen dank dass da was hat spaß gemacht vielleicht bis morgen ansonsten doch noch sagt ne gute nacht claudia und gute nacht alle im chat wirst du und da geht er wieder rund du kannst du gut einschlafen ja ja kann ich jetzt auch lustig ist glaube ich dir schlaf tschüss immer 19 ist kann man das noch machen ja das auch nicht so gut je nachdem was machen was unfall martin schrei das darfst noch mal frage aber wolltest du keine kinder christoph das steht auf einem anderen blatt papier neu die ich aufgefressen einige mit senf und die anderen mit ketchup meine kinder ich erzähle die mag ich gerne ich bin fast so gut wie diese kleinen rosa marzipanschweinchen dann gute nacht harry harry auch wollte schon am bett ja muss morgen auch wieder in schlaf gut harry schön dass man reingeguckt hast habe mich gefreut echt siehst du nach torreif nach torreif schön pudding m dorschi moin wieso wieder da opi um genau hessen ach da ist er wieder kommen an ist er wieder der janni ja 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 wieso bist du eigentlich noch wach jetzt mal halb elf muss er wieder auf sulpa oder nicht ein mann steht unter der dusche und holt sich einen runter kommt seine frau rein und fragt was das soll meint er kann dir doch egal wie schnell ich mich wasche stimmt haha einen wunderschönen guten abend claudia so gute nacht torreif moin timo schreiben morgen eine arbeit julian dann abend am bett ich habe schon einmal ein paar paar mal durchgemacht ja aber nicht wenn der nächsten tag zur schule oder arbeiten muss oder irgendwas oder so ne der hesse schon wieder da jojo ja so war auch nichts los dann guck doch mal hier rein weißt du doch das bittbar dc steht heute mittelpunkt ja viel flippt das darf auch gerne von mir aus ich habe mich trotzdem nicht nee das passt schon alles das passt schon alles naja guck dir ja ein anderer geht er langer noch flöten ohne gummistiefel und ziege dies hat grüne ungeheuer hier ja nie gerne und es möchte noch eine runde mit fahren jetzt dann muss ich noch einmal reinkommen kannst die ganze nacht nicht pennen sonst sie muss nämlich gleich auch noch mal eben nach wie hättest du noch achtung komm ich da hinten drauf war da keine auffahrt weiß ich nicht mal sehen butcher bitte schau doch mal in 77 hirten vorbei wäre recht toll wenn du mal ein fan meetup machst ein paar es nehme ich mit den restsponsorst bitte du wo soll ich reinkommen 7 hirten muss da denn die hessen sind wie die pest am arsch richtig was du gesagt nicht ich meister ich meine nur einen nehmen wir gleich erst mal heim gehen ach steckst du laura oder was jetzt da heidel dann gute nacht putscher jo mario schluggurt und zwar leider steht es im mittelpunkt ja das ist doch vollkommen wie darf es doch auch das ist auch neu raus das ist ja ganz normal im mittelpunkt steht echt aber wie viele maps sind neu raus und stehen dann im mittelpunkt und alles okay alles gut soll auch viel gut aber da muss ich mich doch nicht auch noch mit einem muddeln da oder was doch keine lust zu genauso wie mit den maps denn erst recht nicht nicht weil ich die alle schlecht finde das ist quatsch ich warte so lange bis sich das abgeklungen hat und dann kommt da eine schöne lecker story rauf und dann passt hat zum moment ist ich bin hier kein mut oder map vorsteller oder irgendwas das will ich gar nicht sein und stress und können ja nie muss erst mal beute lernen aber doch schon timo mit einer hause will das doch fertig noch mal oder heute mal nicht ein lochen erst wenn wir alles gut ist so ja dann die war krank ne laura hat sie gehabt schlimm erdbeer woche erdbeer woche auch so russens und da wenn ich auch gerne wohin ich auch gehe muss ich die hand hinterfragen die mich festhält aha hakturow moin und ordentlich gesprengt heute war ich sehe was du nicht siehst das ist braun ja land in der büchse ich muss noch mal operiert werden toni das morgen nach hause waren heutige bohren regel fällt der bohren schnäffte wieder lecker so polzen jawohl philip lassen hab dich abonniert dankeschön und herzlich willkommen das war diesmal ernst ja schnuppe und husten ach so ich habe das gerade anders verstanden wo ich sagte die rotarmisten bei laura sind da habe ich gedacht das ist mir schnuppe der weg ein husten ein richtiger soldat fährt auch durchs rote meer lang machst du heute bis ende ist aber wenn wir alles genau sagen wird es wieder gesund und stimmt genau was macht eigentlich dieser teil deiner verwandtschaft der zweig gibt es ihm gut bist du genau die jahre die verloren gegangen sind ja lieber nicht jetzt der andere fuß warum habe ich so ein pech wieso der andere fuß was wir nur einen verletzten mit eisen drin oder über du timmer ich gehe so schlafen ich habe morgen ein deutschprüfung look aber holla die zulicht die hin besser ist das und schreiben anständige arbeiter sagst du uns dann sind wir alle stolz auf dich stimmt die bealterung in frankreich weil die jungen leute in die metropolen gehen ja die die anrause die botze land wird das mit noch mal erzählt doch das ist doch nur spaß bei pyro pyro manel ping ping und so was weiß auch ein skelett betritt die kneipe und stellt sich an die theke bitte was darf sein ich hätte gerne ein großes bier aber mit wischlappen wenn es geht es wird gleich durch die rippen rausgelaufen hier da diese diese die so aussehen da was was wir erst hatten mit dem stiegeln die habe ich selber angesehen hier das war ein acker da habe ich weide von gemacht und sieh dir diese placken da und das wird in dunkel da kriegt man im meer trach aus ein echter pirat steht auch ins rote meer wollte ich gerade sagen schnuppe und huste nee hat sie wohl grip die grip hat sie muss anständig hühnersupp esse ist gesund das war ich würde in der zeit zurückreisen um ihr meine liebe zu gestehen johannes worum geht es denn bei den anderen auch habe sie eben gerade festgestellt das auch gut als ob ich was ein loch das einzige was er ein loch ist der golfball bei mini golf tja lassen wir ihm noch den spaß dort muss krachen und nicht schmacken tschüss geh mal dann mal schlafen allen schönen abend viel flip schlaf gut und träumt feines ne die auch schlafen und schreiben morgen englisch aber ein hau rein philipp das schlaf gut und träumt feines heute habe ich mit meinem fahrrad ein willi gemacht und bin gefallen ja das ist meine ganze gepäckträger kaputt und meine hand ist verletzt verletzt verliebt jetzt habe ich mit meinem fressen oh mein Gott ihr seid ihr holt weil ich ehrlich bin oh man ey geil ist die ganze gepäckträger gut da kann ich nur sagen genau so geht mal kurz ein bis gleich noch nachts sagen ja hast du das big boot butter nee erich habe ich nicht nee ewig sowas habe ich nicht oh mann mann warte mal muss ich hier noch hin gleich gleich nee da auch nicht mehr dann ziehe ich da erstmal einen hier rüber oh so tun wir dann brauche ich da nicht mehr an langs so äh sind sie verrückt drückt der schotte seinen zahnarzt an seinen schilling soll ich ihnen dafür ergeben dass sie mir einen zahn ziehen dass sie beleidigt was beleidige da beleidige ich mich lieber in meiner kneipe an einer schlägerei schlägerei achso aha die schotte ist nämlich so geizig bis sie um die zähne rausgeschlagen werden ah ich fahre nie wieder am motorrad muss vernünftig fahren ne nur ich habe mich auch schon gelagert damals klar ich habe nur mal Glück gehabt weg oben ich hatte einen längsten pieger beim überholen macht ja auch spaß alles ne habe ich auch schon mal gehabt ja weit voraussicht fahren ist doch nicht so jagen dann geht an ein rochermain in ein restaurant ist wie ein pissbereich im pool hallo 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 das ist sehr wieder druck vielleicht noch mal eben nach der frieder gucken da hinten die da ne mimi oder wie sie hält sie spricht von vertrauen aber macht keine fehler ne ging das um deine ex freundin oder was was ich verstehst du schwarzen humor ja ich verstehen wenn du das meins was ich meine aber ich glaube das passt ja nicht so dolle hin weil das alles so öffentlich ist da könnte jemand bei sein der auch vielleicht die hautfarbe hat falls du das meins oder so und das nicht so gut verknusen kann also denke ich mal lassen wir das lieber die spricht von vertrauen aber macht keine fehler so verschließen ja der ist mir voller wucht hinten rein gefahren kannst du ja nichts ne rafil kuhn guten abend einen wunderschön guten abend ist muss das noch hier fliegt werden so nach und nach alles wenn man noch 7000 passt hoch was heißt das johannes jetzt der zeitpunkt ist jetzt ok war nur eine frage ja ist ok vollkommen ok bernert sehr nett ne herr doktor was soll ich tun meine frau bildet sich ein sie sei ein auto wie alt ist sie denn 62 verschrocken sind die hühner platt wie ein teller war der fendt wieder schneller christoph jawoll kennen wir so ganz langen bad everyday saturday in julien bam wie stehst du dazu äh everyday saturday von wüsste ich nicht wo es hinstecken soll ist du machst bestimmt wieder ein lidl joshua schmidt guten abend joshua schmidt guten abend und das feld ist nicht mal halb abgebissen ganz alleine oder was springerhoffahrer ja ja sicher das ist aber das ist halt so das wäre in echt wäre das nicht anders ne da hat man denn auch mal so ein hof irgendwo oder was dann musst du das halt machen lässt ja nicht die hälfte liegen oder was das ist ja gerade der anreiz auch für sich selber diesen durch diese ausdauer zu haben das durchzuhalten kann man sich selber mal testen ja guck mal habe ich geschafft klasse ne na muss man überlegen was kai jeden tag macht richtig die liefern an den blumen vorbei und hielten nicht für einen atemzug an die liefern an den blumen vorbei und hielten nicht für einen atemzug an johannes ich weiß überhaupt nicht worum es geht ehrlich zwei schwule unter sich du mir ist jetzt mal ein kondom abgerutscht im ernst nein nimm die da so im hoferland ja mach guter 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 auch duden mach nix ob egal ja das ist am pc timo timo michels achso springer meinst du das haben wir fertig das haben wir fertig da hinten müssen noch ballen weg mit salzi das er zu so später stunden claudia gute nacht schlag schön ja ich auch mal eben runter sollen wir einen kaffee holen das alle bin gleich ohne moment wieder da übernimmst du ihn ein bisschen ja ich guck auf den händler ja so weit was da kriegst du einen ruheinfekt ne machen wir weiter die liegt mal stoom hier ja mit ihr liegt mal da dort ne jetzt habt ihr claudia verscheucht ne die ist müde warte ich schaute in ihr gesicht dann wusste ich sie hat sich verändert ha bap bap how it's fun bibi was sagst du dazu keine ahnung nix lisa stefan kraus wie lange machst du schon youtube seit letztem jahr macht er youtube ich bin deutlich zu leise ich habe halt meine zarte stimme aufgelegt jetzt besser rennsburg farming muss ich schreien schon die fände oben ent und north brabant heißt die map ja zu leise jo 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 ja zu leise ok dann muss ich da nochmal bei janni so daheim ja jens du bist recht leise ok danke timo ja ich habe ein bisschen nachgeregelt an meinem headset oder an meine einstellung hier michael pente alles gut bei einem zu leise bei einem alles gut jetzt fehlt nur noch dass irgendjemand sagt youtube geht bei ihm nicht bei anderen geht es denn wieder so janni ab ins bett dreh mal am rad ja kann ich jetzt nicht stefan kraus im moment sind wir zu zweit vorhin waren wir zu dritt aber thoralf muss ins bett der muss morgen ganz früh raus ans kröll jens ton passt bis jetzt hatte sich auch noch keiner beschwert aber war vielleicht wieder mein headset oder was keine ahnung genau jojo dankeschön für deine hilfe din andres was ist dein lieblings schlepper butscher und ich haben keine lieblings schlepper hannes märdele hi ich bin krank deswegen schaue ich den stream oha der muss morgen also nicht los gute besserung stefan kraus gute nacht ich fahre wenn ich gesund bin mit longboard bins nach rom was muss doch los auf den schlepper ich dachte du bist krank hannes du bist ja zu hören nur im vergleich zur butscher bist du viel leiser boah ich kann ja nicht kann ihn ja nicht immer übertönen ja drehe ich morgen noch mal am regler dann ist es wieder besser servus bin wieder da moin niklas springen gibt mir keine antwort klärt die unter euch von bins nach rom da hast du aber was vorgenommen toni mit dem longboard ab durch die berge du wahnsinn hackner rock j es das bullet n vergessen war muss die apfelbäume spritzen ja hannes wird muttert mutter aber wenn du krank bist bist du krank ist auch scheiße longboard gibt es doch schon mit e-motor er muss ja die batterie immer aufladen ich schaue mir am wochenende schernobyl an mein großer traum da würde ich auch gerne mal gucken aber ich habe doch ein bisschen angst vor dieser ganzen verstrahlung scheiße aber da würde ich auch gerne mal hin und wenn du schon in der nähe bist dann schau dir mal gleich duga 3 an und falls du nicht weißt was es ist google mal d u g a 3 das ist ganz in der nähe von chernobyl die riesengroße antenne falls du dich für geschichte interessiert und teuer ja das glaube ich rip bringe ruf hat er bin nebenbei am er so naja das klärt ihr unter euch ja hast du schon alles klar ja was los ragnarok din andreas habt ihr einen ls-lenkrad nö butcher das g 27 und ich habe noch den vorgänge driving force pro gt habe ich aber im moment nicht angeschlossen ja mach das mal rip rest in peace wie auch immer finde ich persönlich ganz interessant du da an solo moin star-wars-fan war obi-wan lukas moin das sind 1817,3 kilometer oha wie lange willst du unterwegs sein wir fahren viel fern war hier und zwei deutsch schön han solo woher weißt du das an deinem namen han solo ne ist doch von star wars ach johannes nicht aufgeben sechs monate hast du denn unbezahlten urlaub oder was und wie willst du das denn machen tony bis denn da jede nacht woanders pennen oder wie wann kommt denn kai mal wieder ja wenn er mal zeit hat ne rudy wo ist butcher kaffee holen ja tony dann frohes schaffen ne viel glück viel spaß bier holen ja kaffee wir trinken nicht gifte hat bei uns nicht ja rest in peace ist doch besser so nicht dass du da noch verstrahlt wirst ne butcher bringt claudia im Bett ja das mag sein ja tony gute besserung rest in peace mit der drohne willst du darüber ballern oha dann siehst du ja auch den neuen sarkophag oder dürft ihr da gar nicht so weit ran ja erst mal muss ich gesund werden ja das ist auch wichtig ne ragnarok bin kein landwirt hab mal angefangen landwirt zu lernen hatte denn aber ein motorradunfall und bin danach kfz mechatroniker geworden niklas lagne ja eigentlich open end aber ne kann sein dass um 12 ausschluss ist aber wie gesagt wir immer open end haben keine zeit porno balken moin ja genau rest in peace ne na porno balken du wiederholst dich ja 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 schlaf schön andere Muddys haben schöne Töchter, ne? Opa Manni, schloppgoat, Max der Coole, gute Nacht, muss morgen arbeiten, jo! Dann Bartit. Das heißt, ihr trinkt nicht, ihr vernichtet nur. Ja, Butcherdiesel. Ja, Toni, welchen Monat hat sie denn, ne, wenn sie schwanger ist, wenn du bei der Geburt nicht da bist, ist doch scheiße. Matt Stensch, schlaff schön. Joarim, dir auch ne gute Nacht. Und danke schön, dass ihr da wart, an alle, die jetzt schlafen gehen. Und auch an alle außerhalb der Chats. Schön, dass ihr da seid und ich hoffe, es gefällt euch. Patrick, moin. Achter oder neunter Monat, na, dann bleib mal noch so lange zu Hause. Achter oder neunter Monat, wenn du das schon nicht weißt. Mensch du, was ist denn bei euch los? Hast du noch keinen Termin, oder wat? Thomas Schulz, moin. Zu so später Stunde noch, wa? Jo, immer, sagt er. Ist jetzt erst Feierabend, oder wat? Jens, bist du Baujahr 86, wie ich? Ne, 87. Ragnarok. Ich war schon nicht bei meinem nicht dabei, Sohn. Ja, dann weißt du ja, was du jetzt richtig machst, ne? Aber wenn ich ein Kind kriege, dann fahre ich doch nicht mit dem Longboard durch die Gegend. Oder willst du abhauen? Hast keinen Bock mehr. Max, der Kuhle kann doch noch hierbleiben, weil ich morgen nicht arbeiten brauche, hat der Chef gesagt. Ja, was habt ihr denn alles für Chefs? So. Da ist er wieder. Dann bin ich wohl auch. Ich war schon nicht mehr mein nicht-bei-sohn. Alles gut, Jens? Jo. Das ist schön. So, ich will jetzt noch mal eben nach Dix gucken hier. Ah, nee, da bist du. Ganz schön Kartoffeln drauf, ne? Ja, ich steh. Noch steh ich hier auf der Straße. Immer mit der Ruhe. Mein Chef ist so ein ganz netter, sagt er. Jo. Sagt hier gerade der Max so, oh, ich muss morgen nicht los. Mein Chef hat gesagt, ich muss nicht kommen. Ich sag, was habt ihr denn für Chefs? So, also, das gibt's bei mir nicht. Nee. Ja, mein Chef ist ein ganz netter, sagt er. Ja. Ist das doch betont, oder was? Ist da noch was ab? Nee, auch nicht. Na gut. Toni, nein, will nicht abhauen. Ja, dann bleib da, bis dein Kind geboren wird. Mann, 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 du. Ihr macht Sachen. So, ich muss was schaffen jetzt hier, Jungs. Ja, Sinn. Ich hab nicht so einen netten Chef wie du. Oder ihr. Nee. Ich muss hier arbeiten. Aber ran da nicht mal los hier, lieber Mann, du. Hast du das Vorgewende fertig da hinten überall? Oben und unten? Ich? Ja. Mit dem, mit dem, mit dem. Schon lange. Mit der Tüppel-Story, ja, kannst du auch sonst hier Mimi oder was ansetzen. Kannst du auch machen, wie du möchtest. Falls du mal was anderes machen möchtest oder so. Nun sag ich gerade, ich hab nicht so einen guten Chef und jetzt sagst du, ich kann hier machen, was ich will. Also, machen, was du willst? Ja, da sind wir noch lange noch nicht hin hier. Ne? Glauben, reißen kleinen Finger, da frisst du dich ja komplett auf, du. Ach, so viel ist das nicht mehr. Das beiß ich jetzt mit Gewalt runter. Ja, der macht halt. Solange Beschluss ist, ne? Ja, genau. Stimmt. Und dann ist Schicht. Jo. Schmuck wie danach wieder, weiß du. Überall hab ich noch ein Baustelle hier. So, Hi Butchi und das ganze Team. Viele liebe Grüße und wo gibt's den Rosselmarsch? Lenny, den hab ich von LS Portal, diesen hier. So wie er ist. Mit Schneidwerk und Wagen und das Maisgebiss auch dabei. Gibt's mehrere Versionen. Ich glaub, das ist die letzte hier. V4, keine Ahnung. Muss mal gucken. Steht da drin. Gibt's auch, glaub ich, bei Motorstar, wenn mich nicht alles täuscht. Müsst du es auch geben. So, das haben wir auch noch. Das waren da hinten waren, blonden Zoom drin da oder was, ne? Äh, wie schulder da. Sonnenblumen waren ganz unten. Aure 16. Ja, da komm ich mit dem Schneidwerk nicht klar hier. Marcel Blanz, gute Nacht. Da sind die Haken denn hier. Ne, das war doch rüber. Frankie, moin. Häuptling, Moppy, schlaf schön. Marco Reus hat mehr Punkte in Flensburg als der BVB in der Liga. Oha. Jonas Holz weiß sich. Moin Opa, alles klar? Ja. Vergiss mal mal eine Zapfwelle hier. Abzapfwellen. So. Woran erkennt man einen freundlichen Motorradfahrer? An den Fliegen zwischen den 10. Jo, okay, auch schon. Ne, Martin? Coming, 331. Moin. Timo Michels, Butcher, wann verbringen wir mal wieder 25 Stunden im Livestream? Äh. Oha. Äh, sag ich jetzt nicht zu. Ne? Wenn du einen vormachst. Sind wir immer im Hof. Hier kommen wir jetzt nicht mit weiter oder wir müssen hinten den Raps runterknabbern. Aber. Nö, noch nicht. Gülle rauf, Gülle rauf, Gülle rauf. Mist, haben wir noch nicht genug. Kleine Sachen verklappen. Wollte die anderen Fluche nochmal ausprobieren. Ja, diesen... Mit der Haken. Da müssen wir gleich mal gucken. Ja, Toni, denn viel Glück bei der Geburt. Anton Simande. Schlaf schön. Butcher Opa, du bist der coolste Opa im Internet für mich, 100%. Heute schlägst du aber auch immer rum, du. Gibt ja auch keinen anderen, oder? Gibt ja auch keinen anderen, oder? Oder? Siehste? Aber da drauf ein lecker Butcher Diesel. Nih, wa? Du siehst, die beiden pieken müssen wir auch noch. Oh Mann, ey. Ich bin mir so noch beide zusammengekommen, du. Schwienköben. Ja, paar Schweine noch, ist aber komplett, ne? Äh, woher kennst du Janni, Hessengaming? Haben wir gerade die Videos angesehen, die sind auch super. Holger, den kenne ich schon, oh, hab ich angefangen hatte mit, mit den Let's Plays hier in, ähm, in YouTube. Das war so mit, ja, einer der ersten, der sich gemeldet hatte. Und er sagt, na, Mensch, können wir schnacken und sprechen. Und dann haben wir uns, mit Skype ging das dann los. Und, ja, seitdem kenne ich den. Ein netter Bengel. Maximilian, na, Band? Ich strebe doch nicht, wa? Ich strebe doch nicht, ich wurde, aber die 25 Stunden mitmachen, ohne zu schlafen, wenn du wieder streamst. Das glaube ich dir, Timo. Johannes Kepler, jetzt ist genug, ja? Ja. Ja, der Doktor am Telefon sagt, dass mein Schatz nie wieder nach Hause kommen würde. Ja. Moritz Hoppe, moin. Holger, bitte, gern geschehen. Ähm. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Der Doktor, nun, nö, nö. Hm. er trägt war ich auf einen neuen gruß aus hamburg ich hoffe mehr davon groß aus hamburg patrick jordan ilse klar da kommt noch mehr nach und nach immer weil zu viel auf mal ist auch schiet finde ich dann wird das nachher uninteressant irgendwo oder was ein bisschen zeit zwischen lassen und dann wieder so ein knaller zwischendurch da machte wieder richtig spaß finde ich naja und ich war für die schwingen was hast du für eine bildschirm auflösung sagt fragt jonas holz weiß ich im moment hat ist das hier 28 bildschirm den lasse ich aber im moment jetzt gerade wegen obs mit 1.980 mal und laufen ansonsten läuft er mit 2k das ist nur doof weil ich im 24er stehen habe und der macht das nicht mit und wenn ich jetzt rechts hier youtube habe und die anderen programme darauf zum kontrollieren und schild lesen und so was da dann verschieben sich die bilder oder aber das ist ein bisschen doof muss man dann ab von dem 28er noch mal einen zweiten holen jetzt den tage irgendwie hast diese linge ja das ist trotzdem es ja warte mal den habe ich verkehrt hingefahren da hinten ist auch doof fahren wir da vorne wieder in einem und von den bilder anton und nacht und schlaf gut bei nach vier tagen meine ganze gülle ausgebracht ja auch noch mal im rum das wird aber eigentlich mit schilderung geht sollte dahin kann man eben gleich waschen dann später ne natürlich wieder sechsen yo gute nachbotschausache anton nacht schlaf gut da hat man schon also ok danke jonas holzwege weiß ich warum welche map ist das steht auch noch die north brabant hier in holland danke jojo hier wollen wir erst mal hinstellen zack simon schulte wie spät ist es zu spät für dich anscheinend ab im bett so loma stoner wo wir den anderen erst mal eben nur ein paar bohnen in hier wir machen eine speicherung wir sind gerade so gut zum mais fahren nehmen ja meist loma geht auch gut bohnen wie sieht das aus mit bohnen aber auch ne für schweine ne fahren wir jetzt mal eben in silo danilo moin da kann ich auch keine gülle mehr sehen siehst du ne muss hinkommen da siehst du auch ups danilo moin mein liebes butcherteam moin wenn ich dir meine liebe zeige dann werde ich für dich butcher mein herz rausreißen um dir zu zeigen dass ich dich liebe mein opa 100 prozent meister aber heftig hattest du mal ein trabant ne heinig gehabt ok der hesse ist wieder da viel per konnte ach so du bist auch hesse richtig bist du schön und sag mal wo fügt denn eigentlich lang hier zu muss ich hab ja noch gar keine schwingen hier erst mal ein logo sie brauchen den mund nicht so weit aufzumachen sagt der zahnarzt wollen die meine bohren doch schon aber ich bleibe draußen also kennst du billi talent nee kann ich nicht alter wie langweilig sagt moritz ja wo sie nicht zukommen jung schalte ab und guck woanders hin wo es interessanter ist oder glaubst ich mach da jetzt was anderes für dich oder was mit sicherheit nicht wenn ich da kannst du rauf gehen genauso wie das aus marlin vollkommen richtig moritz um ja siehst du reagiert gleich die community zack jetzt kann auch eine chance moritz wenn moritz auf seinen trecker sitzt und flügt oder irgendwann um mit immer rauf und das genauso langweilig zu gucken da ist freiwild jungen dann hast du das was den hast du es gesagt wird ja ist auch so dass das meine einstellung wenn der jetzt da großkotzig auf seinem fendt oder wo er sitzt denn was er dann großkotzig anprangt und so eine typen er muss morgen mähen und also was ich bin der held oder ich stehe da neben akku ist mir genau so langweilig da mal rauf runter zu gucken phil per konnte tor ist nicht mehr das kann sein dass ich deine nachricht gerade aus versehen gelöscht hat aber das liegt denn an meinem handy was sie nebenbei läuft also nicht böse durch die dörne nicht hin links denn noch nico moin das ist ja nicht mehr erwartet mal den torreif noch da so julio noch viele noch so viele leute im chat 152 jo und vielen dank an die leute im chat hier und außerhalb des chats gruß aus der eifel balu grüße zurück moritz niemand hat dass die gesagt dass du das gucken muss toni quackt immer noch rum mit meinem handy klappt das hier nicht mehr lass mal was morgen wird der klicks immer mit der ruhe muss ich mal gesagt habe ballen schon alle eingesammelt oder liegen noch was auf dem schlag fielte da lagen noch vergessen nicht alle so von mit dem erstmal muss ein so ein ding ist auch noch und gülle fahren müssen auch jede menge jetzt da schaue ich dann noch vor ilse hier da passt auch nicht wahr da hinten in der ecke dann da dann noch da Da. Da. mit einem kurbel haben wir noch gang in den rückwärtsgang na so hast du glück gehabt was die warum daumen hoch dafür noch ein dankeschön martin 271 daumen hoch oha schon extrem so viele zuschauer um diese uhr zeit bedanken wir so recht herzlich für zu so bis gleich das große rechner update ist da also rechner wechsel aufhängen als neuen rechner echt cool und bin zwar auf klassenfahrt aber ich gucke dich trotzdem das ist auch schön wenn du darfst auch nicht aber auch hier machen so flüge haben wir genug das andere ding wollte ich mal gucken der müsste am ende unterflüge sein oder die dinger hier wir hatten ja vier meter aber ich glaube die kann ich an so ein lemkin geräteträger anbasteln oder das ist auch nichts halbes und nichts ganzes irgendwie da muss man den deutsch mal eine runde flügen das ist mal maßarbeit geht alles alles müssen üben muss man was machen und neu starten vielleicht von youtube dann wieder fehlerfrei bis gleich hatte ich auch schon mal der sieht auch wie sauer eine gülle rein ohne alter auch das noch techbüro botcher sagt mir mal ein gutes schnittprogramm 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 ich schneide meine dinger nicht hier aber ich habe trotzdem noch das 2016 17 von magix partei dieses premium hast du nicht gesehen da video deluxe sowieso das big pack big pack dlc moritz weiß ich noch nicht ich glaube nicht kann man hier nicht viel mit anfangen mal gucken durch weiß es echt noch nicht leben wir auch nicht auf fest und so sagen wir mal ein gut ach so das hattest du püro das nehme ich zum schneiden zum rennen und nämlich was anderes und zum aufnehmen auch ich will ja nur rein zum schneiden oder irgendwas zum rumtüdel ne und zwar von den vier meter gramm brauchst du zwei kaufst du dann noch einen dolly dazu richtig das acht meter und den kann ich fliegen damit oder was machen haben wir noch ein paar mark fläche machen ich habe ja andere dinge auch noch hier aber bringt das denn überhaupt was mit fliegen so in echt jetzt mit dieser aufreißdinger da 2 davon an den geräteträger ist aber ganz schön tüdelig das ding können wir noch machen nehmen wir erstmal den mit und sehen zu dass wir da mal zwischen fläche erstmal umgebuddelt kriegen da ja zwei davon richtig das merken wir mal jojo schauen wir den stream über handy an kemper gut okay danke hatte mir eins geholt für 50 euro es ist kacke das von von magic salat durch kann mit dem anderen umgehen wenn aber das mache ich echt selten damit man muss sagt viertel hängen und zuerst mal den lämke dran den haben wir ja weil du wegen frankie fragt deswegen neuen pc er sagt er hat sich das flaggschiff von acer den predator 23 geholt oha da der mann tau da haste aber auch nicht was hierzu investiert du ja keine probleme mit youtube kämper siehst du ich auch nicht ab und zu machen wir mal ausschalten aber das ist auch schon keine probleme mehr ne obwohl das auch eine tüdelkiste hier der hier aber die lütten ecken die könnte man eigentlich erst mit dem sechser machen kommen viel besser mit den ecken rein und umdrehen tecpyro sagt er hatte sich ein angriffsprogramm geholt für 50 euro und game in 2000 sagt magic video deluxe soll gut sein als schnittprogramm hast du alles drin auch mit mit mehrere spuren tralala also audiospuren hin und her mischen und das ein kram drin nämlich auch hier zur musik aufnehmen obwohl ich habe qb ist und ein kram für was ich nicht damals für tausende von euros ich bin immer auf das magic ist einfach mal eben schnell was zu machen gut nach die prüge zu schlafen toni die andreas bin weg schluck gut gute nacht basti selinger du butcher diese vier meter flüge vom lenken ist nicht ganz so geil wenn du die am träger hast habe ich noch nicht ausprobiert aber können wir mal machen demnächst habe ich muss ich ehrlich sagen jetzt im moment keinen bock auf wenn auch so ein lütbeeten maddeling noch weil ich auch so früh hoch muss morgen also warne wenn so ein paar lütbe ecken noch mal eben anfangen zu flügen aber ausprobieren dann tun wir die noch mal und die bin ich ja sicher das ist aber kein lemkin ne jojo aber der lemkin da hatten wir noch so viel tüdeliet rum da kann ich auch noch nehmen immer hier nur so die lütten eng erst mal da kommst du damit besser hin und her umdrehen und ein scheiß da und wenn die leute und die trecker hast dann kannst du lieber zwei von denen kaufen dasselbe arbeitsbreite und falls wenn helfer und so ne ja damit wir uns ein bisschen unterhalten kann nutze ich jetzt den wieder ohne machen das richtigen richtig glaube ich doch es ist ja wieder weg hier aus einer helfer rein oder gps über noch die ecke komplett mit fliegen also vorgewendet ist drin ok was sie doch vom muckendeit das war der fehler richtig hatte mir ja traktor peter mal erzählt viel zu eingestellt das ding hier der arbeitsbreite weniger drei meter ich hatte habe wunderschön film war es ist nicht gut für 50 euro was hatte wunderschön film oder für 50 euro als schnittprogramm habe ich auch mal gehört gibt auch so viele umsonst muss mal gucken auf auf chip.de und einen kram da gibt es so viel kram und muss wissen was man machen will dann brauchst du gleich 100 euro ausgeben oder 150 was er kostet nicht wo man auch was mit anfangen kann ich fliege auch mit zwei von amazon sagt jojo siehst du sag ich doch die lassen sich am besten händeln auch gut ziehen wir einmal hin da ach der janni beim deutsch wird mir eine flöten das glaube ich dir das war ich damit flüge ich denke naja der ist doch noch irgendwo steckt der doch noch ja 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 hat er wieder alles im kleiderschrank reingepackt seine freundin naja luft rausgelassen schnell versteckt wenn mutti kommt das passt nicht der müsste jetzt weiter rüber der hat mir eben die blaue dinge weg gehauen aber es geht ja passt doch jenny kriegt den beutel doch noch leer siehst du ich bin schon wieder nicht da wieder nicht da bei der geburt toni siehst du den rostelmarsch habe ich in echt auf meinem betrieb der ist nicht nur im spiel top auch in echt geile maschine siehst du lars ich hab den in echt noch gar gesehen hier bei uns fahren sie mal meist nur john dir und klas und kennt ja ganz selten mal doch einer hat ihren alten new holland und halten also die lohne ich kenne bei uns auch nur klas und eine hatten messen vergesen würde man gucken recht das ding warum nicht dieses rumgedödel das finde ich auch irgendwie nicht haben sich auch nichts einfallen lassen war giants neu gemacht haben hier mit dem update er geht immer 2000 nur bei mb was achso ich flüge ja mit cp da gibt es einen amazon als mod der ist extra für cp bearbeitet ist zwar nicht ganz real aber cp ist auch nicht real du hast du vollkommen recht und das macht dir spaß und dann macht das so einfach sich hat so eng sieht hat auch nicht so du vom aussehen her und so ne ist das schon okay sei mal real oder wie auch immer aber das ist schick dir mal ein foto und klasse mach mal schick dir mal ein foto und den abend mark marcel meine ich entschuldigung hat sich heute neue lieb was war das lieblingsaufgabe den 17 und zwar striegeln guck an külow am liebsten mit dem hier um oder handlich ist obwohl du richtig große flächen dahinten nachher mal sehen ob ob wir es bei richie denn maria denn mal so einen anderen leiden so ein beetfluss und ruhe roten ok doch mal auf haben wir noch nicht gehabt nächste mal oder so wieso muss ich immer im unterricht neben ein mädchen sitzen jetzt sitze ich neben juana vorher neben eva und wenn ich zu dem mädchen nein sage da wird mir in die säcke getreten ja du bist eben so ein hübscher ne ist so die wollen alle was von dir die wollen alle gefruchtet werden von dir gefruchtet frühling meister wie die bienen soll sich alle bestäuben geburtstag wird heute total unkonzentriert sehr ungewohnt max ja es kann auch mal seine max ich habe heute in halben tag im krankenhaus gesessen so sieht das aus dann kann das auch mal sein mal den zap du mir aber auch so martin moin michael moin stehen gott kenne ich nur zu gut gute janni immer die eimer voll machen mal den zap ja mal den zap ist ja auch ein geiler sound ja dem ich den baue ich demnächst überall ein hier den sound und jeden trecker nur noch ein b sound ich habe draußen noch so einen wacker rüttler mit ein zylinder hat es oben drauf die muss man noch ankurbeln die kann ich immer aufnehmen wenn der läuft ist geil das ist aber keine wende flucht ne basti klar weiß ich das ist ein beetfluch vorher überlegen wie es geht und dann ne das ist ein riesen geschoss ne heute ist nicht mein tag toni siehst du meine auch nicht so ganz richtig irgendwie hat man mal ne ich leg mich nur mit schatzi in den karton wo hast du die ausdrücke her jung wenn ich von von opa oder wo verkehrst du mit ja scheiße was hast du denn tut mir leid ich hoffe dir geht's gut max ich habe schon vor jahren mein herzinfarkt gehabt und also kam deswegen muss ich da immer regelmäßig hin zur nahe kontrolle und also war ne zucker und kalesterin hoch und also schiet alles was dazu gehört deswegen und da musste ich heute vormittag hin und dann sitzt du da kennst du selber denn und wartest und dann heben sie dich aus den anderen gucken und machen und tun und ja ist der tag gelaufen eigentlich ne deswegen bin ich auch zu hause und hab so viel zeit zum youtube blutzylinder und dann schreib doch scheiße rein ne ne immer nur hei 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 deswegen ja der ist echt groß du nennst deine gute schatzi kann sich noch nicht zwischen schaf und ziege entscheiden ach so genau geht es gut aber hab gefragt genau zuerst heißt das dass ich morgen nach hause kann dann nicht mehr und eben den anruf bekommen das kind kommt ach toni das ist aber alles doof du das ist aber dümmlich hoffentlich geht dann alles gut ne passt mit der schare ne trecker zu bald für die furche ich sage gute nacht 100 prozent schlaf gut und träumen was fein ist ne wir sehen uns denn die durch wolle vielleicht morgen aber übermorgen bestimmt schlafen dann habe ich auch wieder ausgeschlafen deswegen auch respekt von uns allen dass du für ein stream springer urvater dankeschön aber das mag gerne und sie ist ja wenn ich sage das machen wir dann und dann machen wir das kann auch sein dass ich mal ein bisschen denn vielleicht unkonzentriert oder müde wirke das macht sein aber ich mache es ab gemacht das abgemacht es sei denn ich habe den kopf unter den arm oder 40 fieber und kann nicht oder liege in der grube in der kiste oder irgendwas das ist was anderes aber wenn ich dazu sage dann mach ich das und so wie lange machst du heute noch bis zwölf haben wir eine runde zahlen und ist gut für heute ne gehen wir nach dem bett schlafen wir uns richtig aus sind wir wieder fit im kopf und alles und dann können wir morgen oder was weiter machen ne muss ich mal sehen wir heute morgen eventuell mal gucken das neue upgrade von windows euch dann alles schaffen und die grafikkarte und dann neu einstellen und ein scheiß und ob das morgen was wird mit stream das ist eine ilse muss ich noch mal basteln und so weiter funktioniert bei einer 15 jährigen das alles mit der geburt kleiner spaß am rande eine frage für sie alles mit der geburt janni sag mal na ich glaube da ist was dran oder da sind kleinen hessen gebaut oder was noch einer haben wir gestern auch schon gefragt er sagt nee da werden wir dem nicht sehen ne ne wer ist ja uropa wa wie lange hast morgen denn schule janni wie lange einen tag oder was das ist wahnsinn bis 5 uhr die haben noch ein rad abdür die haben noch ein rad abdür ne genau das ist glaube ich alle paar tage mal in den laden 5 uhr die haben noch ein rad abdür von morgens an bin nun auch wieder dabei schmitty das ist schön gehen wir 2000 opa auf welchem map hast du denn mb track noch äh gestern kultburgparkfarm ist der auf losberg wenn ihr guckt da ist ein 1500er von dem ding aber kultburgparkfarm war gestern ne und auf sandy bay haben wir den auch ne halbe stunde entspannung ist gut dann kann ich auch gut schlafen ja schmitty genau ich kann auch nachher gut schlafen mit sicherheit wir haben es auch ne ja das mit der suchfunktion scheint wohl auf youtube seite selbst zu liegen das problem mit der suchfunktion hans hans solo ja er hatte vorhin geschrieben wenn er ein video eingibt oder in ls 17 video sucht steht immer keine einträge gefunden mhm mhm videos suchst kannst du auch mal so auf google ausprobieren geht auch so putsch euch wird mich in die wahrgeräte begeben ich wünsche euch noch einen schönen abend bis zum nächsten mal was die seelinger schlaf gut und träumt feines nacht hessengaming ja da wurde ich auch ja da wurde ich schon vater tun die ehrlich mit 15 leute menschen habt ihr doch noch so viel vor eigentlich noch alles und auch mal was erleben und machen man ist ja toll wenn man das auch hinkriegt mit dem kindlein da das ist schon eine tolle sache aber in dem alter weiß ich nicht du bist noch fürs kennenzulernen ja so putsch euch wer mich in die ach so ja unser uropa ja die uropa überlegt mal mein lieber mann du ne moin schon um eins daheim daheim ab zweit wenn alles klappt ja ist gut dann weiß ich bescheid über mittag essen dann so ab 2 ne ja nie oder so wenn was wie wo also wenn es ein junger wird heißt der björn und ein mädchen luisa was sagst du dazu das ist schön ja luisa schön agneta schwedisch björn ist auch gut björnholm oder wenn da zwillinge sind junge mädchen heißt der junge lasen und sie heißt rindströmen oh man wollen wir eigentlich für nachher eine vorstellung vom neuen dlc raussuchen ja mach das ich habe schon ein paar gesehen wie lang das hat jetzt von neben nicht jetzt die videos meine ich jetzt nicht ne das ist okay aber von den dingern jetzt ich hab doch schon alles gut ich bin an meinem zwanzigsten papa geworden aber leider ein totgeburt euer leben geht weiter sie wäre jetzt zwei jahre alt ja lass das ist eine scheißsache oberscheiße natur leider muss aber noch papa genau fragen was er davon hält du bist noch nicht ganz richtig wach du komm gleich mit dem fahrrad du weißt was das heißt oh yeah dann haut opa dazwischen das glaubst aber du ja nie du machst du komisch hast du scheiße gebaut siehst du das glauben die alle der sitzt ja jetzt am kicherzicke ein ich weiß ja morgen was da los ist dann rufe ich papa an das glaubst aber ich bin mit 45 noch papa geworden ja patrick das gibt's freund von mir wie alt war der oder man ist jetzt ein paar jahre ganze rege älter wie ich noch der musik gemacht er ist ein kind war noch mal das vater geworden da war der 55 so alt wie ich jetzt ich sag da ist irgendwo gut dann männer können ja das geht ja aber für die kinder würde ich dann irgendwo für mich selber sagen nie die würden ja nachher opa sagen ich hatte in der lehre auch ein der war 19 und sein vater war 63 da habe ich auch erst mal gedacht aber es gibt's ein drama auch der war damals wo angefangen hatten war der 16 sein vater war 80 oder wann wahnsinn das passt ja der hat auch eine mehrere älter geschwister gehabt so nachkommen aber trotzdem ist das irgendwo gut so wo können wir da dann am donnerstag mal auf die sandy b ja gehen wir können wir machen klar ich was rausfinden mal gucken mit drei mann zwei mann wie es passt ne muss ich erstmal nochmal rüber gucken was alles los war guck mal machen nein papa genau ist hupfi ihn willst fragen oder was mein ne da 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 sag mal wo kommst du von weg ich von schweden wo kommst du von weg ja von der nordseeküsse jungen ja leider aber natur sollte nicht so sein aber jenny das geht nicht mit 15 ist man noch zu jung um verantwortung für ein baby zu übernehmen lasst das stimmt voll und ganz sehe ich auch so lasst hat sich auch so und ich wollte mit longboard von binz nach rom ja und machen kann interessant sein er ist doch jetzt krank und jetzt kriegt doch seine frauen ein kind ja und dann danach irgendwann das habe ich ihnen auch gesagt vorhin ja das kannst du immer noch machen das läuft nicht weg hm necker mb sound hören oh geh mal da muss doch ein klein bisschen die ohren klingeln oder von dem ding du bist der beste der erstbeste du bist der erste beste youtuber den du gesehen hast der erstbeste aber okay das ist auch gut schön 13 hr gas ja ne 5500 oder aber du denkst wenn du sind die herrung 8000 können wir ja auch nicht mit pflügen denn hier ne geffen gummi wenn ihr nur den sound hören wollt es dauert schön lange denn bis er wieder anhält bei uns im nachbardorf gibt es zwei kinder die haben am gleichen tag geburtstag und sind onkel und neffe aber gleich alt ja klasse sache meinem opi ich habe auch eine tante ist zwei jahre älter wie ich ich habe die hofbergmann nicht runter weil fast jeder auf der hofbergmann spielt bindel die habe ich mir runtergeladen aber ich spiele sie nicht ich habe sie mir noch nicht mal angeguckt manchmal wenn ich Zeit habe nur so zum angucken spielen noch nicht später irgendwann das ist so das sehe ich auch so da habe ich dann irgendwie gar keine Lust mehr zu und mich da rumklappen da irgendwie ne und videos oder so nur wegen wegen so einer map ne siehst du da haben vier schöne da kommt nochmal eine andere zu von irgendwie nettes Dings hat da und so ne haben wir wieder noch eine schöne landschaft dazu die wir bespielen können und machen können und so wir haben ja noch einen petto ja stimmt ja jens die niederlande ja ja und dann wird ja auch demnächst wohl irgendwann die neue von mike kommen das ist ja auch so ein geiles teil die kann man auch anladen das war nur spaß keine sorge hatte gedacht so mit 22 vater zu werden keine sorge will das leben auch genießen mit 22 schon nein sorry das erste soll weg sein ich wollte schreiben du bist ein cooler youtuber weiß ich doch geilo mach dir keinen kopf vielen dank und das weiß ich ich lese satt ich habe kann soweit kein denken das geht das hatte ich auch gesagt hatte ich auch gesagt ja nie ja ja darum doch die lieber die ziegen in den gummi stefelschlecken so lange bitte bitte spiel sie jetzt nicht was bitte bitte spiel sie jetzt nicht was die bergmann ne jojo mit sich gar nicht weißt du doch kennst mich doch machen wir nicht ich kann sie mal rein holen und während des streams wenn ihr meint oder wollt kommt ich hab sie jetzt noch gar nicht drauf auf die platte also auf die platte schon aber nicht im spiel dass man sich die einfach nur mal angucken kann ganz in ruhe oder so das können wir aber spielen ne gibt noch andere karten als die bergmann welche sogar zum teil noch schöner sind siehste han solo denke ich auch mal so die hier zum beispiel ist ja auch eine ganz andere landschaft nicht was ich so gesehen hatte war die bergbergland auf der hofbergland bergmann ich glaube hügelig nicht oder was und so was ist hier ja nicht wie soll ja eine hollande marschland muss man die andere die die band hier da von landlands gehen mal wieder klar machen jetzt für für jens und ruf hier janni du hast aber die kondome sind alle hatte insgesamt nur fünf stück er haut immer durch du alter spieler da müssen wir morgen mal schnacken die an die wegen der holland die hast du ja auch die läuft ja ne das wird immer verteilen denn bei jens und thoralf aufsache du lädst die osti nicht aus lässt die osti nicht aus den augen butschilein springer uhr vater mit sicherheit nicht bloß da haben wir jetzt so viel auf rumgedödelt und dann machen wir mal jetzt englern und mal die hier und dann sind wir wieder auf der ostsee ganz klar logo wir haben regelmäßig die beiden engländer sdb und kultburgparkfarm die beiden holländer hier landscape und 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 die hier aus barbarn und die ostsee geht nicht immer reihe um mal da mal da mal da jetzt waren wir zweimal auf der kultburgparkfarm haben silo gemacht das ist noch ein bisschen was offen können wir zwischen nur noch mal mit weg machen jetzt hier ein bisschen fummeln ne flügentüren war auch überall das auch immer das gleiche jetzt haben wir mal einen anderen trecker den fluch haben wir mal den gleichen und hier ist eine andere landschaft und was schönes ja wie man so viel über sein privatleben kann achso doch weg damit jojo was ja das ist alles äh das passt alles jojo was wo vorerst doch weg damit womit wenn der bergmann oder wann da muck wie auch nicht die andere noch mal anzocken die ist auch nicht schlecht die niederlande hab ich ja gesagt die ist fast so wie die südwestfriesland nur eben halt mit mehr gebäuden und mehr sachen zu machen und all sowas ist auch ganz nett das ist halt hollande und die können wir uns ja zusammen vorher angucken da wird schon nochmal versatz rein um die volle breite nutzen mach ich doch ich nutze die volle breite da er zieht da er zieht da da siehst du noch rein wie findest du wie findest du die hof bergmann bärmann weiß ich nicht weiß ich nicht die kenne ich nur vom mal hier auf dem video gucken bei basti oder so ne ich hab die selber noch nicht aufgehabt angemacht hier und muss ich sagen habe ich auch keine lust zu fredi weil jeder daddelt die rum und das wird für mich schon so ein bad langweilig mit kein bock mehr auf dann später irgendwann bin kurz weg mir ruft einer an tony macht hat so die pen bis morgen zwei uhr passt einmal nochmal genau passt einmal nochmal genau sagen und gut ist genau achso ne janni ne janni genau schlaf gut ne dann machst du wieder das handy wie man will ja gewünscht nächstes mal vielleicht sogar morgen wenn wir morgen ein bisschen daddeln oder so aber dann sag ich euch ja rechtzeitig bescheiden dann können wir auch aufs handy mit gucken ne 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 ich bin krank aber wenn ich dich schaue vergesse ich das ich erkältet bin 100% und genau so das ist gut ne und ganz vergessen glaube ich nicht mehr so eine ratze ne so ein husten oder so und das ist shit irgendwie aber das ist schon ich guck dann auch gerne ok sorry der schlepper sieht so breit aus klar opa halte dich auf dem laufenden ja der soll ja auch mit reifen guck mal ne wenn du da auch nachguckst genau die schare passt da genau auf den grünen strich guck ne da ja der blaue versatz wenn ich da drauf automatisch stellen also dass er automatisch rüber springt dann geht der blaue strich immer weg der versatz mal vielleicht an der links liegen hier keine ahnung aber es geht ja ja so gut schauen wir uns gute nacht zusammen ja richtig ja noch im augenblick paar minuten hoch und dann ist gut denn wieder da die geburt ist gut gelaufen toni das ist schön das freut mich dann wirst du jetzt papa geworden nochmal oder was dann sagen wir herzlichen glückwunsch ne so wutscher und jens gute nacht zusammen morgen streamen wäre schön springer urvater kann ich noch nicht genau versprechen weil wie gesagt ich muss noch updaten und machen und tödelt jetzt hier weil ich schätze mal der letzte gestern da der crash oder so das kommt vom windows wir sehen ob die da irgendwas vertödelt haben besser gemacht haben und das dauert danach muss ich noch ein system update machen neues und all so ein kram und da weiß ich nicht ob ich das schaffen morgen alles äh du darfst ein mädchen aussuchen du darfst ein mädchen namen aussuchen hm toni dann gib mir mal ein bisschen zeit wir sehen uns ja im nächsten stream also ich stehe auf skandinavische namen mag ich sehr gerne oder hier norddeutsche finde ich auch sehr schön also ich bin so ein bisschen exot was die anderen nicht haben zum beispiel norddeutschland nimmst elske schön frauke nicht wie die stadt denn aber das hat was oder teda dörte dörte genau ist schön genau oder holländisch swanke antje hm können wir nochmal überschnacken aber es muss euch auch gefallen ne oder wie mimi Wilhelmina ist auch typisch holländisch nicht Wilhelmine das war meine Oma Wilhelmina Wilhelmine ja gut und eine zeitlang verpönt und früher hatte naja um die zeit 1900 habe ich immer erzählt meine Oma da wurde jeder Wilhelm oder Wilhelmine genannt Wilhelminisches Zeitalter wegen nach den Kaisern Königen ne und so weiter war dann jeder gedacht irgendwie oder ne Heinrich Friedrich oder so dass sie denn dann König oder Kaiser zuhause sitzen haben das war so das war der sinn der sache und heute finde ich die schon wieder richtig toll irgendwie weil die viel zu weit aus mode gekommen sind ne Otto das ist Otto für den Namen zeitlang wo ich klein war Otto der Große ne bisschen Geschichtskennnis oder so dann weißt du wo der herkommt Otto das war ja nur der Gründer von Deutschland vom Deutschen Reich ne oder vom Römischen Reich damals ne ja bitte wünsch mir gute Besserung 100% das mach ich immer das weißt du doch natürlich wünsche ich dir gute Besserung Paul Reigens das ist alles schön fleißig jo Reiner bis gleich gleich ist nämlich schluss 57 drei minuten noch und dann ist daddel du aber ich muss heute auch mal ein beten am bett das ist ja mir macht sogar das fliegen spaß so immer schön eine reihe nach an aus herrlich gps cool dann sieht man das nochmal guckt der für genau einen grünen strich und da hinten guckt die erste schare fast genau in die Mitte rein geht Jonas schlaf gut ich guck mir gerade die Selby Farm Etis V3 Vidal Version an hast du die schon gesehen die sieht auch richtig gut aus und ist auch eine englische Selby Farm war das die aus dem Mothat jetzt dann habe ich die sogar zwar die Selby Farm oder Tonnen Turing Dings da keine Ahnung die hatte ich jetzt auch aus dem Mothat eine die waren auch richtig von der Grafik richtig geil ja was sagst du zu den neuen DLC Paul kann ich nichts zu sagen habe ich nicht ich habe es nur mal so ein bisschen auf dem links gesehen schon seit tagen auf dem Video ne Ling oder Giza Timo mein Bruder der 8 ist heißt Otto ja und wenn daddel ich finde das geil echt muss ich ehrlich sagen tolle Namen sind das nicht viel wird das jetzt ja wird viel mit Otto Walkis jetzt blödel und so verbunden gleich nicht Otto war eine Zeit lang auch so aber ist ja gar nicht so schöne alte deutsche Namen ich bin jetzt heute guckst du die mode die man so in den namens bücher und guckt das sind viele englische namen weil hier in deutschland ne das geht eigentlich schon richtig unter irgendwie Kevin und hast ja nicht gesehen das ist glaube ich auch so ein Mode name nicht dass er jetzt verkehrt ist an Kevin Leute oder so aber da gibt es schon überall so viel von David ist viel glaube ich im rennen hört man ganz ganz oft und diese altdeutschen schönen Namen die bleiben alle auf der Strecke Emil hier hatten wir auch ein hat sich auch mal hier gemeldet das ist ein Sohn von Bekannten von mir aus Kassel finde ich auch toll Emil auch ein schöner Name ja oder Sophia hat hier ne Christian fand ich auch toll auch klasse ja muss man nämlich wie das so klingt muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen aber das muss Toni denn ne schimpfen sagt Toni schimpfen schimpfen was soll ich schimpfen ich fühle mich ein wenig gesünder als eben siehst du 100% und jetzt schöne Tasse Tee noch gleich und dann ab in eine warme Kiste Feierabendflasche ordentlich schwitzen und dann geht ja morgen besser wenn du eine Erkältung hattest schau mal an und gut schlafen schön lange ausschlafen lange wie du kannst schlafen ist macht gesund Jan Amikus Hannes Säcke Moin Butcher hab gerade Feierabend Nils Heinrichs ist doch schön Uschi Schlechterli Uschi Uschi ist auch nicht schlecht Uschi ja hab ich auch schon ewig nicht mehr gehört Uschi mal gucken mal gucken so Schlag ist fertig Kartoffellager ist voll sehste Feierabend Nach dem du mir Mir ich bin müde Bl Uhl Bl Uhl Ja dann mach die Eugleine zu und schlaf schön schlaf dich gesund Meine Mutter wird mit mir schimpfen warum tony robin abend warum soll die mit dir schimpfen du hast doch nichts gemacht auf ls portal gibt gibt es dieselbe farm ls portal gibt es dieselbe farm ist jetzt v3 finalversion guck mir mal an guck mir sowieso ab und zu rein da erratet ihr die traktormarke auf meinem profilbild so klein das kann ich kaum sehen sieht fast aus wie dem b-tack oder so oder ein iac mit so weiße weiße felgen lukas rütz arbeiten gute nachbaut nils schlafgut 100 prozent ich hatte eben ein teger siehst du kannst du gut machen man mit schwarz morgen morgen jahren amigso i hc sie ist das in die ac gott wie heute abend auch wieder rein ja mal gucken wie gesagt ich habe erst gedacht zu den leuten ich muss meinen ich glaube da gibt es neues abbild für windows muss ich mal machen weil wir gestern abgeschmiert sind kurz wenn man das liegt an windows dass meine ganze pc sicher die monitore wieder eingefroren und neues software update hier für die grafikkarte muss ich machen und wenn windows läuft das dauert erstmal auch nicht das komplette neue windows version soll das ein windows 10 und danach mache ich mir immer auch eine festplatte und sicherheits backup vom kompletten system das heißt wenn da mal alles gar nicht mehr geht auch nicht wieder herstellungspunkt dann knallt ihr den rauchen läuft natürlich alles neu installieren das dauert auch ein bisschen und wenn ich das schaffe alles rechtzeitig dann können wir noch was machen hast du gedient moritz ja viele jahre habe gedient ist ein ursus c3 30 kann ich erzähle siehste gute nacht freunde 100 prozent schlaf gut und freund was feines und weg gesund schlecht die lesen so es haben wir hier 0 uhr 4 und jens ist fertig richtig ja ich frage zum feld will das schneidwerk schon ab und von holmer ja noch gar nicht wohin war doch mal den kann ich einfach stehen lassen steht auch noch da mit schneidwerk und schneidwerk war dann mal eben ich glaube nämlich da gegenüber ist noch ein schlag mit rügen warum heute nicht mehr aber ich glaube der ist fertig kraut entfernen dunkelrot die können auch raus das sind einfach da stehen wurde im wasser und dann quer rüber neben der schweine sind rüben noch aber das machen wir heute nicht mehr machen wir nichts weil wir hier sind jetzt kann ich dann auch mal so fleißig heute mit einer kettülle wenn ich warum auch ein anderes interessantes obwohl wie gesagt ich kann das stundenlang auf sitzt mir macht nichts natürlich geiler wenn du irgendwann mal jetzt zum zweiten monitor krass aber so war dann machst du einfach gps an und kannst du einfach mal mit labern und machen und da muss ich mich noch drunter nennen ja in akkus muss gerade eben ein tag auf mein profil bild oder was kann das zu klein hier ehrlich was meint ihr mit gedient ja auf dem staate gedient habe in der bundeswehr auch da habe ich gedient genau das meint er damit so wurde früher denn gefragt wenn irgendwo eingestellt wurde es oder die wollten etwas von dir wissen habe er gedient ja und da hat er gedient und dann hat auch schon den job zu 90 prozent gehabt wenn du gedient hast als beispiel so ein bund genau upsala nein nicht umdrehen bei verstehen so fertig mode aus speichern und tschüss spiel speichern ja so ihr lieben was war es denn für heute ne marcus g moin jungs kam rick moin butschau siehst du chris wir machen jetzt gerade schluss jetzt sechs stunden rum und drei minuten und 21 30 sekunden und nun ist feierabend das haben wir noch heute in der woche ne und noch 24 zuschauer die noch hier zuschauen außerhalb des chats wenn ich dann alles richtig sehe ich hoffe es hat euch spaß gemacht und wir bedanken uns rechtlich herzlich für euer zuschauen und dass ihr alle da wart so ne das gucken wir noch mal in chat rein sie weiß doch noch nicht sie weiß das noch nicht toni ach siehste da gehen wir alle hin verraten ist hier butschau es ist ein hirsch ah johnny siehst du das ist zu klein das kann ich so nicht richtig erkennen ah danke in der schweiz ist es abverdienen abverdienen ja ok heißt da anders gute nach dem ort und wäre 33 jahre geschlafen du bist so lange wach glas mache ich auch ich gehe dann machen eigentlich mögen und hasse kaffee träger wirklich einmal nach pottschauen team stefan schlaf gut gute nacht opa toni sektat alles klar schlafen die alle michael pentner gute nacht man ist 78 gute nacht die durchgerauscht gute nacht paul rei gute nacht schön dass wir alle da wart hat spaß gemacht mit euch wieder wie immer wirst du doch toller zusammenhalt und so kann man nur wieder betonen freut mich ganz ganz toll klasse das ist das größte überhaupt an ein reiner geht ihr jetzt schlafen ja wir können doch eben auch liegt das korte mal eine ganz kurze schnack machen na komm mal rein da marcus polo gute nacht gute nacht pottschauen nico sommer jan haben wir amtos gute nacht man aus jan jawohl jahre han solo agn 8 han solo das war doch auch irgendwie star wars naja an solo ja das war doch links hier vor ist das ist gar nicht reiner ja ich bin auch blöd chris tschuldigung ich muss um 9 uhr beim praktikum sein mach aber gute nacht durch nicht durch machen das scheiße zum praktikum gehst du machst aber echt einen schlechten eindruck machst nicht die haja machen war ein schöner abend butscher schlaf schön jojo dir großen dank und schlaf du auch gut und träumt feindes bis nächstes mal da bist wieder dabei mit sicherheit ne tolle arbeit gute nacht zusammen haben eine nacht geschickt nachricht geschickt mit der map butscher land technik video jo guck ich wir nacht an alle da haben aus streamen butscher und team dankeschön und stiller gute nacht das stream war super toni dankeschön gehen wir 2000 nacht oberge nacht immer auf facebook säcke gut ob ich morgen gerade finden dann petra nach die zusammen nach petra schlaf gut wie du lütsche sollte deren diese klatschen petra dankeschön toni ich kann nicht schlafen toni ach drehe ich auf die seite lang ein bisschen und dann schüttelst gleich ein bisschen ein nichts mehr rum grübeln ein feier feier abend und tschüss butscher md for life schlaf gut nach butscher träumen was gutes butscher sag ich gern schlaf du auch jo klar danke jojo das hat mir auch spaß gemacht und gute nach butscher 100 prozent denkt daran nicht zu früh den kopf den knopf drücken ne wann denn soll ich jetzt hier so sitzen bleiben bis das alles runtergefahren ist und den kopf wackeln oder was kann ich machen so ich drücke jetzt mal den knopf und guck hier rein